Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Schlussgang, Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr bricht der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch. Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang, die Schwingerzeitung. Kennzig Herrenmode, das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. kennzigherrenmode.ch Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 15. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radiopilatus.ch oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Wir vom Hammeralter Center wünschen ganz schönes Schwingsfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen wir es mit jedem Gegner auf. Um aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1. Für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Botschaft. Wir beraten sie gerne. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regie. Aussteigen geniessen, ganz einfach. Migro Luzern mit ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. E-Matech Notwil Innerschweiz gegen den Nord-West-Schweizer Schwingerverband. Und die grosse Frage, sticht auch in diesem Jahr wieder ein Innerschweizer Trumpf. Der Schurtenberger Sven, Luzerner Brocken und stärksten Mann am Schweizer Kantonalen, von dem Paul-cificer Grieish frame, der Gäste und DATIN über dem Dschweizer Beim Fachinar Azizin hoch und stärken returns für die Fähigkeit Der Sch volver an就會 Der Schuler Christian Oder der Bierri Marcel Sie alle steigen heute in die Hose und kämpfen gegen die starken Gäste. Der Königvorherr Arnold Der reichen Roger Oder der Burkhalter Stefan Alles absolute Topschwinger, die heute im Sanktel stehen Können sich die Innerschweizer durchsetzen? Wir zeigen es ihnen 10 Stunden live Dramatik Hochspannung Und ganz grosse Emotionen Jetzt Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen aus über 1600 Meter Höhe zum Rigischwingen 2019 Einer der wichtigsten Termine in der Schwinger Agenda steht heute auf dem Programm Das traditionelle Bergkranzfest auf der Königin der Berge Ich freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind und den Tag mit uns auf Tele 1 verbringen 90 Schwinger sind heute am Start Darunter unsere Innerschweizer Trümpfe Wie zum Beispiel der Schurtenberger Sven Der Schüler Christian Oder der Ulrich Andreas Aber auch ein paar ganz starke Gäste Reisen im Moment gleich hier auf Trigi Wie den Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Elbauerfest vor einer Woche zu fühlen Der Alpiger Nick Für Unterhaltung heute ist also gesorgt Packende Zweikämpfe Richtig spannende Duell Und die ganz grossen Emotionen Die verspreche ich ihnen schon jetzt Und das in atemberaubender Kulissen Ich hoffe, wir können ihnen das Flair Von dieser einzigartigen Natur-Arena schon etwas mit nach Hause geben Und sie spüren es Auch das Wetter ist hier auf der Rigi unberechenbar Wir machen aber alles dafür, dass wir ihnen die schönsten Bilder nach Hause liefern Und eben das Flair oder die Einzigartigkeit Von diesem Feeling hier auf der Rigi Auf der Königin der Berge Das möchten wir ihnen auch ein Stück weit nach Hause bringen Es ist nämlich ein mystischer, magischer Ort Und wenn man der Legende glaubt Dann hat der Schwingsport tatsächlich seinen Ursprung hier auf der Rigi Und bis heute hat das Fleckchen Erde Keine Bits von seiner Magie verloren Auf der Rigi Schwingen Das hat schon seit Jahren Tradition Der Felix Bürgi hat der Rigi Schwingen 1996 als Oka-Präsident durchgeführt Noch heute spüren der klein 80-Jährige von der Rigi Ja, ich glaube die Tradition darf man schon hoch schreiben Also ich darf jetzt sicher auf mich nehmen Das Rigi Schwingfest ist das schönste Bergfest Mit dem Hauptaufzug und alles Und auch von der Kulisse her Das ist Rigi und sonst ist es nicht Rigi, wenn wir nicht eine Kulisse haben Vor 23 Jahren War das Areal noch nicht so gut ausgerüstet Wie heute Erst dank dem Felix Bürgi Hat es eine Festwirtschaft Eine neue Pressehütte Und richtige WC-Anlagen gegeben Ausserdem hat er ein Kombi-Bilett eingeführt Früher hat natürlich die Bahn Ich habe noch dazumal schon Auf Kulm auf und denke 60 Franken gekostet Und noch noch die Eintritts-Bilette Und dann hat sich dann Menge gesagt, das leiste ich mir nicht Und deswegen Im Morgen Die Bahn musste man anstehen Und heute kommen sie das über Gerade wenn sie bestellen Alles miteinander Ohne das Hätte man wahrscheinlich nicht mehr existieren Es wäre zu teuer geworden auf der Rigi Nicht nur für die Organisatoren Auch für den ehemaligen Schwinger Harik Knusel Ist der Rigi Schwinger speziell Ja das ist entstanden Vielleicht schon als kleiner Junge Ich bin kurz nach dem Rigi aufgewachsen Und wir haben immer in Rigi rauf gesehen Und haben gewusst Dass der Toben ein Schwingfest ist Einmal im Jahr Irgendwann hat der Vater uns mitgenommen In Rigi zu laufen am Sonntag Und den Schwingfest zu sehen Aber mich hat es da gar nicht irgendwie gepackt Einfach später Ich möchte mich an das erinnern Dass ich den Toben Die ersten Begegnungen hatte Zu einem Schwingfest Als kleiner Junge Hat er noch nicht geahnt Dass er auf der Rigi Einst dreimal wird gewinnen Wie hier 1988 Gegen Klubkollege Leo Bitschart Oder 1989 Gegen Schweizer Alex Auftermour Nun verrät die Gäste Schlussgang am Rigi Schwingfest 1989 endet Mit dem Sieg Von Schwingerkönig Harry Knussel Und 1994 Gegen Ostschweizer Gast Urs Bürgler Der Harry Knussel hat über 10 Mal auf der Rigi geschwungen Seine Stube ist darum voller Rigi Preise Der Rigi ist ihm wichtig Auch von seinem Haus aus Abduil hat er sie in Sichtweite Jeder Sieg Aber sicher auch jeder Kranzgewinn Segen etwas Besonderes auf der Rigi Ich denke Es ist für jeden Schwinger Ein Ziel Wenn er in einem gewissen Erfolgsbereich Schwingen kann Dass er dann auch mal Das Bergfest gewinnen Und dann vielleicht noch Vom Lieblingsberg oben Das kommt vielleicht noch dazu Vielleicht gibt es auch Die gewisse Kraft Die besondere Umgebung auf der Rigi Strahlt Kraft aus Und vielleicht Kann die auch in dem Jahr Wieder auch Innerschweizer Der Schwinger nutzen Ja auf das hoffen wir Natürlich Bin mir aber sicher Dass wir sowieso Richtig packende Zweikämpfe Und spannende Duell werden sehen Und damit wir die dann auch Richtig gut analysieren Und diskutieren können Ich habe natürlich Wieder zwei starke Männer Bei mir im Studio Herzlich willkommen Am zweifache Eidgenossen Ueli Banz Und am Sieger vom EISAB 2009 Am Thomas Arnold Schön, dass ihr da seid Thomas, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut Ich habe natürlich Freude Ihr darf dabei sein Und ich freue mich Auf einen gespannten Tag Ich glaube, das dürfen wir Ein wenig erwarten Ihr seid Beides Man, die selber Im Sackmel gestanden sind Ich habe es gesagt Ueli, was ist es für ein Gefühl Wenn man als ehemaliger Schwinger Am Morgen früh Hier auf die Rigi Kommt? Ja, wie es schon gezeigt worden ist In den Beiträgen Ist es ein mystischer Ort Auch vom Wetter her Wenn man natürlich Schönes Wetter hätte Heute Morgen Mit dieser Aussicht Mit dieser frischen Luft Da kribbelt das natürlich schon Man kommt auf der Schwingplatz Es schmeckt das Sackmel Auch Da kommen schon Emotionen Man denkt natürlich Zurück an die Zeit Als man am Schwinger da ist Und da wird man sicher Auch ein wenig wehmütig Ja Und trotzdem wird auch Wir haben es mitbekommen Morgen im Bandli Kräftig diskutiert Wer heute im Sackmel steht Wer allenfalls Ein Festseiger könnte sein Aber Thomas Ich würde es gerne Als erstes ansprechen Es wird auch viel diskutiert Über all die Die, die noch haben Absagen mussten Bösch, Bieri Reichmut Aus Innerschweizer Sicht Sicher der grösste Wermut zu tropfen Ist das einfach Typisch In einem eidgenössischen Jahr? Ja, ich denke Es macht es natürlich Speziell mit dem eidgenössischen Man will nichts riskieren Und vom Training her Jetzt kommt es Sicher nochmals Eine intensive Phase Viele Spitzenschwinger Machen nochmals Kraftaufbau Machen Und das sind Schwingfest Eigentlich nicht Optimal Aber Die Berge schwingen Die gehören einfach ins Programm Und dann gibt es halt Ein Zwiespalt Was riskiere ich jetzt Und wo du mich schonen Ueli, wie fest werden wir Reichmut oder Bieri Aus Innerschweizer Sicht Heute vermissen Was meinst du? Ja, die werden wir Enorm vermissen Also Es ist natürlich Von der Stärke her Vom Fest Hat es natürlich Einbuss gegeben Mit den Absagen Von den Schwinger Die meisten Schwinger Haben Verletzungen Das ist natürlich In einem eidgenössischen Jahr Und darum Ja Begreifen wir das Auf eine gewisse Art Die Schwinger Wollen nachher Eine eidgenössische Feind sein Das eidgenössische Auch drei Jahre Und darum Nimmt man sicher Nicht grosses Risiko Wenn man schon Eine Verletzung hat Dass wir nachher So ein Fest Wo wirklich nur die Besten kommen Das ist heute nicht Mit ein Innerschweizer Und das Innerschweizer Zeiger geben Schon zum zweiten Mal Das ist ein Ja das ist eine Eidgenössische Anscheinend genossen Das ist ein Schöел Vicky Nach seinem Sieg Vor einem Jahr Wir erinnern uns auch daran, dass Orlick eigentlich einen Kuhnfall gemacht hat in diesem Schlussgang. Er konnte nachher nicht mehr schwingen. Heute gibt es eine totale neue Auflage. Die zwei Schwinger sind nicht da, es wird heute ganz sicher einen neuen Regisieger geben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ein Bösch, ein Reichmuth und Biri fehlen könnte. Thomas Arnold, wie fest wird ein Vicky Schuel heute fehlen? Sicher von den Emotionen und seiner Schwingart wird er sicher fehlen. Es ist immer eine Augenweide, ihm zuzuschauen, wenn er auf dem Schwingplatz steht. Aber ich denke, wir haben heute noch andere bestandene Schwinger, die hier sind, die Kohle aus dem Feuer holen können. Da können wir auf gespannte und attraktive Gänge erwarten. Thomas spricht es ein bisschen an, Ueli. Was macht der Vicky Schuel eben so aus? Auch diese Saison, in der er doch langsam in Fahrt gekommen ist. Ich habe es letztens schon gesagt, er ist ein sehr offensiver Schwinger. Jeder Gänge, in dem er geht, da kommt ein Offensivspektakel und er ist einer, der nur zieht. Das ist kein Abtasten oder ein Defensivschwingen und das macht ihn auch attraktiv. Die Leute sagen das natürlich auch gerne. Die Zuschauer kommen hierher zum attraktiven Schwingsport sehen. Darum ist er immer eine Bereicherung für jede Schwingfest. Jetzt haben wir es aber gehört. Weder Vicky noch Orlik heisst heute der Festseiger. Thomas, was für eine Bedeutung hat ein Sieg auf der Rigi für einen Schwinger ganz generell, von all den anderen, die heute in die Bresche springen könnten? Ja, also für mich hat das Bergfest immer eine grosse Bedeutung. Also ich sage, so kantonale Schwingfeste sind ein bisschen zum U-Fahren. Und entschieden wird es noch in den Bergen, sage ich immer so. Ich vergleiche es immer mit dem Melofahren, oder? Da wird es auch die Bergetappe entscheiden. Und ich finde es ein bisschen ähnlich. Nur von der Kulissen her, von der Besetzung her, ist es immer speziell. Es ist ein kleines Teilnehmerfeld. Es gibt fast nur Spitzengänge an einem Bergschwingen. Und das macht es schon speziell. Und ich sage auch die Luft und das Klima, die Vorbereitung, es ist einfach alles anders als an einem normalen Kranzfest. Ueli, wie hast du das einmal erlebt? Du hast vorhin gesehen, wie das ist, wenn man wieder da hochkommt. Im Moment kommen sicher die letzten Schwinger langsam da oben an. Finden sich ein bisschen zurecht, dann geht es sich langsam etwas aufwärmen. Was ist es für ein Feeling, wenn man an so einem Bergfest ist? Ja, eben wie der Thomas schon gesagt hat, das ist wirklich die Champions League, würde ich sagen. Man schwingt mit den Besten zusammen. Man muss wirklich top-parat sein. Und für einen Schwinger geht es natürlich wirklich darum, die Spannung hochzufahren. Es ist natürlich gemütlich, im Zögli hier hochzufahren. Gibt es dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen Müdigkeit. Und nachher ist es wirklich wichtig, dass man den Puls aufjagen kann, dass der Kopf parat ist, dass man sich fokussiert, und sich natürlich auch alles ein bisschen gewöhnt. Man steht ja recht weit oben. Also die Luft ist anders, der Sauerstoff ist anders. Die Rückzugsorte sind anders. An einem normalen Ballverband-Schwingfest hat man einen Fussballplatz, wo man einlaufen kann. Dann macht man es irgendwie auf dem Wanderweg. Und das sind ganz viele Sachen anders, die vielleicht nicht jedem ins Konzept passen, wo man sich einfach auch anpassen muss. Darum hoffen wir, dass die Innerschweizer sich richtig zusammenreissen und schön einwärmen können und bereit machen können. Und vor allem, wir haben es schon mehrfach angesprochen, dass die Innerschweizer dann auch in die Bresche springen können, wenn eben Reichmut oder Wiki hier auf der Regie fehlen. Welcher Innerschweizer könnte heute Abend Festseiger werden? Das ist der Formbarometer des ISV. Sven Schortenberger. Schlossgang, Festseig, Schlossgang, Schlossgang. So klingt es, wenn man auf Sven Schortenberger seine letzten Wochen zurückschaut. Am Urner, Schweizer und Lazenner Kantonalen, aber auch auf dem Stoss, ist der Budi-Solzer am Ende des Tages im Schlossgang gestanden und hat um den Festseig geschwungen. Wie man auf der Regienfestseig holt, weiss der 130 kg Brocken aus dem Lazenner Hinterland ganz genau. Einer von seinen fünf Kranzfestseigen hat er nämlich 2017 hier oben gefeiert. Sven Schortenberger ist definitiv bereit für einen weiteren Sieg an diesem Bad Klassiker. Christian Schuler. Der SESO-Start des Roten Turmers war ihr Verhalten. Vor einer Woche am Eishaft zu flüllen, hat der vierfache Eidgenosse aber gezeigt, dass wieder voll mit ihm zu rechnen ist. Fünf gute Gänge und erst im Schlussgang die Niederlage gegen Nick Alpiger. So schnell lässt sich Christian Schuler heute sicher nicht mehr bezwingen. Die Niederlage gegen Nick Alpiger. Tief mit Karin und Niederlage gegen Nick Alpiger. An andi Imhoff. Er weiss, wie man das Regenschwieg gewinnt. 2014 hat Tate Khauser das Fest hier oben gewonnen. 2009 stand er auch schon im Schlussgang. standen. Holt er sich heute zum zweiten Mal den Festsieg vom prestigesträchten Bergkranzfest? Der Turnerschwinger aus dem zugerischen Edlibach ist seit dem Kranzfest-Sieg vor zwei Jahren sicher ein Wert im Sagemel. Im Zuger-Kantonalen stand er gegen Pirmin Reichmuth im Schlussgang und auch bei den restlichen Fests gab es für Marcel Biri Top-Resultate. Er könnte also heute für eine Überraschung suchen. Ja, diese spektakulären Schwünge wie diesen ganz am Schluss sehen wir heute leider nicht. Auch der Biri Marcel hat wegen einer Nackenverletzung abgesagt, ist heute auf der Rigi nicht dabei. Aber Thomas, sonst doch einige Innerschweizer in Top-Form. Was würdest du sagen, wer gefällt dir am besten im Moment? Ja, das sind sicher die, die hier im Porträt gezeigt worden sind. Ich bin gespannt auf einen Schurtenberger Sven. Nach dem letzten Sonntag, habe ich das Gefühl, dass er sicher nicht zufrieden war mit dieser Niederlage gegen Schulerkrieg. Und da bin ich sicher gespannt. Nicht nur, weil er aus dem gleichen Dorf kommt wie ich, aber da bin ich gespannt, dass er heute eine Antwort gibt, weil er weiss, wie das ist, hier oben zu gewinnen. Und sicher auch einen Schuler im Hof, darf man nicht unterschätzen, natürlich auch einen Einkalpiger. Auf diesen können wir sicher gespannt sein, wie er jetzt die intensive Woche überstanden hat. Und wie er sich wieder motivieren konnte, auf den heutigen Tag und auf ihn bin ich besonders gespannt. Spannend, ja. Zu den Gästen kommen wir dann natürlich auch noch, aber du sprichst den Schuler Christian an, Ueli, vor der Woche im Schlussgang. Ein wenig unerwartet, das darf man ja wirklich sagen. Also wir hatten die gar nicht so weit vorher eigentlich auf der Rechnung. Was kann das für heute zum Beispiel auslösen für den Schuler Christian? Ja, die Frage ist natürlich, ob die Schlussgang-Niederlage trotz der Leistung an dem letzten Sonntag geflügelt hat oder ob es dann wieder zurück wird, das alte Muster, man hat gesehen, anfangs Saison hat er extrem Mühe gehabt, ist jetzt eigentlich letzten Sonntag wieder ein wenig zu davor zurückgekehrt und darum wird es jetzt spannend sein, ob er heute die Form mal wieder anprüfen kann und ob er wieder da wirklich zu den Leuten zählt, dann können wir uns ein Fest gewinnen. Wir haben natürlich nicht ein langes Porträt von allen machen können, wäre jetzt zum Beispiel gefällt der Fona Benji, der letzten Sonntag wirklich auch überzeugt hat. Thomas, ist mit ihm heute auch zu rechnen? Ja, auf jeden Fall. Aber Benji, der weiss, wie das ist, hier oben erfolgreich zu schwingen. Und Benji kann man eigentlich immer rechnen. Also ich glaube, er hat sich ein wenig unter dem Merk-Schlag in dieser Saison. Und wenn er fit ist, wenn er gesund ist, kann er immer mitschwingen, auf jeden Fall. Ein Name, der mir auch noch wichtig ist, Ulrich Andreas. Du hast ja zweimal den Rigi-Sieg holen können. Ueli, was würdest du zu ihm sagen? Ja, Andreas hatte auch ein wenig Mühe anfangs Saison. Er hat wohl häufig Grenzen gemacht dieses Jahr. Letztes Sonntag war ein wenig angeschlagen wegen der Grippe. Und bei ihm ist auch alles offen. Top oder Flop, das kann beide sein. Aber er ist natürlich hier zu Hause. Und ich denke, er wird heute auch eine gute Leistung anberufen. Auch für sein Selbstvertrauen noch zu haben. Auch im Hinblick auf das Eidgenössische. Es ist wichtig für das Haus zu holen. Du hast vorher ein wenig angesprochen, wie das jetzt der Schwinger tut, wenn man in diesem Bandli da unten sitzt. Es ist eigentlich noch gemütlich. Wunderbare Aussicht. Thomas, wie kann man sich nachher wieder konzentrieren auf das, was dann da in der Arena abgeht? Ja, man muss sich wirklich die Zeit nehmen, um sich zurückzuziehen und sich vorzubereiten. Weil ich sage, die Bandli-Fahrt ist natürlich schon speziell. Da sitzt man neben einem Zuschauer. Da wird in einem Fragen gestellt. Da kannst du dich wirklich nicht konzentrieren auf das Fest. Aber das musst du auch geniessen. Es gehört auch dazu. Und das macht es auch speziell. Und ich glaube, da hat es genug Gurt, wo man sich zurückziehen und vorbereiten kann. Und ich denke, in dieser Kulisse ist das traumhaft. Wir sehen hier, wie sie sich schon am Vorbereiten sind. Die einen oder anderen sind schon angekommen. Das ist auch noch speziell. Wir haben solche gesehen, die tatsächlich schon am 20. bis 6 Uhr mit uns im Bandli gekocht sind. Da gibt es andere, die recht knapp auf das Anschwingen kommen. Ueli, wie würdest du das einschätzen? Ist das eine Typfrage? Oder die, die lieber noch etwas Ruhe haben, gehen da vielleicht möglichst knapp? Ja, das kommt auch immer davon ab. Jeder Schwinger ist da etwas anders. Der eine ist auch gerne eine Stunde vor ihnen da. Der andere weiss, ich komme mit den Spitzenpaarungen rein. Ich komme eher erst am Schluss. Dann lasse ich vielleicht ein wenig Zeit. Und da gibt es auch Schwinger. Die wollen wirklich kurz vor ihnen nachkommen. Die haben vielleicht die Spannung schon im Bandli oder probieren sie dort aufzubauen. Ich rede nicht mehr gross mit den anderen Leuten. Und so ist jeder etwas verschieden, wie in einer anderen Sportarten das eigentlich auch ist. Wir schicken den selbstverständlich nur einen Reporter Richtung Bandli, um eben den einen oder anderen Schwinger abzunehmen. Vorher möchten wir aber einen Blick auf die Gäste werfen, die heute hier auf Triggi reisen. Ich habe es am Anfang gesagt, es wird keine einfache Aufgabe für die Innerschweizer. Den ISAF-Sieger von letzter Woche zu fühlen, der Alpiger Nick, ist am Start. Oder auch ein König, der heute hier im Sagmel wird antreten. Wir geben dir mal einen Blick auf die starken Gäste vom Riggi Schwingen 2019. Der Nick Alpiger. Vor einer Woche hat der junge Aargauer den grössten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Er gewöhnt das Innerschweizer Teilverbandsfest zu führen. Insgesamt hat der 22-jährige Maurer schon fünf Kranzfestzieg auf seinem Konto. Kann er auch heute mit seiner attraktiven Schwingart das Publikum begeistern und zum ersten Mal ein Bergfest gewinnen? Roger Reichen. Er ist die Geheimwaffe der Nordostschweizer. Der Glarner hat zwar noch nie ein Fest gewonnen, holt sich aber regelmässig Top-Platzierungen und steht immer wieder im Schlussgang. Vor einem Jahr hat er hier auf den Riggi den sechsten Rang und den Bergfranz geholt. Bleibt heute mit ihnen. Stefan Burkhalter. Der Dinosaurier unter den Schwinger. Der 45-jährige Thurgauer hat in seiner Karriere schon 108 Kränze gekämpft und vier fest für sich entschieden. Am Nordostschweizer Teilverbandsfest hat Stefan Burkhalter einen guten vierten Rang erreicht. Von der Riggi hat der Turnerschwinger schon drei Kränze mit zu Hause genommen. Was ist für den Gast heute möglich? Ja, es wird nicht einfach. Ueli, was würdest du sagen, welchen Gast könnte es der Innerschweizer besonders schwer machen? Ja, der stärkste Gast ganz klar 1 Stufe Alpiger nicht. Das hat er am letzten Sonntag bewiesen. Ein Schwinger, ein kompletter Schwinger, der sehr viel Abklärtheit mitbringt in den Gängen. Er schwingt links und rechts rum. Seine grosse Stärke, also gerade mit seinem Letz. Natürlich eine absolute Waffe gegen jeden Spitzknecke. Den sehe ich auch ganz hohen im Kurs der Schneider-Domenic. Er war am Schlussgang am NOS. Knapp am Sieg vorbei gegen einen ganz starken Orlik Harmon. Also er ist sicher auch ganz hoch oben eingestufen. Der reiche Roger, ich würde sagen, hinter Orlik und Giger in der Ostschweizer ist er eigentlich der Mann, der hinter den zwei kommt. Und er ist natürlich immer einer, der das zu spüren rüberkommt. Er ist immer der dritte, vierte Mann. Und jetzt hat er heute geschossen. Seine zwei Kontrahenten sind nicht da. Und ich denke, für ihn ist es auch wirklich reif. Die Zeit ist reif. Also er eigentlich könnte das Bergkranzfest gewinnen. Und er ist eine sehr gute Form. Und von ihm erwarte ich eigentlich auch relativ viel heute. Also wirklich einige Namen, die hier genannt werden. Hinten dran noch andere klingende Namen wie zum Beispiel einen König, den wir heute auf der Rigi haben. Der Vorher, Nöldi Thomas, ist mit ihm auch noch zu rechnen. Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, er ist König. Er hat den Königstitel mal geholt. Er weiss, wie das ist, fest zu gewinnen. Er hat sicher die Klasse. Ich habe das Gefühl, er muss sich momentan auf andere Sachen konzentrieren. Vor allem auf seinen Körper, auf seine Blessuren, die er hat. Ich sage, hier oben, es gibt harte Gänge, die Luft ist dünner. Es wird für ihn sicher nicht einfach. Das Alter kommt dann doch auch irgendwann noch dazu, oder? Das Alter spürt er sicher hier oben. Ja. Und ich denke, wenn er hier mit Kranz nach Hause reisen kann, hätte sein Ziel wahrscheinlich top erreicht. Also da ist er sicher mehr als zufrieden. Aber auf ihn kann man sicher gespannt sein, ja. Ihr sprecht das ein bisschen an, oder ihr kennt das selber, Ueli. Das Alter kommt irgendwann auch dazu. ein Alpiger Nick ist 22, eben dann ein Vorernöldi, oder ein Burghalter Stefan 45 inzwischen. Dass man überhaupt noch an einem Regenschwingen dabei ist, ist eigentlich auch schon verrückt, oder? Ja, das hat natürlich eben ein Ziel von der Routine nachher. Also da wird man auch nicht mehr so schnell nervös. Der Fokus ist ganz klar, den Kranz zu holen. Ich denke nicht, dass die zwei Schwingen oben angereist sind, um heute den Sieg zu holen. Wie der Thomas schon gesagt hat, die körperlichen Beschwerden werden immer mehr. Es geht eigentlich den ganzen Tag darum, dass man die körperlichen Beschwerden besänftigen kann oder umgehen. Dass man den Tag gut versteht, dass man auch den letzten Gang noch den Saft hat. So junge Schwinger, die natürlich drücken hinterher, solche im Ball zu halten. Umso mehr freuen wir uns eben auch auf solche Gänge, wenn eine Königin auf der Riga ist. Und wir wollen mal schauen, ob inzwischen alle Schwinger hier auf der Riga angekommen sind. 90 sind es insgesamt. Wir haben Fabian Krajubühl losgeschickt Richtung Bändli, der hier oben auf der Königin von den Bergen ankommt. Und dort hat er den Schüler Christian in Empfang genommen. Es ist eben schon sehr speziell. Über 5'000 Leute kommen hier auf die Riga als Schwingfest. Und nicht irgendwie. Ja, die meisten natürlich mit dem Bändli. Von Goldau her, von Veitsnau her. Von Goldau. Unter anderem auch natürlich der Spitzenschwinger Christian Schuler. Einer der grossen Innerschweizer Hoffnungen heute an diesem Riga-Schwingfest. Ja, guten Morgen Christian Schuler. Ein spezielles anreist. hier in der Region. Ja, es ist sicher immer speziell auf so einen schönen Berg hoch, wie hier. Und ja, es ist schon ein ganz spezielles Fest und ich freue mich auf den Einsatz von heute. Wir haben ja nicht ein Spezial-Bändli, die Schwinger. Ihr seid mit allen Leuten, mit allen Fans auch drin. Wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es vielleicht auch Gespräche oder Glückwünsche, solche Sachen. Wie ist das im Bändli für einen Schwinger? Ja, eigentlich ganz normal. Wir sind uns das gewöhnt. Es gibt einen guten Morgen, aber meistens werden wir sicher auch ein bisschen in Ruhe geladen. Ich habe jeden so mein Sitzchen gefunden. Ein bisschen für mich und mit meinem Bruder und meinem Cousin. Und da redet man ein bisschen. Und ja, aber da wird man eigentlich nicht gross gestört von der anderen. Letzte Woche am Innerschweizerischen hast du begeistert, bist du im Schlussgang gewesen. Egalpiger Nick. Wie hast du dich erholt? Ja, sehr gut. Es ist sicher noch ein bisschen, ja, auf die einen Seite sehr Freude hatte, wenn ich schwingen konnte. Der Auftritt war natürlich auch die Enttäuschung, dass ich im Schlussgang in den Konter so schnell in den Konter gelaufen bin. Aber es gehört zum Schwingen. Es ist immer ein 50-50 so ein Gang und schlussendlich habe ich mich nach ein paar Tagen wieder sicher voll erholt und jetzt voll fokussiert auf den heutigen Tag. Und natürlich auch fürs Anschwingen Schneider Domenik am Anfang. Was sagst du zu deinem Gegner? Ja, er ist sicher ein sehr starker Schwinger. Er hat jetzt sehr gute Resultate dieses Jahr. Und jetzt, ja, mal schauen, wenn es geht. Ich werde dir sicher alles geben. Und dann sehen wir, wie der Kampf rauskommt. Wir sind gespannt. Danke für einmal, Christian Schuler, dass du dir schnell Zeit genommen hast. Und natürlich Toi 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 auf der Regie. Danke vielmals. Ja, also eine von den ganz grossen Spitzenpaarungen. Der Schüler Christian Seitz, sehr guter Schwinger. Du hast ihn vorher angesprochen. Ueli, was erwartest du von diesem Kampf? Ja, da erwartet uns der Schüler Kriegut gewinnen. Sehr gut, ich auch. Aus Innerschweiter Sicht. Wobei eben, man muss wirklich sagen, der Schneider Domenik sehr gut in Form dieses Jahr. Und da kommt der Kriegut zu beweisen, dass er es getroffen hat. Und es ist auch möglich für ihn, das zu gewinnen. Sehr gut. Schauen wir doch die Spitzenpaarungen vom Anschwingen allgemein mal schnell an. Wir haben hier eine Grafik und sehen, es werden uns einige Leckerbissen erwarten. Natürlich ganz zu unterst so ein wenig, vermutlich mit der Meisterspannung erwarteten Albiger Nick gegen Ulrich Andreas. Dann eben Schneider Schulers-Duell. Kindli-Mann Fabian gegen Schurtenberger Sven. Reicher Roger gegen Fona Benji. Frankhauser-Erich gegen Notz-Benny. Und Burghalter-Stefan gegen Suppiger Rene. Das mal so ein wenig die Spitzenpaarung von dem ersten Gang. Thomas, kommen wir doch gleich eben schnell noch auf den Albiger Nick auf diese Paarung. Wie geht da ein Ulrich Andreas, der vor einer Woche noch mit Grippe im Bett gelegen ist, heute in so ein Anschwingen rein? Ja, vielleicht hätte er ein bisschen die Gang schauen können, als er krank war. Er hätte live dabei sein auf Tele1. Er wird da sicher gestudiert. Aber ich denke, Ulrich Andreas wie ein Nick Halbiger, das sind zwei Techniker. Es gibt einen hochstehenden Gang. Ich denke, es gibt einen angriffigen Gang, die wir in beiden Seiten suchen. Und von dem her ist er sicher gespannt. Aber da wird sicher voll auf Sie geschwungen. Ja, ja. Ueli, da hast du den Reichen Roger angesprochen, der immer im Schatten steht von Orlik und Giger. Heute kann er es eben auch beweisen, das gerade gegen Fona Benji, den wir letzten Sonntag haben mussten sagen, macht eine ganz gute Gattung. Was würdest du jetzt da so im Voraus sagen zu diesem Duell? Eben, wenn man im Vorfeld der Benji gesehen hat, schwingen, oder? Man muss sagen, wenn man nur das gesehen hat, wäre der Reichen ganz klar der Favorit in diesem Gang. Aber nach dem letzten Sonntag muss ich dem auch ein bisschen widersprechen. Also der Benji hat eine super Leistung gezeigt, letzten Sonntag. Er ist wieder mit seinem Standardschwung gekommen, kurzem Fußstich. Und wenn er in dieser Stärke weiterschwingen kann, ist auch sehr viel möglich gegen Reichen Roger. Aber wie gesagt, der Reichen Roger hat sehr gute Resultate dieses Jahr und das gibt sicher einen sehr attraktiven Gang. Wir freuen uns auf diese Gänge. Die ersten, die finden schon statt in der Arena hier auf der Rigi auf über 1600 Meter. Höchste Zeit, dass wir Ihnen mal einen Blick in die Arena hineingehen, das ist nämlich ein absolutes Highlight. Sie sehen hier von oben eine Arena in die Natur herausgebaut auf Rigi Staffel. 2500 Sitzplätze hat es. Rundum aber ganz viele Schwingfans, die sich irgendwie sonst ein Plätzchen suchen, die mit Tisch und Stühlen und Luftmatratzen und Decken anreisen und sich es hier bequem machen. Rund um die drei Sackmehlringe um. Eine einzigartige Kulisse, alles ganz nahe beieinander. Und das ist glaube ich auch das, was es faszinierend macht. Thomas, ich habe das immer von den Schwinger gehört. Es ist einfach verrückt, wenn man in diesem Sackmehl reinsteht und dann eben vielleicht auch gewöhnt. Die Menge jubelt und es ist alles so nahe aufeinander. Ist es das, was das Rigi Schwingen ausmacht? Das ist sicher so. Es kann natürlich den Schwinger extrem beflügeln, wenn er einen guten Lauf hat und einen guten Schwinger bezwingen kann. Man spürt den Zuschauer, man spürt sie und sieht sie natürlich auch. Aber es kann natürlich einmal beschweren, wenn es einem nicht so läuft. Dann spürt man natürlich den Zuschauer auch. Und dann ist es sicher auch schwieriger. Und das macht es sicher speziell an den Bergfesten. Ueli, wie hast du das einmal so erlebt? Die Leute sind so nahe und quatschen einen fast überall an. Ist das ein Vorteil oder manchmal auch ein Nachteil? Ja, es ist vor und Nachteil. Es ist natürlich, wenn es einem läuft und man gut drinnen ist, ist das immer noch so ein Zustöpfchen. Man muss sich natürlich auch ein bisschen zurückziehen zwischen diesen. Man kann da nicht immer nur in die Massen rein. Und mit jedem Gummenscheiker ist es auch wichtig, dass man wirklich seine Ruhe findet. Aber eigentlich ist es sehr schön. An den Bergfesten hat man wirklich auch die Leute da, die sich für die Schwingen interessieren. Dass sie Schwingen können und nicht nur einfach einen sehen und gesehen werden. Und darum kann man auch mit dem einen oder anderen ein bisschen fachsimple, wo an einem anderen Fest natürlich, an einem grösseren Fest viele Leute herum sind, die vom Schwingen nicht eine grosse Ahnung haben und halt einfach dabei sind, die Atmosphäre einziehen können. Und das können so sein. Und bin ich froh, habe ich euch zwei heute an meiner Seite. Vielen Dank für den Moment. Wir gehen nämlich schon gleich hier hinten in die Arena ins Sagmen. Sie hören, die nächsten Spitzenparien werden schon verlesen. Wir sind natürlich pünktlich zurück, wenn es losgeht. Und gerade vor möchte ich Ihnen gerne noch unsere Homepage tele1.ch ans Herz legen und unseren Social Media Kanal Instagram, Twitter und Facebook. Am einfachsten machen Sie das mit dem Hashtag Schwinge1, da sind Sie mit uns verbunden oder können den Livestream online konsumieren. Wir sind bereit für das Anschwingen. und das gibt es jetzt hier auf Tele1 nach der Werbung. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge der Regie. Aussteigen geniessen ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. EMA Technotwil 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und gerade nur zwei weitere, also insgesamt haben sie schon drei Grenzen. Das ist der Thurgauer Schwingerverband. Und für Beate, wie auch vorhin für Framstoni, ist es sicher etwas Spezielles. Ich denke, sie kennen den Berg, auch von der Freizeit nach, der Framstoni, der hier in der Alpe ist. Und ich denke, der Beate wird auch hier auscheppen sein, der am Fest im Gang aufstellen, das ist sicher immer etwas Spezielles. Da sind wir die Wochen durch und die Wochen voraus hier immer im Einsatz einschein. Es ist eine Tradition, dass wir als Einheimische jeweils helfen, aufzustellen. Die Schwinger, die wir hier im Einsatz waren, haben gestern eine Ausziehung genommen. Ein Klubkollege sagte, den ich im Band getroffen habe. Sie konnten sich vorbereiten, aber natürlich, die Tage vorhin waren sie auf der Regie am Anpacken. Das ist auch du jeweils gemacht, wenn es bei dir zu Hause vor den Haustüren ein Fest gab. Ja, das gehört der CO. Das ist, ich denke, für jeden Schwinger, wenn man ein Fest durchfährt, dass man da helfen kann. Und es ist, ich sage noch, wenn die Aktiven nicht rum sind. Man kann ja nicht von allen anderen erwarten, dass sie für einen ein Schwingfest organisieren. Und dass man dem Sonntagmorgen kommt und am Sonntagabend wieder geht. Und ja, gehört halt alles auch ein bisschen dazu. Aber es ist ja eigentlich, die Meisterschaft wie der Schuss und von dem her ist das kein Problem. Ja, und Sie sehen es liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zeit läuft langsam Richtung Null. Das heisst, das Duell dürfte in wenigen Augenblicken gestellt ausgehen zwischen Kenel Beat und Silvio. Und das ist jetzt gerade der Fall. Sie geben sich die Hand. Also kein Sieger in diesem zweiten Duell, das wir hier auf Platz 3 sehen können. Sie haben jetzt für den Kampf bei der Snini bekommen. Sie haben sehr angreifig geschwungen, speditiv gegriffen. Hier sehen wir es offiziell. Das ist ja die bessere Note für einen Gestellten. Es gibt entweder ein 875 oder ein Snini. Und da sehen wir schon die nächsten beiden an der Arbeit. Der Gewerter Christian, der Schweizer gegen den Mangold Michael, den Nord-West-Schweizer aus dem Aargau. Der Gewerter Christian, das ist der Sennenschwinger, das ist der mit dem Edelweisshemli. Das ist auch ja einer vom Schwingerverband am Rigi. Und der Mangold Michael, das ist der Schwingklub Frigtal aus dem Aargau. Wir wollen auch für Sie. Es ist natürlich heute das grosse Ziel, in erster Linie mal den Kranz zu zahlen. Ein Kranz an einem Bergfest. Immer etwas Spezielles. Sei es auf dem Brünig bei dir zuhause, sei es auf der Rigi, sei es auf der Schweigalp. Oder wo es auch immer Bergfest gibt. In der Schweiz, was macht es so besonders? Auf dem Bergabend an einem Kranz gewinnen für dich, Peter. Ja, das ist natürlich die Atmosphäre, die ganzen Platzverhältnisse. Es ist viel enger. Man hat nicht so viel Platz mit der Garderobe. Man muss sich dort etwas besser arrangieren. Das Publikum ist viel näher. Es sind jetzt nur 90 Schwingen hier. Im Brünig sind es 120. Also die Beteiligung ist hier schon. Das Teilnehmerfeld ist stärker. Es ist ein bisschen so, wenn man einen verliert, man hat noch nicht unbedingt einen schwächeren Gegner. Wie jetzt an einem kleineren Kranzfest, an einem kantonalen oder Gaufest. Wenn man zwischendurch wieder wenig Kranzer hat, das ist hier nicht der Fall. Wenn man sich im nächsten Gang noch stärker hat. Hier sehen wir jetzt, wie es in die Zirche reinläuft. Die Kindchen von Fabian und der Schnurrenberger. Roman, Richtung Arena. Das ist auch ein bisschen speziell. Der Garderobe ist ein bisschen weiter weg. Mittlerweile hat man Lutsprecher drin. Man kann sich optimal auf dem Garderobe vorbereiten. Insofern noch wichtig, wenn das Wetter nicht so ist. Hier kann man nicht so schnell an den Schärmen stehen. Wenn es jetzt im Innerschweizerischen oder auch im Kantonalen der Fall ist. Und das Wetter besitzt noch eine wahre, pracht. Blaue Himmel. Es geht ein bisschen in den Beisen. Es ist kühl. Es ist aktuell noch 9 Grad. Das könnte natürlich auch ein bisschen ein Problem sein. Mit den Händen oder mit den Griffen. Wie ist das? Wie spürt man sich das? Wie fühlt man sich auf das ein? Ja, das ist schon so. Um zu greifen. Irgendwann steht in den Händen. Wir machen jetzt CEO. Man kann dann immer so Geo greifen, wenn es kalt ist. Wobei, jetzt ist irgendwo zwischen 1 und 10 Grad. Und es ist trocken. Das trifft sicher auch noch. Aber die muss spezieller aufwärmen, wenn es kalt ist. Dass man bis hinten raus greifen kann, das ist wichtig. Jetzt sehen wir jetzt gerade den Bodenkampf von diesen beiden. Das ist jetzt der Gang Mitte durch. Der Gang durch, der 6 Minuten ist. Das ist jetzt 2 Schwinger, die Ohrenschutz haben. Das ist aber nicht wegen dem Sackmähl. Sondern das ist wegen dem Ohrenschützen. Das fühlen wir auch bei den Ringer. Dass eben, wenn man sich auch die Ohren lenkt. Dass die manchmal etwas aufplatzen. Da gibt es einmal so die Ringerohren. Und dann haben wir jeweils einen speziellen Ohrenschutz an. Einer der bekanntesten mit so einem Ohrenschutz. Ist dann natürlich der Nidwalner. Ob Nidwalner Verband. Die Obwalner. Der Fona Benji aus Gieswil. Den du ja bestens gewählst. Ja, der Fona Benji hat noch etwas spezieller. Nicht einen ab der Stange. Das ist einer, der ihn im Sattler angefertigt hat. Sonst kann man sie eigentlich ein wenig öffnen. Die werden in der Schweiz von Amerika importiert. Es kommt ein Tringer oder so ein wenig heim. Und ich weiss, dass es ein wenig Probleme mit den Ohren ist relativ schmerzhaft. Und wenn es nur die rechte Seite einschreibt. Und dort ist das Ohr recht viel am Gegner. Ich freue mich. Und dieser Kampf zwischen dem gewehrten Christian und dem Mangold. Michael geht jetzt in die letzte Minute. 1 Minute. 1 Minute. 1 Minute. 1 Minute. 1 Minute. Ja, mir geht's gut. Der Platzkampfrichter hat es den beiden Schwingern mitgeteilt. Noch 1 Minute. Die wissen also was geschlagen hat. Noch mal greifen und jetzt vielleicht noch die Entscheidungssuche. Ich denke, es ist gerade auch für die wichtig, dass es mit einem Sieg starten könnte. Jetzt haben wir da wieder einen harten Fürstich gesehen vom Mangold Michael. Und ein Applaus mit uns, der Handbüder von Mangold Michael. Gibt es noch einen letzten Angriff? Oder endet es? Jetzt noch ja alles. Da wird es nicht schlecht. Das sieht er niemand an dem Mangold Michael. Es kann halt passieren mit so einem Kopfschutz, dass er verrutscht. Ja, und das war es. Ein gestellter zwischen Gewährte Christian und einem Mangold Michael. Der Gewährte Christian, der weiss, wie man hier den Kranz holt, hat er 2010 auf der Rigi, am heimischen Bergfest. Ja, und da schauen sie gleich den Livestream. Sie sind informiert. Das haben sie früher auch nicht gesehen. Das ist der Schneider Domenic, der hier am Leogen ist. Konkurrenz am Beobachten. Ja, wie zum Beispiel der Fankhauser Reto und den Maurer Andi. Der Fankhauser Reto aus Hasle 25 gegen den Maurer Andi aus Seedorf, der 26-Jährige. Da haben wir also ein Luzerner-Urner-Duell. Das ist ein kurzes Versuch vom Fankhauser Reto, er versucht, ihn abzulehren. Aber der Urrand hat sich doch eher nur in der Einzelne und frisch greifen. Ja, und speziell beim Fankhauser Reto. Seine Brüder Erich und Marco sind ja da auch auf der Rigi. Und sie sind auch alle drei am Innerschweizer gewesen. Und sie haben das Kunststück fertiggebracht. Wie schon letztes Jahr am Innerschweizer, haben auch dieses Jahr vor einer Woche alle drei den Kranz gewonnen. Ich denke, es wäre für sie sicher auch ein bisschen das Ziel, wenn es jetzt da... Wäre auch sicher ein sehr schöner Erfolg, wenn Aldrin könnte den Kranz holen heute. So mit den Brüdern. Der Reto, der bis jetzt einen Bärkranz hat, und zwar der Brini-Kranz. Den er hat 2010 kennengelernt. Hier sieht man den Murrandi, der vor hineinreckt. Schöner ein wenig defensiv eingestellt. Viel zu den Greifen ausprobiert, miteinander den Gegner über das Knall abzulehren. Jetzt probiert er da seine Spezial hineinkommen von der Flanke. Aber der Reto, ich weiss, wie er schwingt. Er ist noch gut vorbereitet. Der Schurtenberger Sven. Einer, der heute zu den Favoriten gehört. Wir haben es gehört, dass er nicht so zufrieden war mit seinem Abschneiden am Innerschweizer. Auch ihn sehen wir später noch an der Art. Jetzt sehen wir die unterschiedlichen Schwingarten. Der Reto, der eher in den Greifen versucht zu schwingen. Der Andi, der ein wenig aus den Greifen geht. Jetzt ist die Frage, wer sich dann durchsetzen kann. Wir sehen die Statistik von den beiden. Die drei Stähnen sind die eidgenössischen Kränze. Vorher sind die Dauverbandsverband und die Bergkränze, die zwei Stähnen. Dann kommen wir rüber, wenn man an einem Kantonalen, zum Beispiel, den Kranz geholt hat. Die beiden haben zwei Stähnen. Das heisst, sie haben sicher einmal an einem Tauverbandsfest oder auf einem Berg den Kranz gewonnen. Ja, aber der Reto ist der, der schon einen Bergkränze hat. Einige schwingen 2018. Der von Mund plus noch sechs Tauverbandskränze. Der muss Rand bis jetzt einen Tauverbandskränze kennenholen. Jetzt wird man schon in der ersten Hälfte vom Gang wieder durch. Bis jetzt noch nicht irgendeine grosse Chance, zu sein von einem von beiden. Das ist jetzt ein Kurzversuch vom Veto. Der Gang dauert noch zwei Minuten. Vielleicht auch speziell, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer uns zum ersten Mal zuschauen, wie man eigentlich dazu im Schwingen sich zu entscheiden. Nein, da ist man Turnerschwinger. Also das ist der Maurer. Oder ist man Sen, der Funkhauser, eben mit dem traditionellen Hemmli, den man hat. Wie entscheidet man sich da? Ja, das fährt relativ bei den Bioben schon an. Fünfmal sind das die, die noch ein bisschen vom Nationalturner kommen. Das sind Turnerschwinger. Und der Senenschwinger ist meistens der, der nur schwingt. Und das wird eigentlich ein Junge entschieden. Und wenn man sagt, dann kann ich dann alle Arme ändern. Auch wenn es dann plötzlich Schwinger, die dann gleich. Vielleicht das ist ein Nationalturner-Wettkampf. Aber wegen dem bleiben es noch gleich Senenschwinger. Ja, und die Senenschwinger, das hat traditionell immer das gleiche Hemmli. Also die gleiche Farbe, das entscheiden wir mal einmal. Wie war das bei dir? Ja, bei der Bioben habe ich mich da noch nicht festgelegt. Da hat man auch die Beine zum Schrank ausgenommen. Bei der Aktive habe ich eigentlich schon immer die gleichen Sorten Hemmli. Was halt noch ein bisschen dazukommen ist. Man hat dann auch so ein bisschen die Atmungsaktiver gehabt. Es ist ja gerade viel angenehmer gewesen. Die Schwinge, gerade wenn es dann so heiss war. Ja, aber sonst war die Farbe und das Muster immer gleich. Hat das auch ein bisschen mit Aberglauben zu tun? Ja, nein. Auch bei mir. Es gibt schon Leute, die die gleichen Socken und immer alles gleich machen. Die kann kennen, wenn ich ein frisches Hemmli kaufte. Dann habe ich das am Sonntag das erste Mal anlegt an einem wichtigen Schwingfest. Das hat mir nicht viel angetroffen. Ich weiss, die haben das zuerst mit frischen Gio zuerst ein bisschen einschwingen. Zuerst ein paar Mal im Training. Nach den kleineren Wettkämpfen. Und dann den grossen. Gleich immer nur die alten Gio. Und für mich war das eigentlich mein Thema. Ja, und der Gang, der dürfte ja auch gestellt ausgehen. Da hat es der Urner noch probiert am Boden, aber ist nicht zum Resultat gekommen. Ich habe hier gesehen, dass er es mit dem Armhebel probiert. Aber Reto hat sich hier geschickt gewährt. Fankhaus, Reto, Murer, Andi. Auch für diese beiden gibt es im Anschlingen hier auf den Regie entgestellten. Und da sehen wir noch die Noten. Beide kommen das 8-7-5 über. Und da sehen wir noch die Arena reinläufen. Und da sehen wir das nächste Duell. Schuler Philipp, der hier schon gewinnt. Einen Blitzstart gegen den Strebel. Joel gegen den Sieger des Autoner Kantonalen, der das nachsehen hat. Jawohl. Wunderschön, wenn er da mit Kurzfürstich zum Boden bringt und gerade am Boden fertig machen kann. So kann er sich das erste Sieg kreuzeln schreiben. Da mit dem 9-7-5. Der Schuler Philipp, der Bruder vom Schuler Christian, den wir dann später noch sehen, den wir heute auch im Interview schon gesehen haben. Das ist also ein super Start für den Schwinger aus dem Roten Turm. Sicher die richtige Taktik gewählt jetzt da. Er ist gerade auf Dutty gegangen. Man sieht vielfach etwas mehr anwarten. Und hat sicher so den Strebel Joel überraschen können. Hier haben wir es gesehen. Die wunderschöne Arena auf der Regie. Es dürften auch heute wieder um die 5'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sein. Und das nächste Duell. Am Bühl, Joel. Hergiswil bei Willisau. Gegen den Bieri Christoph aus Unterseggental. Der Nord-West-Schweizer Gast aus dem Aargau. Der Bieri Christoph, der heute die Chance hat, 100. Kranz zu holen. Bis jetzt 99 Kranz geholt. Das ist sicher ein bisschen sein Zielhit. Am Bühl, Joel. Einer von den innen Garten. Aufstrebenden Innerschweizer. Einer, der dem Innerschweizer Schwingfest machte einen sehr starken Eindruck. Dort hat auch den Kranz gewonnen. Und wenn wir schon bei den Hämmchen sind, der Bieri Christoph, sein Markenzeichen, ist sein weinroter Schwingerhämmchen, das wir hier sehen. Und jetzt wieder zwei Griffschwinger. Auf Raum vom Stand probieren. Am Bühl, Joel, der natürlich das ja das grosse Ziel hat, ebenfalls zum Eidgenosse zu werden, am Eidgenössischen Zug. Das hat der Bieri Christoph schon dreimal geschafft. Er ist dreifacher Eidgenosse. Wir haben angesprochen, wenn man bei diesem 100er-Klub ist, der 100. Kranz gewinnt, kann gewinnen, dann gewinnen wir zu den ganz Bösen im Schwimmsport. Ja, das ist ja so. Das zeigt auch, dass man, es braucht über Jahre konstant, es braucht noch ein wenig Glück mit den Verletzungen, dass man nicht weiss, wie grobe Verletzungen er hat. Das ist sicher eine Meisterleistung, diese 100-Klätze. Hier kommt Führstich vom Pieri Christoph. Das probiert er jetzt hier am Boden. Der Sergei hat den Griff allerdings den Platz relativ Platzrand gerade nachgedritten, aber das probiert er hier wieder. Jawohl. Kommt zum Resultat. Hier gewinnt der Gast aus dem Aargau am Boden gegen Am Bühl, Joel. Der Schwinger aus Ergiswil, bei Wilisau, startet hier also mit einer Niederlage. Ja, zuerst ein wenig Subtasten und jetzt den wunderschönen Führstich hier vom Pieri Christoph und die Lata Drabi, Joel am Boden nimmt man daraus und kann so so giltige Resultate übertrücken. Hier sehen wir Noten, für den Sieg gibt es 9-7-5. Also kein Plattwurf, das wird ein 10 geben. Er hat also am Boden alles klar gemacht. Und da ist unser nächstes Duell der Glockner Philipp gegen Leupi Samir, der Gast vom Nord-Ost-Schweizer Schwingerland, der Sittichreizbeamte aus Winterthur, den wir ebenfalls am Inderschweizer Einsatz gesehen haben. Ja, dort der Inderschweizer ist ihm nicht wunschgemäss gelaufen, in die ersten drei Gänge ist er gar nicht so richtig in den Schwing fest hineinkommen, hat nachher noch die vier, fünf, sechs Gang gewonnen, aber hat gar nicht mehr können, nur krank zu schwingen, wenn er am Morgen ein bisschen geschlafen hat. Auf jeden Fall hat er eine Stunde länger schlafen können. Gut, vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Anreise gegeben, aber hier ist ja erst das Anstrengen am halben neun, im Gegensatz zum Inderschweizer wo es schon halbe Achte losgegangen ist. Ja, das ist so, aber man hat halt den Weg mit dem Bandchen, den man hat, der relativ lang ist, noch hier auf der IGU rauf. Noch etwas an wäre, das sicher einer der besseren Nicht-Eigenossen ist. Sicher sein Ziel wird sein, den dritten Sternchen zu holen. Das Duell hat es vor acht Jahren schon mal gegeben, zwischen Glockner und Leupi, nämlich auf der Schwägalp oben, und dort hat der Mann von Roosweil gewinnen können. Jetzt der hinteren Haken vom Glocknerp von Glocknerp von Samir schon Platzrand Ich kann Ihnen auch zeigen, solange es um die Licht ist. Das ist echt Debate. Jaja. Also da nichts gesagt. Der Eifert hier ein bisschen am vornebenchen. Das ist ein kurzes Versuch, aber gerade der Konter vom Glocknerp Philipp. Hier hat der Kampfrichter Haltgriff gehabt. Hier hat der Kampfrichter Haltgriff gehabt. Hier hat man manchmal eine Vorsichtsmassnahme, wenn es gegen den Platz rausgeht. Wie das hier verletzt ist, da sieht man auch, wie etwas an mir rauf fährt. Das ist ja auch ein Bergkranzer, aber noch nicht. Der Glocknerpilip hier auf der Rigi hat bis jetzt zwei schweigalbe Kränze in seiner Karriere. Es ist sicher das Ziel, dass er hier erst Rigi Kranz kämpfen kann. Ja und auf das nächste Duell freuen wir uns natürlich auch. Ganz besonders. Wir haben einen König hier auf der Königin der Berge. Der Fahrer Arnold. Ja, das ist schon 18 Jahre her, das Nioh in 2001, wo er den Königstitel gewonnen hat. Er dann hier im nächsten Duell gegen Dimo van Dini einsetzt. Ja, die zwei dient sich da gegenseitig ein wenig neutralisieren. Ja, es ist alles ein wenig enger auf der Rigi Abenau. Auch da bei uns die Kommentatoren, links von uns die Kommentatoren auf unseren Kollegen vom Schweizer Fernseher, rechts. Philipp Breit vom Radipilatis während es dort die Entscheidung gibt es für Loipi. In einem wunderbaren inneren Haken. Philipp hat kurz angezogen. Loipi Samir kommt mit einem inneren Haken und kann Platis sag mal betten. Also er hat hier Remasch genommen. Gerade mit einem Zähne kann er da super in den Tag rein starten. Remasch für seine Niederlage auf der Schweigalb 2011. Ja, ich habe Platzverhältnis angesprochen. Eben alles ein wenig enger auf der Rigi. Nicht nur bei uns die Kommentatoren, sondern auch auf den Plätzen. Es gibt nur drei Plätze während wir hier den Alpiger Nick den Sieger vom Innerschweizer vor einer Woche zu flühen. Der Überraschungsmann. Vielleicht überrascht er uns auch heute wieder da auf der Rigi. Auf jeden Fall ist er parat. Das haben wir vor einer Woche gesehen. Ja, Platzverhältnis habe ich angesprochen. Merkt man das als Schwinger? Dass eben der Sagmell-Ring gerade nebenzu ein wenig näher ist als an einem Innerschweizer zum Beispiel. Ja, es ist halt vielfach wie weit weg, als die Zuschauer sind, wie schwieriger ist, als die Stimmung entsteht. Weil bis das und da wo es so nahe ist, wo man teilweise bei den Zuschauer auf die Füsse herunterrollt, oder wenn es ein wenig näher geht, wo an einem Innerschweizer sind da vielleicht 7-8 Meter, wo jetzt da gerade so bei den nächsten 1 Meter ist. Also das merkt man schon. Und darum sind die Schwingfests meistens von der Stimmung her eben schon ein wenig besser. Oder ich sage, es ist einfach die bessere Stimmung. Es kommt viel besser rüber. Es ist manchmal auch ein bisschen schwieriger. Ich denke, auch für Kampfrichter, wenn es ein wenig näher muss stehen, ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger. Mit einem Innerschweizer, wo sie relativ viel Platz haben. Und ja, man darf ja nicht immer zu genau anhören, was das Publikum sagt oder feiern rief. Und unsere Augen sind gerichtet auf Platz 3, auf das nächste Duell. Vorher Arnold, der König gegen Imhof. Andi, der Sieger von Rigi Schwingert 2014. Ja, der Inho Fandi, der die Rigi 2014 kennengelernt hat. Hier schon drei Kränze geholt hat. Vorher Arnold, der schon fünf Rigi-Kränze hat. das Duell von Routini hier. Vorher Arnold, der es da probiert. Aber der Inho Fandi, der ihn da probiert, auf Distanz hat, selber in den Gammel reingeht. 147 Kränze. Vorher Arnold, 147 Kränze. Also der könnte, da kann man zusammenrechnen, 147 Kränze, obwohl 6-1 genössisch sind. Also der könnte das grosse Kunststück schaffen, in seiner Karriere auf 150 Kränze kommen. Ja, das ist eine wahnsinnige Leistung. Jetzt hat er letzte Saison die ganz mehr oder weniger verpasst. Äh, ist jetzt wieder zurückgekommen. Ich steune. Also ich wärme Kleidung in diesem Alter noch. Ja, haut ab vor der Leistung. Die Jungen schlafen nicht. Sie sind umso motivierterer, gerade wenn man dann noch ein wenig angeschlagen ist. Macht das Ganze nicht einfacher. Ja, und auch mit seinen 147 Kränzen ist er jetzt schon der erfolgreichste Kranzschwinger der Geschichte. Er hat es mit Kreizgriff probiert, aber der Andi hat er da auch keinen auf Distanz. Das ist sicher sehr wichtig, sonst wenn er da am Kreiz ist. Kann sehr gefährlich werden für den Gegner. Jetzt haben wir die Beinarbeit. die Beinarbeit. Ja, was denkst du Peter? Der Fahrer Arnold, eben drei Kränze braucht er noch. Aber der Fahrer Arnold, die ist jetzt doch schon 40. Schafft er das noch, die 150? Ja, ich denke, jetzt hat er noch vier Chancen. Also heute noch Weissenstein ist wegen Alp und Eidgenässig. Es wird sehr hart. Es hat erst geheiss, Ende Saisontage runterfahren. Jetzt ist die Frage, macht er, wenn er sie nicht hat, noch weiter? Ja, wenn er nächstes Jahr noch anhängt, sollte das machbar sein. Wichtig ist einfach eine Gesundheit. Weil wenn eine Gesundheit dann nicht ist und man nicht so trainieren kann, wird es halt gleich hart. Und es muss jeden Kranz zuerst gemacht sein. Und einteilt wird er halt nach wie vor euch. So ein wenig wie eine Kenne. Das ist einfach so. Es wird kein Kranz geschenkt. Von eurem Vormelde nicht. Hier denke ich, das hier wird schwierig. Und wenn er nächste Saison noch dran hängt, dann hat er keine Chance, sonst kann er es holen. Also es ist ja nicht gedeilt, es ist der Burghalter Stefan, der 45-jährige Schwing-Dinosaurier. Er ist ebenfalls hier auf der Rigi mitten dabei und im Zusammenhang dann auch noch im Einsatz hier verplatzt er. Jetzt der Gamma vom Vorher, Drinho Fandi, der jetzt mit kurz gekontert hat. Aber Neldi hat sich da noch ausdrehen. Und die beiden kennen sich, haben besitzt ihre Karriere schon viermal gegeneinander geschwungen. Und im Imhof ist es noch nie gelungen, den Vorher auf den Rücken zu legen. Dreimal haben sie gestellt und einmal hat der Vorher gewonnen. Das wäre jetzt das Freisideal, wenn es da der erste Sieg gibt für den Imhof gegen Vorneldi für Eiss aus innerschweizer Sicht. Aber der Gang geht jetzt noch eineinhalb Minuten, sonst sollte es da schon noch etwas gehen, wenn so eine Guillotinote weint oder da nur wirklich einen mit dem Sieg Sieg holen. Ja, dass eben ein 9 überkommst bei einem Gestellten musst du doch einiges riskieren und für den Sieg machen, dass du das bekommst. Ja, das ist nicht einfach gerade so. Nur mit dem einmal zweimal probieren reicht es nicht. Es sollte so ein bisschen laut regulativ ein bisschen technisch hochstehender Gang sein sich zu bestreben von beiden. relativ zackig greifen. Ja, wir haben es gehört vom Platzkampfrichter noch eine Minute dauert diesen Kampf und Sie sehen es eingeblendet aber unsere Uhr, diese sechs Minuten immer genau mit dabei. Da sind sie bestens informiert. Ja, jetzt ein Kurzversee auch vom Imhof-Andi der Vor-Meldi der das Kreiz gekriegt hat. Jetzt wieder jetzt der Andi der mit kurz probiert und der Vor-Meldi hat da mit Kreiz Griff den Imhof-Andi bezwingen können. Also der Schwinger-König von 2'000 und 1 startet mit einem Sieg und im Imhof gelingt es einfach nicht gegen den Vor-Meldi zu gewinnen. Ja, vielleicht doch eine kleine Überraschung. Ja, die zwei gehen zum nächsten Platz Mitte. Ich weiss jetzt gerade nicht, was es war. Also Sie schauen da beide etwas verdutzt. Also hat das Resultat doch nicht gegeben. Zuerst hat er es eigentlich angezeigt. Ja, es kann halt sein, dass es kein Hose-Greif ist. Das ist halt etwas, das den Platzkampfrichter manchmal nicht sehen kann, weil er sich konzentrieren als Resultat. Und dann kann es halt sein, dass sie am Tisch sagen, er hat keinen Griff gehabt. Und dann ist es so, dann müssen sie wieder frisch greifen. Aber der Platzkampfrichter hat es ganz klar angezeigt. Also sind wir da schon ein bisschen zu euphorisch gewesen. Wir haben uns auf den Platzkampfrichter verlassen, aber die am Tisch. Ich denke, wir haben... Jetzt haben wir gerade mitbekommen, der Vor-Meldi hat keinen Griff gehabt. Das ist das, was wir jetzt auch nicht gesehen haben. Weder Platzkampfrichter auch nicht. Und für das sind halt die zwei am Tisch noch da. Und jetzt ist der Kampf gestellt. Ja, da sehen wir es jetzt. Da sehen wir es. Kein Hosegriff. Vor-Meldi hat keinen Hosegriff. Und... Trimofandi hat schon Griff gehabt. Aber das technische Regulativ sagt, der Schwung ausführende. Und das ist der... Vor-Meldi muss das Hosegriff haben. Und darum ist es eigentlich... der richtige Entscheidung war die richtige Entscheidung. Ja. Das ist für einen Platzkampfrichter sehr schwierig, wenn es von ihm weggeht. Und da hat man jetzt wunderbar gesehen, wie das Sammenspiel mit einem Tischli funktioniert hat. Und es braucht manchmal auch noch etwas mehr. zu sagen, dass er keinen Hosegriff hatte. Das sehen die wenigsten. Ja und der König natürlich immer noch ein gefragter Mann, wenn es auch um die Autogramme geht. Und da machen sich die nächsten beiden Parade. Kuster, Marcel gegen Schuler, Alex Tapizeller gegen den Cousin vom Schuler Christian und vom Schuler Philipp. Der Alex, der bis jetzt Eingekränze hat. Der hat ihn 2016 geholt. Das ist im gleichen Jahr, als er den Eingekränos geholt hat. Kuster, Marcel, der noch keine Eingekränze hat. Sicher wird das heute sein Ziel sein. Eingekränze noch zu holen. Schwingner aus dem Apizell. Der Kuster Marcel für den Schwingklub Geiss schwingt. Und der Schuler Alex von Roteturm. Ja, die beiden haben sich 2017 schon gesehen. Am unspunnen festes Interlaken. Da hat der Nord-Ost-Schweizer gewinnen können gegen den Innerschweizer. Und vorhin haben wir gerade den Möldi Vorher, der König an der Arbeit gesehen. Und er ist jetzt bei Fabian Kreibühl im Winter. Möldi Vorher, der Gestellte gegen Andi Imhof beim Anschwingen. Das war eine spezielle Situation. Wir hatten schon gemeint, du hättest gewonnen. Dann gleich noch mal rein. Wie hast du ihn? Ja, das war das Problem. Als wir gerollt haben, habe ich im Moment den Griff verloren. Ich gerolle nie. Oder er gerollt ein. Ich rutsche wieder runter. Mit der Hand eigentlich den Griff. In diesem Moment trölle ich hier drüber. Sie sehen es ein. Ich habe keinen Griff. Trölle aber auf die andere Seite und rutsche aber runter. Und dann ziehe ich ihn an. Oder ziehe ihn runter. In diesem Moment, wo ich ziehe, hatte ich aber die Hand an der Hose noch nicht. Aber Sie zwei können es nicht mehr sehen. Weil ich mich tröllte. Und ja, scheisse gelaufen halt. Scheisse gelaufen. Kein Hosegriff. Eben nachher das Verdick noch mal rein müssen. Gestellte. Das Ziel von dir, klar. 148 ins Kranz da. Wie schwierig wird das für dich? Was denkst du heute auf der Regie? Ja, das ist ein Problem. Der erste gewinnt. Du bist nicht mehr in den Spitzengegner. Das heisst nicht mehr als Spitzengegner. Nicht mehr als Eingenossen. Du gewinnst jemanden, der der erste gewonnen hat. Also sprich, dann musst du dich nur stillen. Und so wird er total zack. Trotzdem. Toi Toi Toi, Naldi. Ja, es wurmt ihn ein wenig. Der Naldi. Ja, das ist logisch. Wenn er da mit einem Plattwurf starten kann, den hat er gegenüber von den... Weil viele Spitzengegänge halt an Goitsch gestellt. Und das hat er schon ein wenig spatzig. Und ja, jetzt ist er halt vom ersten Gang an den Zugzwang. Das macht es nicht einfacher. Und wie er gesagt hat, du hast so ein wenig Gegner, die erst gewonnen haben. Oder die halt den Punkt mehr haben. Das macht es noch ein wenig schwieriger. Und ja, das ist ein wenig so. halt mit dem Hosegriff. Ja, man hat es noch in der Zeit die Lupe schon gesehen, dass er keinen Hosegriff gehabt hat. Und dann, ja, einfach die Hand auf den Hosen legen. ja, das steht ein fester Griff. An den Hosen. Man darf auch nicht... Man darf auch nicht einfach den Hosen nachfahren. Und dann sehen wir auch herrliche Bilder, wie der Kuster Marcel hier der Schiller Alex bearbeitet hat. Der hat jetzt gerade Drogisch rausspielen. Kuster Marcel, der am Boden sehr stark ist, hat jetzt hier mit dem Mingermurks bearbeitet. Ja, der Schiller Alex, der sich aber da hat wunderbar aus dieser Affäre herausziehen können. Und dann hat jetzt der Platzkampfrichter um Erlaubnis bieten. Das man darf nicht einfach an Drog. Man muss wirklich schnell fragen. Und nur im Fall, dass man wirklich das Agmell verwischt. Man kann nicht einfach schnell sagen, ja, das mag ich immer so, das möchte ich schnell an Drog. Das geht nicht. Ist aber auch meistens nicht das Problem. Da hat man es jetzt gesehen, wenn er das Agmell drin hat. Und dann ist es einfach zum Schnurfen auch nicht gegeben, wenn er die Vahre hinten abgeraden hat. Und wir können jetzt schnell da raus spielen. Ja, und er ist immer noch am Brunnen. Also er hat ein bisschen ein grosses Problem mit dem Agmell. Er hat sogar noch entweder der Nasenblieh oder die Lippen aufgeschlagen, das kann es halt auch immer geben. Und dann ist er da wieder bereit, geht wieder in den Platz raus. Da ist jetzt auch die Zeit gestoppt worden. Sonst wird die Zeit nicht gestoppt beim Greifen, wenn er da irgendein ein Problem hat. Ein schneller Drog. Mios mit der Erlaubnis Sauberkunft vom Kampfrichter. Der wird eigentlich Zeit angehalten. Und wird dann wieder weitergemacht. Oder wenn einer einen verletzungsbedingten Unterbruch hat, ist das dasselbe. jetzt ein kurzes Versuch vom Chiller Alex. Jetzt wieder in der Flanke. Platz 1 hat gerade der Kampfaufruf der Rot-Martin und der Blicker Michael. Ja, wie gehst du mit dem um? Wenn eben Sackmelfe möchtest, dann ist es vielleicht noch nicht optimal. Jetzt musst du das irgendwie verarbeiten oder verdrängen. Das musst du verdrängen und ausblenden, wenn du den Schlag verwitschst, es kommt ein bisschen der Fall, wo du den Schlag hast, wenn du manchmal einen rechten Schlag auf den Kopf verwitschst, dann bist du vielleicht wirklich schnell Weller dran, wenn du vielleicht unterbrichst und schnell 10 Minuten eine Viertelstunde Pause machst. Dann gehen dann zwei andere raus schwingen. Die nächsten. Und dann kann man dann den Gang wieder fortsetzen. Und dann macht es dann schon Sinn. Wenn man dann leicht benommen ist, dann geht es dann auch nicht mehr. Aber es ist für beide schwierig, wenn der Gegner man so wartet draussen, kann nicht, er darf dann nicht einfach drucken, weil der andere ist. Ja, also von dem her, ist es für beide die Situation nicht einfach. die Konzentration hier oben zu behalten. Wie schnell es weitergeht, wenn man schnell so 10 Minuten zur Asapen fahren darf man nicht, sonst wieder rauf zu fahren wird schwierig. Jetzt sehen wir in der Kurzversorg vom Alex, die Knell-Parade, wunderschön, vom Marcel. Sieger Platz 1, Rot-Martin. Der Gang geht nicht mehr ganze Minuten. Die Knell wird nicht mehr weiter. Die Knell wird nicht mehr Die Knell wird nicht mehr weiter. Eine Minute. im Reifen. Seien sich noch vorwärts machen, beim greifen, gibt es noch einen Zug, der bei Marcel losgelassen hat. Es wird es schwierig, dass es eine Entscheidung gibt. Auf den Gang wird jetzt gestellt. Jetzt ist es noch ein Führerstichversuch von Kuster Marcel. Es läuft immer noch, aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist der Gang gestellt. Also kein Sieger im Duell. Kuster Marcel gegen Schuler Alex. Wie es ist die Zeit schon abgelaufen gewesen. Dort ist manchmal so etwas, wenn der Kampfrichter den Kampf wieder frei gibt. Es ist natürlich nicht ein synchronisierter Eisohr mit der Kampfrichterohr. Darum kann es hier schon ein bisschen unterzählen. Nicht die Fernsehohr, sondern die Kampfrichterohr. So ist es. Der Unterbruch war ja schon. Und dann haben die Kampfrichter vielleicht später wieder die Zeit laufen. Jetzt kommt hier gleich noch ein Blättchen serviert rüber. vom Mühlistein Matthias, vom Vater von Mühlistein Maik. Besten Dank. Ja, den Mühlistein Maik, den wir heute nicht auf den Rigi sehen. Leider sagen, weil er ist Gast am Südwestschweizer Elfenwahlsfest. Ja, das ist herrlich, wenn wir da verplegt werden. Das Kaffee haben wir auch schon bekommen. Und hier schon das nächste Duell. Burghalter-Stefan und 45-jährige Thurgauer gegen den saupigen René vom schlimmen Club Saurental. Der Walshien mit dem Koldiztio heute aus dem Thurgau. Superer René, der letztes Jahr verletzungsbedingt gefällt hat. Dieses Jahr schon drei Rangschwingfest gewonnen hat. Also er ist recht geode Form, hat auch die Kränze vorweg gemacht. Da bin ich gespannt. Ich denke, der Burghalter-Stefan wird eh auf Abarten schwingen. Der René, der die Entscheidung wird zu Jochen. Burghalter-Stefan, der uns aber gezeigt hat, diese Saison nach wie vor gefährlich im Kontrisch. Er ist ein bisschen verteidigungsstarker Schwinger. Ich denke, er wird auch in den Hinnengang in den letzten Sekunden. Nur wenn ein Geode kommt, wie sie zum NOS auch gezeigt hat. Er hat die Kränze in den letzten Sekunden noch geholfen. Und das ist halt schon ein bisschen... Zuerst muss man es fast nicht verlieren, bevor man gewinnen kann. Man sagt, die Hände schon ja schwingend ein bisschen vorwarten. Aber ja, er verliert auch nicht gerade. Und von daher kann er auch schon hinten raus den Gang plötzlich gewinnen. Ja, der Burghalter-Stefan eine ganz spezielle Geschichte. Er schwingt eigentlich nur noch wegen seinem Sohn, weil er das grosse Ziel hat, mit seinem Sohn Thomas am Eidgenössischen zusammen anzutreten. Das wäre dann auch eine Premiere. Da sehen wir den von Abengi bei den Vorbereitungen. Der Burghalter-Stefan, der 45-Jährige, mit seinem bald 16-jährigen Sohn Thomas am Eidgenössischen. Das hätte es noch nie gegeben. Ja, ich denke, das wird... Wenn er das wirklich möchte, muss er noch weitermachen. Da sehen wir jetzt wunderschön, wie er... Da ist die Entscheidung für den Burghalter. Ja, unglaublich. Der Oldi gewinnt gegen Suppiger. Ja, ein bisschen mit seinem Spezial kurzereckt vor hinein. Und wenn der Gegner zieht, legt er unten einfach an den Oberarm und dreht einfach in den Boden hinein. Es wäre wunderschön, wenn er da hätte kennen, den Suppiger. Rene bezwingen. Und das gibt natürlich eine Szene für den Burghalter Stefan. Vor zwei Jahren haben sie zusammen noch gestellt auf den Rigi. Und jetzt also der Sieg. Fankhauser-Erich gegen Notz-Benny. Da geht es Schlag auf Schlag auf Platz 3. Der Frankhauser und sein Bruder Ritter vor einem Einsatz gesehen. Er aus Mäntlburg, aus Hasley gegen den Durgauer Gast, der 35-Jährige. Jetzt ein Übersprung für Sie auch vom Erich da. Notz-Benny hat sich aber da können schön umdrehen. Und Sie müssen den Platz mittein wieder greifen. Notz-Benny, der bis jetzt noch der Rigi Kranz hat. Sicher für sein Ziel heute den Kranz zu holen. Wut! 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 Ich erinnere mich jetzt. Zweirige Kranz geholt, 2016, letztes Jahr da. Jetzt ein innerer Haken vom Fankhauser-Erich. Der Schlunkversuch des Notz-Benny, aber Erich kann ihn fixieren. Wir versuchen jetzt den Boden zu überdrücken. Und da ist das Resultat. Sieg für den Fankhauser Erich gegen den Notz-Benny. Vor 11 Jahren haben sie den Rigi noch gestellt. Und jetzt also den Sieg für den Luzern. Hier sehen wir schön wie er die Abbremse am Boden, dass er noch am Boden schön weitermachen kann. Jetzt hier den Kopf fixiert. Und jetzt den Druck vorne draufgibt. Jawohl. Das war schon Resultat. Wunderbarer Sieg von Fankhauser Erich. Sicher für die Innerschweizer wichtig, dass wir jetzt hier eine Spitzenpaarung von einem Sieg haben. Das ist der Philipp, der noch gewonnen hat. Aber sonst ist es für die Innerschweizer jetzt noch nicht so gelaufen. Jetzt sind wir gespannt auf die nächste Paarung. Ja, und die heisst Fona Benji gegen Reichen Roger. Der Fona Benji, der Turnerschwinger aus Gieswil. Einen bekannten Schwinger. Und Sie natürlich kennen kleine Zuschauerinnen und Zuschauer. Gegen den Gast aus Mollis aus dem Planerland. Einen bekannten Schwinger. Ja, der Reichen Roger. Er ist ein bisschen am eidgenössischen Simulierer. Er war gestern im Klöntal, am Bergschwingert im Einsatz. Er hat mit sechs gewinnigen Gang gewonnen. Also er ist aber jetzt der Fona Benji gerade mit einem Gamma. Und er hat versucht Reichen Roger zu gewinnen. Und er sieht es wunderschön, wenn er die Eiffen anhängt. Er kann ihn gerade nicht fixieren. Also an der Fona Benji ist hellwach. Gleich wie mit dem Innerschweizer letzte Woche. Der Kurzversehr auch vom Reichen. Ja, und das eidgenössische Simulierer, das du ansprichst. Das eidgenössische, das ja zwei Tage geht. Er hat dann acht Gänge, jeweils vier pro Tag. Aber jetzt hat er natürlich gestern auch sechs Gänge gemacht. Heute nochmal sechs. Also das ist dann gerade noch ein bisschen mehr in Belastung. Ja, körperlich unter Umständen. Aber psychisch ist es... Was macht man mit der Wartezeit? Man hat viel mehr Wartezeit zwischen den Gängen und Eidgenössischen. Und das kann, je nachdem jemand, der viel studiert, ... 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 oder die noch verarbeitet, kann es eben auch noch ein Nachteil sein. Und diese Belastung ist dann schon relativ heim und eigenes. Es ist ein Cv2 zwischen den Gängen. Es kann sein, man hat ein Dreier fertig geschwungen. Es kann sein, man hat erst ein Vierier fertig geschwungen. Was macht man noch bis zum Nachtessen? Ja, das ist auch noch eine schwierige Situation. Jetzt wieder ein Knallstich von Benji und kann ihn hier bezwingen. Er kommt zum Resultat. Sieg auch wieder für einen Innerschweizer hier im Duell gegen einen Gastschwinger, den Fona Benji, der hier optimal in die Tage startet. Er ist sicher für den Benji jetzt wieder wichtig gewesen, dass er wirklich jetzt hier nachknüpfen konnte. Das zeigt uns jetzt, dass es nicht einfach wieder nur ein kurzes Lebenszeichen war vom Benji im Innerschweizer. Er hatte Anfangsjahr kerperlich Probleme, mit Zerrungen zu kämpfen. Und das ist halt das Hemd dergleichen. Und jetzt ist er wirklich schmerzfrei im Innerschweizer. Man sieht ganz anders geschwungen, als er nur den Kantonalen hat. Also wirklich jetzt hier wieder nachknüpfen, der Leistung. Ich denke, wir werden den Hit noch mehr hier sehen. Kindlimann Fabian. Der Nordostschweizer gegen Shortenberger Sven. Der Rigi-Sieger vor zwei Jahren. Er ist sicher ein sehr unbequemer Gegner, den man jetzt hier wieder sieht, den er da mit dem Kopf in die Brust hinein schiesst. Er ist ein relativ ruhiger Schwinger. Und eben sehr ein unbequemer, meistens auch in der Defensive. Und sicher ein Gegner, der schwierig ist zu bezwingen. Ja, zweimal haben sie schon gegeneinander geschwungen, zweimal gestellt. Und wenn er hier in den Geschichtsbüchern des Rigi Schwingfest blättert, dann sehen wir 2012, also vor sieben Jahren, ist das Duell ebenfalls das Duell beim Anschwingen gewesen. Ja, der Shortenberger hat sich sicher auf den Gang einstellen. Er weiss, wie er schwingt. Er ist aber auch einer, der solche Gegner bezwingen kann. Der Shortenberger Sven. Er lässt sich da nicht einen solchen Eindruck haben, wenn es jetzt nur ein bisschen Bräucher ziehen und her geht. Er bleibt Rjovic. Sücht, Sücht. Die Entscheidung in seinen Griff. Er kann aber auch ein bisschen aus den Griff schwingen. Er ist nicht da, dass er jetzt explizit der Griff schwingen ist. Er kann ein bisschen aus jeder Situation raus. Ich finde, was das hier sehr clever macht, der Shortenberger ein bisschen auf die Stanz hat. Sonst ist halt Shortenberger ein sehr gefährliches, weil der Gegner ein bisschen ziehen kann. Sieger Platz 1, Marcel Bölleri. Ja, der Kindlimann Fabian und der 28-Jährige Landwirth aus Dürnten im Kanton Zürich. Der Nordostschweizer Gast. Ja, er müht sich das ein bisschen ab mit dem Shortenberger-Srennen und auch umgekehrt. Ja, das ist sicher nicht der attraktive Gang, aber es ist auch schwierig, immer nur die attraktiven Gänge. Es gibt auch andere. Der Shortenberger probiert uns ins Kreuz. Aber der Kindlimann, der jetzt den Kopf eingestellt hat, ist relativ schwierig. Und der Shortenberger nicht in den Griff lassen kann. Wenn du jetzt da gegeneinander schwingst, und ich habe es vor sieben Jahren angesprochen, vor sieben Jahren sind die beiden auch im Anschwingen aufeinander getroffen. Weisst du das noch? Ja, sieben Jahre. Ja, wisst ihr es schon noch. Aber ich denke, das ist ja auch nicht mehr ganz. Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Es werden sich beide entwickelt. Also es kann unter Umständen denselben. Es gibt einen ganz anderen Gang. Auch der da ist jetzt halt klar. Ich meine, der Kindlimann Fabian ist sicher das Ziel, dass er nicht verliert. Er ist eher in der Defensive eingestellt. Er zieht sein Konzept ein wenig durch. Aber das ist... Ich denke, der Shortenberger hat das so gewusst, dass der Kindlimann Fabian jetzt nicht auf den Sieg schwingt. Er hat sich so einstellen können. Was ist dir persönlich besser gelegen? Einer, der einfach nicht viel gemacht hat, der versucht hat, vielleicht auf einen gestellten, oder einer, der eben angriffen hat? Nein, schon sicher einer, der angriffen hat. Es gibt immer einen schöneren Gang und wenn man einen verliert, oder wenn man stellt, ein Nini, dann braucht es halt schon beide dazu, für einen Nini Gang. Wenn du den ganzen Defensive hast, mit dem gerade offenen Messer will es schon nicht laufen, oder? Ich habe mit dem Kindlimann auf den Riggi angeschwungen hingestellt. Bei 2010 war das. Dann habe ich mit dem E-Genestischen gestellt, mit dem Mund 1 habe ich aber auch gewonnen am NOS. Also, ja... Es ist mir schon besser gelegen, wenn ich einen Griffschwinger nicht ganz der Defensive eingestellt habe. Da kommt es auch noch darauf an, wie die Postur ist vom Defensive eingestellt. Der Kindlimann hat eigentlich eine relativ schöne Postur. Es ist auch für den Schurtenberger schwierig einsatz kerperlich zu steuern. Und das eine ist, wo das Lichtgewicht ist und die Defensive ist. Kann man manchmal mit der mit der Gewalt, wie man sagt, noch etwas ausrichten. Aber es ist halt halt schon eher schwierig, weil kerperlich ist der Kindlimann nicht viel weniger als der Schurtenberger. Ja, gefällt das Rezept noch der Sven Schurtenberger, der Luzerner aus Budi Salz da den Gast aus dem Kanton Zürich noch verrückt zu legen. Viel Zeit bleibt er nicht mehr. Noch wenige Sekunden in diesem Kampf. Ja, jetzt werden sie frisch greifen und... Ja, dann schüttelt den Kopf. Ja, du kannst nicht so viel machen, wenn du die Kindlimann wirklich so defensiv eingestellt bist, dann kannst du einfach nicht dran nehmen, oder? Und das ganz letzte Risiko geht der Schurte auch nicht in, wenn er verliert ist. Ja, und so ist der Gang jetzt gestellt. Ja, ich denke, ohne nimmenswerte Chancen von beiden Seiten, oder? Ich denke, 1-2 würde ich da ein bisschen im Kopf kassiert haben. Ja, er ist nicht zufrieden. Er schüttelt den Kopf, hadert vielleicht ein bisschen auch mit seinem eigenen Schicksal da, mit dem Gestellten müssen anzufangen auf der Riga. Ich denke, für ihn ist es wichtig, den Gang zu vergessen, aber er muss nicht mehr demonstrieren. Das ist vorbei, oder? Er kommt noch 5. Er kann noch 5 gewinnen, dann ist er am Abend gleich zuvor. Ja, man darf sich den Plan auch nicht umfragen ob solche Gänge. Das ist... Das gehört auch in der Ziel. Das ist... Das... Da kann man eigentlich nicht viel machen. Wichtig ist, dass man so einen Gang abhakt, vergisst und die Vieren legt. Weil sonst kann es den einen Gang den ganzen Tag versauen. Das darf eigentlich nicht passieren. Aber ich denke, da ist der Schurtenberger Profi gewesen, ob er sich da nicht darauf hinlädt. Schuler Christian Schneider Dominic Der Schwinger aus Roteturm gegen der 25-Jährige Thurgauer der hier schon in Rücklage kommt. Da in arger Bedrängnis ist gegen Schuler Christian der vielleicht der Blitzseig arbeitet. Wunderschöner Kurzzug rund vom Schuler Christian und jetzt hier am Boden der All-Kanada die Hiltungsseite tragen. Das ist das Resultat. Also, ein Auftakt nochmals für den Schuler Christian der seinen Sieg des Vorjahres auf der Schwegalp unter Schneider Dominic gegeben. jedenfalls er wiederholt für den Schuler Christian wichtig dass er in das Fest reinkommt. Er, der diese Saison noch nicht auf die Tour kam, bis auf das Innerschweizer eine starke Leistung gezeigt hat. Das ist wichtig für den Fahrplan für das Eidgenessische für den Benji für den Krieg in der selbstvertrauen tanken. Das sind die sehr wichtige Stitzen für den Innerschweizer Schwinger Verband. Und wir kommen zur letzten Spitzenpaarung hier auf Platz 3. Ulrich Andreas, der zweifache Riggi-Sieger gegen den Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Elpenfest vor einer Woche gegen den Aargauer Gast Alpiger Nigr. Ulrich Andreas, der nicht vom durchschwingenden Schwingerverband am Riggi ist. Er schwingt bei den Mietenverbändlern, aber das Gersau gehört natürlich auch zum Riggi-Gebiet. Er ist einheimisch. Er ist der, der am meisten Riggi-Kränze hat von denen, die heute starten, nämlich 8. der vorhin zweimal hat keinen Gewinn. Jetzt sehen wir den Kurzversuch vom Alpiger Nick. Ulrich Andreas, der im Innerschweizer auch gemeldet war, musste er mit einer Grippe im Bett gelegen, hat er die Grippe schon verarbeitet. Das sehen wir jetzt. da? Ich denke, hat wie schlimm die Grippe war. Wenn er mit der Arbeit zuhause oder Bauernbetrieb zuhause zuhause kann, wie wir angestellt sind, alles zuhause 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 Reinhurt Armin Nutz B. Geisser Lars Wenn er letzten Sonntag weiss er wie der Alpiger schwingt und hat sich optimal einstellen. Ulrich Andreas hat gesagt, der auf den Rigi zweimal gewonnen hat, 2015, als er Philipp Leinbacher geschlagen hat. Und ganz speziell 2012 stand er im Schlussgang gegen Adi Leinbacher und hat dort verloren. Er war aber dann gleich 1-B. Ja, er hat dort die ersten 5 Gänge geopor geschaffen und hat sich sogar eine Niederlage leisten im Schlussgang. in die Der Alpiger, der es probiert, eine Kurz-Letzt-Kombination, so wie er eigentlich der Fono Benzzi bezwingt hätte, im Innerschweizer. Dann ist er hier wieder kurz und gerade wieder Letz abdrehen. Und jetzt der Angriff vom Alpiger. Er ist am Boden, wobei Andi ist ein Geoten-Verteidiger, aber Niki ist auch ein sehr Geoten-Boden, wo er noch nacharbeiten kann. Es ist dann sicher wichtig, dass Andi ein bisschen Luft bekommt vor, dass er sich auch nur mehr abdrehen kann. Aber der Alpiger wohne sehr geofixiert hinten, man sieht es da, jetzt probiert er den Uefenzrecken-Spalt, jetzt hat er unten auf einem Gestehens-Hosen. Ja, brenzligen sind die Situation jetzt für Ulrich Andreas hier am Boden. Ja, jetzt wieder die Kombination kurz-Letzt, die er hier Andreas zu Boden gebracht hat. So sieht es, ob er den Moment fortkam, aber der Alpiger, der sehr gegriffen hat, immer noch. Ja, jetzt ist er schon drauf gekommen. Ja, und er kommt raus und das gefällt natürlich den Innerschweizer Fans unter den knapp 5'000 Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf der Riege. Da sehen wir jetzt, wie er hier die Knallkehle probiert. Da sieht er Andi, der aber vorhin schon wieder auf dem Bauch ist, auch sehr wendig ist. So müssen wir jetzt wieder frisch greifen. Das ist ein letztes Versuch von Andi. Das ist ein Vierstich von Andi. Und er kann da der Alpiger um das Haar bezwingen. Nein, und der Platzkampfrichter, er zeigt es an, winkt ab, also kein Resultat. Sie schauen jetzt noch an den Tisch, und auch dort kein Resultat, aber man hat den Jubel schon förmlich gespürt, da auf der Riege. Ja, es ist aber der Kampfplatzkampfrichter steht, die Giotte sieht es, und sie werden frisch müssen greifen. Da haben wir jetzt gesehen, wie gefährlich das der Andi kam mit dem Vierstich, wunderschön, wie er fixiert hat. Leider hat er am Boden gerade nicht fixieren können. Der Gang geht noch etwas mehr, 1 Minute. Jetzt haben wir es gehört, er hat es den beiden Schwingern angesagt. Noch 1 Minute. Das ist eigentlich die einzige Information, die die Schwingern rüberkommen. Jetzt müssen wir die Frischmesser greifen. Der Kampfrichter sagt einfach die letzten Minuten an, und wenn er jetzt gerade nicht auf die Tour schaut, oder gerade eine brenzlige Situation ist, und es geht nur 45 Sekunden, dann muss er einfach sagen, nur 45 Sekunden, also kann er nicht sagen nur 1 Minute, und es geht nicht mehr 1 Minute. Aber sonst, nach 3 oder 4 Minuten, sagt der Kampfrichter noch nicht, wie viel es durch ist. Das hat den Schwingern meistens so klein gespürt. Und er schaut genau auf die Tour, der Platzkampfrichter. Da sehen wir es wunderschön. Kommt es nochmal zu einem Angriff, oder endet das Duell? Das Gute ist auf jeden Fall gekommen. Und jetzt ist es ein wenig, aber es ist gestellt. Also, wie schon vor 2 Jahren auf dem Stoss gibt es zwischen Ulrich-Andreas und dem Alpiger. Und jetzt ist es ein wenig. Ich denke, da werde ich jetzt ein wenig geschrieben haben. Da sind doch beide nach dem Sieg. Es haben sich beide um den Kampf gestellt. Es war niemand defensiv eingestellt. Und da gibt es gerade einen anderen Gang, als wir vorhin mit dem Schurtenberger und mit dem Kindchen gesehen haben. Und die Sieg-Chancen sind auf beiden Seiten. Es waren beide brenzlige Situationen. Ja, da haben wir samtlich das Nini. Und so sind wir echt... Und damit bleiben sowohl der Alpiger wie auch Ulrich noch im Rennen mit einem Gestellten zum Anschwingen. Und Nini können da zufrieden sein. Sie haben also beide das eine oder andere probiert, um den ersten Gang zu gewinnen. Ist mir aber nicht gelungen. Da sehen wir den wunderschönen Ausblick hinten dran. Und da Rigi Kulm und da auf Rigi Staffel mit der wunderschönen Natur-Arena und den 3-Sag-Mehl-Ringe. Und sehr gut gesetzt in diesem Jahr. Das Fest auch zuschauermässig auf Rigi, wo es immer noch etwas kühl ist. Ja, allzu warm wird es heute auch nicht werden. Etwa 12 Grad werden erwartet. Und wenn wir da die paar Wolken sehen, ist immer noch gutes Wetter. Aber es kann man schnell gehen auf den Bergen. Aber der Wetterradar sagt noch, dass das Gewitter erst später am Abend kommt. Also erst etwa so am 7.8 Uhr. Und hoffen wir, dass es auch so bleibt. Und dass wir da diesen Tag trocken über die Bühne bringen können. Ja, mit diesem wunderschönen Blick auf Rigi Kulm gehen wir ab in die Analyse zu Fabienne Bammert und zu unseren Experten. Merci vielmals an Thomas Erni und Peter im Feld für den ersten Gang. Und ich muss sagen, bei uns im Studio ist es eigentlich recht warm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns schon das eine oder andere Mal mitgefiebert haben, aufgeregt, gefreut haben. Und Ueli, dein Fazit nach dem Anschwingen ganz allgemein? Ja, es hat sicher die eine oder andere Überraschung gegeben. Es hat aber auch Defensive Gänge gegeben. Überraschend für mich ist der Sieg von Bieri Christoff. Hier über eine junge Ambition. Der Christoff, der schon länger ein bisschen Rückenbeschwerden hat und sicher nicht mehr ganz auf diesem Niveau schwingen, wie er selber früher gemacht hat. Also für ihn auch ist das sicher ein Erfolg, wenn man da am Anschwingen gewinnen kann. Dann läuft bei mir Burkhalter-Stefan mit dem Sieg. Zwei Gästenschwinger eigentlich, die hier ihr Solle erfüllen können. Gerade Burkhalter-Stefan gegen Suppe Gröné. Mit seinem zarten Alter ist das sicher schon ein Erfolg, wenn man am Anschwingen kann. Jüngere, starke Schwinger bezwingen. Die aber auch aus Innerschweizer Sicht sind erfolgreich. Fankhus Rerich von Abengi. Sehr guter Gangzeug gegen Griech und Roger. Und schlussendlich auch der Schueller Christian, der da wieder gezeigt hat, dass man mit ihm nicht zu rechnen ist. Das sind eigentlich die Gänge, die auch rausgepickt haben. Auch ein bisschen überraschend. Für mich war der Gangschüler Philipp Strebelschuel. Der Strebelschuel ist ein sehr aufgestrebender Nordwestschweizer. Er hat eigentlich schon am ersten Zug verloren. Nach einem Konter gegen Schueller Philipp. Das war für mich eine Überraschung. Und ja, halt so die taktischen Gänge. Die Oldies in Form eigentlich. Ich denke, noch der König. Der Oldie vorher gegen Ema Fanti. Zuerst war ein bisschen das Abtasten. Aber eigentlich eine sehr gute Aktion auch für Nöldi. Er hatte keinen Griff gehabt. Er hat das Resultat nicht bekommen wegen dem. Aber auch dort hat man gesehen, der Nöldi könnte noch gewinnen. Also, er ist noch zu allem fähig. Und dann haben dann Kuster Marcel Schuler, Alex Schurtenberger, das wenig Kindchen, Fabian und das halt hier. So ein bisschen Defensive Eingänge. Und der letzte Gang jetzt da, Ulrich Andreas Alderger-Nicke, war der halt auch schiefste Gang von allen Spitzengängen. Also die zwei haben nicht abgetastet. Am Anfang vielleicht ein wenig. Aber nachher dann ist der Dutti-Gang und beide Schwinger haben sie eingeschossen. Ja und vor allem diesen Gang, den schauen wir dann auch noch ein bisschen genauer an. Thomas, vielleicht kannst du noch kurz etwas dazu sagen, wie wichtig das Anschwingen ist. Wir haben es ein paar Mal gehört, wie zum Beispiel der Gang vom König, von vorne Nöldi, wo dann halt eigentlich scheint, als wäre er entschieden, dann doch nicht. Was macht das vielleicht auch noch mental, wenn man jetzt vielleicht einen gestellten oder sogar einen verlorenen Gang hätte nach dem Anschwingen? Ja, mit dem Teilnehmerfeld wird es einfach schwieriger. Es gibt halt nur noch Gewinner, oder wenn man dabei sein will. Und vor allem Nöldi, der um den Kranz will schwingen, weiss genau, die letzten Gänge sind harte Gänge für ihn. Und er, ich denke, muss seine Energie sicher sauber einteilen, dass er, wie es am Abend von voller Kräften reissen kann. Und von dem her, ist es natürlich schon wichtig, dass man den ersten Gang gewinnen kann. Weil der zweite Gang wird halt nicht einfach. Nöldi hat es gut gesagt, es wird sicher einer sein, der den ersten Gang bereits schon gewonnen hat. Da kommt jetzt Arnold Stephan rüber. Ist sicher nicht unbedingt ihm sein Lieblingsgegner wahrscheinlich am Nöldi. Aber der Weisenverein ist nochmals mehr klar. Er muss den Gang gewinnen, mehr ins Kieren. Dadurch kann es vielleicht auch Überraschungen geben. Chance für Arnold Stephan. Also können wir gespannt sein, ja. Ich freue mich. Wir analysieren aber vorher natürlich zuerst mal die ersten Gänge noch analysieren. Sie haben uns drei rausgepickt. Unter anderem natürlich den Sieg von Fona Benji und vom Schuler Christian, den wir ein bisschen neuer anschauen. Und die absolute Toppaarung Alpiger-Ulrich. Das alles machen wir nach der Werbung. Segenplatz 2. Rueck. So. Das Schwing- und Älplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Rigi. Aussteigen geniessen. Ganz einfach. Migros Luzern. Mit ihrem Versprechen. Aus der Region für die Region. E-Matech Notwil. E-Matech Notwil. E-Matech Notwil. E-Matech Notwil. Yang istcenenfutter. Das Trend-Magazin. Mein Name ist Phillip Portmann. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem渾 Martine. Und das sind unsere Themen. Weisst du noch, wo dieser Herr mit seinen Plakat an Mitz-Lazern vor der Bank gestanden ist. Wenn ich hier lesen, ich schreibe lieber, als etwas Palaveren. Weisst du noch, wo das Busewunder aus Frankreich mit dem Marketingwunder von Lazern geflirtet hat? Vielleicht weisst du noch, wo ein Chines für die Schweiz Olympia-Geld geholt hat? Weisst du noch, bringt die Geschichten aus dem Archiv wieder auf den Bildschirn. Immer am Montagabend. Da müssen wir uns ja jetzt beeilen. Schwingen, das überlassen ich die Profis. Bei Böden, dort gehe ich zum Profi. Naturenkoor KG. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung. Dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Schlussgang. Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang. Die Schwinger-Zeitung. Kennt sich Herrenmode. Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Kennt sich Herrenmode.ch Stefanie Heinzmann und The Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radio-pilatus.ch Oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Wir vom Hammer-Auto-Center wünschen Fernseh- oder Online-Werbung. Setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1. Für Ihres Produkt. Für Ihre Dienstleistung. Für Ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regi. Aussteigen geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit Ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Emma Tech Notwil Das Rigi Schwinge live auf Tele1. Herzlich willkommen zurück mit dem wunderbaren Bild der letzte, absolute, spektakulärste, attraktivste Gang vom Anschwingen. Ulrich Andreas gegen alpiger Nick. Und Thomas, während dem Bildfahrer hast du dich gefragt, was haben dich einander noch gesagt nach dem gestellten Gang? Was würdest du sagen? Ich denke, Andreas hat wahrscheinlich Nick zum letzten Sonntag noch gratuliert. Wahrscheinlich hat er den gleichen Fernseher mitgeschaut auf Tele1. Das sind schöne Geste, die zum Schwingsport gehören und die auch zeigen die Verbundenheit unter den Schwingern. Und das macht sie auch speziell. Eigentlich eine wirklich schöne Geste. Trotzdem schauen wir mal in den Gang hinein, wo es ja eigentlich ziemlich zu und her gegangen ist. Ueli, Sie haben sich gar nichts geschenkt. Aber auch Ulrich Andreas ist ja wirklich kurz davor gewesen. Ja, wir haben jetzt hier gerade die Aktion gesehen, den Fussstich von Ulrich Andreas. Und wie man weiss, er ist ein sensationeller Techniker. Also ein extremes Gespüri für den Gegner. Wenn ist er schwach an einem Ort? Da sieht man eigentlich den Fussstich. Und das ist wirklich haarscharf gewesen. Der Alpiger kann da nochmals über die Übungen fort. Und es hat auch vor dem Gang so eine Aktion gegeben, wo der Alpiger am Drücken ist. Vielleicht sieht man jetzt das da gerade weiss. Auch der Nick natürlich auf beiden Seiten sehr stark. Links und rechts. Und eben, wenn ein Schwinger ein Fehler macht, ist das fast ein tobes Urteil. Da in solchen Spitzen kämpfen. Du sprichst das an, das haben wir ja vor einer Woche beim Alpiger Nick schon gesehen. Der Schlussgang ist 24 Sekunden gegangen, am Innerschweizer zu fühlen. Thomas, ist das jetzt gerade bei diesen beiden, die auch Ulrich Andreas mit der unglaublichen Technik sagen, so ein bisschen die Gefahr, dass man als Gegner fast reinläuft, wenn es so schnell geht? Ja, die Gefahr ist doch schon riesig. Aber man sieht eben auch da, wie die eigentlich aus der Verteidigung wieder ihre Siegerschancen sehen und auch reagieren. Und die sind natürlich auch körperlich in einer Top-Verfassung. Die sind blitzschnell. Also die sind wirklich durch trainiert. Die können reagieren. Die können aus einer Brücke raus. Sie können plötzlich wieder im Angriff sein. Und ich glaube, das zeichnet die zwei Schwinger auch aus. Und es war ein sehr schöner Gang. Am Schluss hat es einen Gestellten gegeben. Trotzdem ist noch gar nichts verloren. Wir haben mit Ulrich Andreas nach dem ersten Gang gesprochen. Andreas Ulrich, ein Gestellten gegen Nick Alpiger in diesem Spitzen-Duell. Ein Brisanz-Duell. Wir haben es gesehen. Du warst in einer heiklen Situation. Nachher hättest du fast einen Sieg gehabt. Erzähl mal, wie ist der Gang bei dir abgelaufen? Ja. Ich bin sicher eine etwas defensiv gegangen. Er ist sicher ein Favorit. Was macht es so schwierig gegen den Schwingen? Ja. Du darfst keine Sekunden in Konzentration verlieren. Du musst jede Sekunde konzentriert sein. Das verleiten. Kein Moment. Dann schlägt er es zu. Schwierig ist, er kann auf beiden Seiten schwingen. Links und rechts. Und das macht ihn unberechenbar. Letzte Woche hast du gefehlt. Krankensbedingte. Jetzt bist du wieder dabei. Fitnesszustand. Gesundheit. Wie sieht es aus beim Andreas Ulrich? Ja. Es war jetzt ein streng intensiver Gang. Jetzt muss ich mich ein wenig erholen. Und dann geht es weiter. Geht es schon wieder. Weiterhin geht es euch. Andreas Ulrich. Danke vielmals. Ja, es ist ja gemein, wenn einem direkt nach dem Gang jemand ein Mikrofon unter der Nase streckt. Ueli, wenn er sagt, jetzt muss ich mich schnell erholen. Wie macht man das hier auf der Rigi? Ja, meine Verbände sind hier unten im Hütchen. Im Scilieft-Häuschen. Ja, genau. Die werden sich das Teppich geblieben gemacht haben. Und dann geht man zurück. Und dann verschnürt man ein wenig. Man liegt vielleicht ein wenig hin. Man tut etwas essen. Sicher wieder etwas trinken. Zwischen die. Wirklich, was die anderen Gänge noch gemacht haben. Und das ist relativ gemütlich. Aber nicht nur Ulrich Andreas hat uns aus Innerschweizer Sicht begeistert, dem ersten Gang. Auch der Schüler Christian. Ueli, du hast zwar vorher gesagt, der Schneider wird eine harte Nuss. Und so war es dann tatsächlich auch etwas. Aber mit einem besseren Ende für den Schüler Christian. Thomas, wie hast du den Gang gesehen? Ja, es war eigentlich gerade ein von den ersten Angriffen. Der Kriegerl hat einen Kurzzug gezogen. Ich habe das Gefühl, er hat noch etwas mit dem Fussstech nachgeholfen. Er bringt ihn eigentlich schön auf die Seite runter. Ich habe schön den Griff nachgegriffen, den Druck verlagern gegen den Kopf. Und Dominik eigentlich auf die sichere Seite zu tragen. Dominik hat ja noch eine sehr gute Brücke. Also da musste er noch aufpassen. Und sicher für mich auch etwas überraschend, dass es so schnell ging. Aber für uns in der Schweiz natürlich ein super Start. Ueli, wenn du vorhin gesagt hast, er ist ein extrem starker Gast. Würde das im Umkehrschluss heissen, dass der Schüler Christian heute eigentlich ganz souverän durch den Tag durchkommen müsse? Nein, das heisst doch gar nicht. Er ist sicher ein guter Auftakt. Aber man muss auch sagen, der Schneider Dominik liegt im Schüler Kriegerl. Er konnte ihn bis jetzt schon zwei Mal gewinnen. Und er ist sicher wieder in Form. Das ist jetzt das Fazit nach dem ersten Gang. Aber da kommen natürlich jetzt noch ganz harte Brücken auf den Kriegerl zu. Und dann muss er sich Gang um Gang bestätigen. Wir wollten natürlich auch von ihm selber wissen, wie sich das so anfühlt. Nach dem Anschwingen haben wir mit dem Schüler Christian Gretz. Christian Schuler, der Sieg gegen Schneider Dominik im Anschwingen. Wie hast du das erlebt? Ja, er ist ein sehr massiver Schwinger. Aber ich habe versucht, gut zu greifen. Und mein Angriff ist zu Glück gerade gelungen am Anfang. Du bist gleich mal zum Sieg gekommen. Ist auch wichtig, dass die Kräfte für die weiteren Gänge sparen kann. Wie siehst du es? Ja, es ist nie schlecht, dass man gerade gewinnen konnte. Es gibt einem ein wenig Selbstvertrauen. Aber jetzt auch. Darum ist man nichts gewonnen und nichts verloren. Jetzt einfach Gang um Gang. Trotzdem das Selbstvertrauen von Fleulen nach und jetzt von dem Sieg, das hilft. Ja, das sehen wir. Ich probiere jetzt einfach wieder auch Gang um Gang nehmen. Ich werde sicher auch wieder probieren, mein Können durchzusetzen. Und einfach Gang um Gang schwingen und den Tag hier auch wieder geniessen. Danke, Christian, Ueli. Und dann gab es einen dritten Innerschweizer, der uns besonders Freude gemacht hat. Der Fona Benji hat gegen den Gast den reichen Roger geschwungen. Und auch da schauen wir natürlich ganz schnell in den Gang hinein, wo wir gesagt haben, das könnte vielleicht auch noch ein gefährlicher Gast sein. Ueli, der hat Fona Benji wieder zugeschlagen. Ja, der Benji ist sehr konzentriert gestanden. Tief. Nachher kommt der Angriff vom Reichenengel. Ich habe noch probiert, rauszukurzen. Und er kann das sauber knäschlich Gammen anhängen und kann ihn dann am Boden fixieren. Und da war sicher der Reichen der, der versucht hat den Gang zu machen. Der Benji ist da endlich die Defensive gewesen. Er hat ihn aber sauber gekuntert. Guten Überblick gehalten im Gang hinein. Und dann kann er auch siegreich starten. Thomas, jetzt haben wir vor einer Woche den Benji schon beobachtet. Wir haben morgen damals gesagt, ja, nicht gut in die Saison gestartet, noch nicht fit. Und jetzt so etwas. Wie erklärst du dir jetzt auch seine Leistung heute im Anschwingen? Mir ist extrem aufgefallen, wie er schon in Gang hingegangen ist. Ich habe ihn diese Saison warm beobachtet und habe gesehen, wie er geschwungen hat. Und heute hat er ein ganz anderes Auftritt. Also ich habe das Gefühl, er hätte den Schwung mitnehmen können. Das hat ihm sehr gut getan, letzten Sonntag. Und das spürt man bei ihm. Er war wach gewesen, er war bereit gewesen. Also das ist ein anderer Benji, den wir heute hier sehen. Als wir den ersten Schwingfest gesehen haben. Und ich habe mega Freude für ihn. Also ich finde es super, sicher einen harten Weg für ihn. Wieder zurück, endlich an die Spitze. Und wenn er so weiterziehen kann, dann können wir Freude an ihm heute. Ja. Ja Ueli, ganz konkret. Was könnten wir uns dann vielleicht erwarten oder erhoffen von diesem anderen Benji? Wie der Thomas sagt. Ja, Benji in einer Top-Verfassung ist natürlich fähig, jeden Schwinger zu nehmen. Das hat man gesehen, am letzten Sonntag zum Beispiel den Reichmut Pirmin, der der absolute Überflieger ist von dieser Saison. Er ist physisch und körperlich sehr gut beraten. Er hat, glaube ich, noch nie so hart gearbeitet wie den letzten Winter. Und ihm kommt sicher auch die Routine jetzt gut. Er hat schon eine Menge gute Schwinger gewinnen können. Und wenn man so aufschöntrauen, tanken und natürlich voll motiviert hat, dass er in die Gänge geht, ist für ihn natürlich auch ein Sieg möglich. So viele lobende Worte für Fona Benji. Er ist ja bekannt dafür, dass er eher ein bisschen der Stiller zurückhaltender ist. Mal schauen, was Fona Benji selber nach dem Anschwingen gesagt hat. Benji Fona, Auftaktzeit gegen reicher Roger. Start nach Mass. Ja, es ist sicher immer schön, wenn man einen Eidgenoss gewinnen kann. Ja, es ist sicher gut, ja. Du hast letzte Woche begeistert, jetzt Flüelen, jetzt auf der Regie. Was ist das Ziel von dir? Ja, es ist sicher Kranz ist das Ziel. Es gibt auch ein paar weniger als an meinen Schweizer. Und ja, hier oben hat es keine schlechten Gegner. Das ist, was man bei jedem Gang Vollgas geben, ja. Weiterhin viel Erfolg, danke. Danke vielmals, Merci. Ja, der Kranz ist das Ziel. Also schon ein bisschen tief gestabelt. Wir schauen mal, was passiert. Die Bösen haben den ersten Gang hinter sich gebracht. Es sind ja aber ehrlich gesagt nicht nur die Schwinger im Sackmell, die für die ganz spezielle Atmosphäre hier beim Regie Schwingen sorgen. Alphornklänge, wir hören Jodler, wir haben im Hintergrund wunderschöne Bergkulissen. All das macht eben das Regie Schwingen so speziell. Und dann passiert es, dass der eine oder andere Tourist aussen an der Arena vorbeiläuft und fassungslos stehen bleibt und dem Treiben mal zuschaut. Wir haben einen ganz speziellen Plätzlichen, nämlich oberhalb des Schwingplatzes. Hier habe ich zwei Touristen gefunden. Joel aus Schweden und sein Kollege. Du bist aus Schweden und bist nicht hier wegen der Swiss-Wrestlinge. Nein. Was hast du hier wegen des Heikens? Oder was hast du gemacht? Ja, wir sind hier wegen des Heikens. Wir waren früh früh am Morgen. Wir hatten keine Ahnung, dass es heute Swiss-Wrestling war. Was glaubte du, als du das gesehen hast? Am Anfang waren wir nicht sicher, was passiert ist. Es gab viele Leute hier und wir waren allein für die Räume. Also waren sie nur vorbereitet? Ja, sie waren vorbereitet. Und die ersten Leute kamen mit dem Treiben. Und dann hat es angefangen zu füllen. Was hast du schon gehört von Swiss-Wrestling? Nein, ich habe es noch nie gehört. Aber ich glaube, er hat es schon gesehen. Okay. Was denkst du über das? Ich bin nicht sicher. Wir waren nur auf dem Räumen und haben einen Snack. Ich habe noch nicht gesehen. Es ist schwierig, wenn man nicht die Regeln wissen. Aber es sieht aus wie eine Party. Was ist jetzt dein Plan? Und jetzt? Geht ihr jetzt in die Arena? Oder nicht? Es sind nur rund 20 Fr. Ja, ich denke, wir sind eigentlich auf dem Räumen. Wir sind nicht bereit für das. Nein, es gibt noch Swiss-Wrestling. Okay. Danke und eine gute Reise. Danke. Danke. Ich habe die beiden Schweden, die etwas verwirrt sind, was es hier los ist. Sie haben zwar schon mal etwas gehört von dem Swiss-Wrestling, also vom Schwingen, aber trotzdem etwas aus dem Häusling zu sein, als sie hier oben gehockt haben und mal auf die Natur-Arena auf der Rigi runtergeschaut haben. Thomas, hast du das auch schon erlebt? Dass Leute dich damals in dieser aktiven Zeit gefragt haben, was machst du eigentlich genau? Ja, das war sicher auch schon so ein Moment. Nur kann ich dann nicht so gut Englisch wie sie vorhin teilen. Aber das ist natürlich immer wieder für Ausländer etwas Spezielles. Ich habe schon mit einem Football-Spieler zusammengreifen. Das ist für sie natürlich ein riesen Erlebnis. Wäre es für uns natürlich auch, wenn wir ihre Sportart lernen können. Das machen wir ja gerne. Thomas, was erhoffst du vom zweiten Gang? Es ist ja schon bald so weit und sie greifen wieder zusammen. Was würdest du dir allgemein wünschen für den zweiten Gang jetzt? Ja, dass offensiv geschwungen wird weiterhin. Dass vielleicht das Taktische, das jetzt im ersten Gang noch etwas zum Vorschein gekommen ist, jetzt ein wenig in den Hintergrund kommt. Dass man jetzt wirklich attraktiv in den Gang sieht, offensiv geschwungen wird. Und ja, wir können uns freuen an diesem schönen Schwingsport. Juli, wir haben die Einteilung noch nicht von der Spitzenparung. Ich weiss aber, dass du die Zwischenrangliste aber schon ganz schnell studierst. Was hast du das Gefühl, von der Einteilung her könnte in dem zweiten Gang passieren? Oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen? Ja, nicht zu viele Bereinigungsdurchgänge eigentlich. Das wünsche ich mir wieder ein wenig Direktpaarungen. Es ist natürlich in einem Bergfest bei uns zu schwingen. Es ist schwieriger zu mitteilen. Man muss natürlich nicht schauen, dass man hier die Favoriten nur zusammen tut. Ich sage nachher, wenn es gestellte oder verlorene Gang dabei hat, sind natürlich die Favoriten eben ein wenig untereinander geschlagen. Und man plötzlich das Mittelfeld vorrückt, oder? Darum wird es da sicher der eine oder andere Bereinigungspaarung geben. Aber es ist jetzt noch relativ offen. Wir haben aus unterschiedlicher Sicht auch noch Schwinger aus dem Mittelfeld. Ich denke gerade an den Schuler Philipp, Funkhauser, Marco, Steinhauer, Adrie, Wasser, Dominik, die ihre ersten Gänge auch gewinnen konnten. Und die werden jetzt sicher einen starken Gast fassen. Und da kann einer dieser Schwinger wieder über sich auswachsen. Und das kann wieder eine Überraschung geben. Dann werfen wir doch einen Blick auf diese. Wir freuen uns auf die zweiten Gänge. Und darum gebe ich wieder ab zu unseren beiden Kommentatoren. Der Blick auf die wunderschöne Arena auf Rigi Staffel bei perfektem Schwingwetter hier auf Rigi. Und auf Platz 1 jetzt die Spitzenpaarungen, die dann bald anfangen. Das Sackmähl, Ring 1, gerade vor uns, von den Kommentatoren-Tribünen. Das ist hier der hinterste Platz, den Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuhause, da sind jetzt die Spitzenpaarungen im zweiten Gang. Ja, und wir freuen uns auf einmal, wo wir schon beim Anschwingen im Einsatz waren, den Imhof Andi, der Turnenschwinger aus dem Urnerland, der da Rigi Schwinget im 14. gewinnen konnte. Und er kommt mit dem Gast, dem Geisser Lars, zu über ebenfalls den Turnenschwingen. Ja, der Geisser Lars konnte den ersten Gang gewinnen gegen den Schweizer Höfliger Andreas. Wir nutzen jetzt die Oberlin mit dem Imhof Andi, der erste Gang gestellt hat. Das ist das, was der Vorneldi angesprochen hat. Das ist der Imhof Andi, der gerade angreift. Das ist jetzt ein bisschen so, die Eidgenossen, die zuerst gestellt oder verloren haben, haben jetzt meistens eine Nicht-Eidgenosse, aber einer, der den ersten Gang gewonnen hat, der vielleicht einen Punkt halt schon Vorsprung hat. Das macht die Situation ja nicht einfacher. Das sind jetzt zwei Turnerschwinger. Das ist das, was man eher in der Saute sieht, weil es gibt viel weniger Turnerschwinger als Sennenschwinger. Das Duell haben wir letztes Jahr schon gesehen, da auf den Rigi. Da hat Dimo Vandi gegen Geisser Lars gewinnen können. Und vor zwei Jahren ist das Duell auf den Brünig gestellt ausgegangen. Die beiden kann man eigentlich nur noch an den Hosen unterscheiden, wenn man sie nicht kennt. Der neu ist identisch. Du hast es gesagt, das sind zwei Tonerschwinger, aber der Geisser im Alphabet vor dem Imhof. Darum hat er da die helle Hose, das sehen wir auch oben tipptopp eingeblendet. Hier wieder Andi, der es mit Gammelings rechts probiert, aber nicht zum Resultat gekommen ist. Das rekt er hinten das Kreiz. Das ist etwas, was er sehr gerne hat, der Andi. Aber der Geisser Lars, der sich hier gerade eingestellt hat, jetzt sehen wir auf die Verteidigung. Und es ist nicht so, dass der Imhof. die hier uns herunterladen. der Geisser Lars, der seinen ersten Gang gegen Höfliger Andreas mit einem Zehni gewinnen konnte. Der Geisser Lars, der diese Saison auch schon drei Kränze geholt hat. Am Adosh-Schweizer, dem St. Galler und dem Graubündner. Jetzt hat er es da selber mit kurz probiert. Applaus Seine Gassi, André Schoeller. Da sieht man, wie der Geisser Lars die Hand vor hineinreckt. Das ist in der Defensive eingestellt. Wie man fand, dass er es da wieder mit dem Gammel probiert hat. Er probiert wieder das Kreiz zu recken, aber Lars lässt ihn da gar nicht hinter. So müssen sie wieder in die Platzmitte frisch greifen. Und für die, die den ersten Gang nicht gesehen haben, vom Imhof Andi, er musste gegen den König der Vorner Nöldi antreten. Und dort hat es für ihn 0875 gegeben. Dieser Gang ist gestellt zum Ausgang. Der Kampf geht noch in 2 Minuten. Der Kampf geht noch 1 Minuten. Der Kampf geht noch 2 Minuten. So wieder ein Gamma-Versuch von Andi. Aber Geiser Lars hat da geschickt kontert. Er hat gar nicht den Andi trotz Seehoch gelassen. So konnte er nicht brechen. Jetzt sind wir wieder frisch gelaufen. Ganz speziell, wenn sie auf Platz 1 schwingen, der Platz wirklich unmittelbar von unserer Kommentatoren-Kabine. Man hat das Gefühl, man kann sie fast anlängen. So nah sind die Schwingen bei uns. Jetzt noch Geo der Minuten. Andi musste wirklich versuchen, dass er hier den Geo machen kann. Er ist nicht die Einzigen, die das Nini bekommen haben, wie wir hier im Bild sehen. Ist das heute zum Schwingen gehört? Ja, also die Tradition, dass man das Picknick mitnimmt. Hier an ein Bergfest zum Beispiel, wie hier auf der Rigi. Und dann einfach den Tag so richtig geniesst. Und da ein Resultat in diesem Gang. Zwischen den beiden, der Torner-Schwinger. Das gibt ein klare Zähne für den Immov-Andi. Da hat er zuerst links gegammen probiert. Lars hat probiert zu kontern. Dann hat er Andi gleich rechts gegammen. Und er konnte so ein Blatt bezwingen. Und das war sicher für ihn ein wichtiger Sieg. Dass er hier in das Fest hineinkommt. Sonst mit zwei gestellt. Das wird gerade viel schwieriger. Und dann nachher auch öfter rumkramt. Ja und der Herr, der jetzt ins Sagmähl läuft, habe ich vorhin angesprochen. Und vorhin der König, der ihm anschwingen gegen Immov-Andi gestellt hat. Der Vorher Nöldi. Er kommt da zu Tueber mit Arnold Stephan, dem Urner aus Attivhausen. Er ist sicher auch nicht so bequemer Gegner hier vorne. Er probiert es gerade mit links rechts zu gehen. Im Übersprung. Er ist da gewillt. Er schwimmt auf Angriff. Er probiert gerade. Ja und das ist jetzt eben das, was der Nöldi angesprochen hat im Interview. Dann kommt jetzt Arnold Stephan über. Einen, der den ersten Gang mit einem Zehnchen gegen den Rueck Fabian gewonnen konnte. Der Arnold Stephan, der das Geo zu Feil hat, fürs Verschwingen. Der auch schon Eidgenossen gewonnen hat. Dass er am Stoß ganz Geo geschwungen hat. damit er mit Kranz heisst. Der Stephan wird jetzt da sicher nicht das letzte Risiko. Er wird es da probieren, vor Nöldi zu stellen. Er ist aber sicher auch bereit, wenn seine Chance kommt für das Konter, wie jetzt da gerade mit dem Kurz. Das ist die Situation, wo Stephan ein wenig liegt, wenn er da so ein wenig der Flanken ist, der viel mit dem Armzug aus Stand arbeitet und auch gewinnt. Und speziell in diesem Duell, Arnold Stephan, er hat gute Erinnerungen an die König vorern Arnold, er konnte nämlich vor zwei Jahren ebenfalls hier auf der Rueck gewinnen. Ich denke, es wird auch etwas, wo die drei Teile auch wissen, dass er die Paarung schon gegeben hat. Und das hier für Stephan, und das macht es für Nöldi auch nicht einfacher. Nöldi, der jetzt da aber probiert, mit Stephan, der vor allem auf Verteidigung heraus ist. Wir haben zugesprach im ersten Gang, der Vorher Arnold, der erfolgreichste Kranz-Gerinner von der Geschichte im Schwingsport, der 40-jährige König aus dem Jahr 2001. Fieferige-Kränze hat er schon, 147 Kränze total, und sein grosse Ziel, sein grosse Traum wäre, da die 150 voll zu machen. Ja, und wie länger es der Gang geht, wird es sicher eher schwieriger für Nöldi. Aber man hat es vorhin gesehen, er hatte noch eine geötete Aktion gegen Imhof Hand in den letzten Minuten. Ich denke, konditionell wird Stephan sicher etwas stärker einzuschätzen sein. Hier wieder ein Übersprungversuch von Nöldi. Und Stephan, der sich hier relativ geschickt verteidigt. Und während der Gang läuft, können wir gleich hören, was Imhof Handi zu seinem Sieg sagt. Und Imhof, nach einem gestellten Anfang gegen Nöldi, vorhin jetzt der Sieg gegen Geisser, immens wichtig für den weiteren Verlauf. Ja, auf jeden Fall sicher. Das war ein hartes Kampf. Ich habe in den letzten Minuten im Messen zum Geister Lars gewinnen können. Er hat sich sehr gut eingestellt und das Ende konnte gewinnen. Wie sehr ärgert man sich noch über den ersten Gang? Es war ja der Heiko für dich. Ja, auf jeden Fall. Es war Heiko, aber der erste Gang war so raus, wenn er das Resultat war. Und das kann man abhaken, und man muss es weiter werden lassen. Und das war jetzt wieder mein Ziel. Weiterhin das ist ja toll. Danke. Danke mal. Jetzt hier ein kurzes Gamma-Versuch von Nöldi. Ja, der Imhof Handi hat es gesagt, oder? Er hat jetzt wirklich den ersten Gang. Das kann man immer ändern. Das ist einfach, das ist Passé, da muss man feiern lassen. Und ich denke, er ist schon einer, der das relativ geht mit seiner Routine und da nicht, wie er irgendwie jetzt hätte und wäre. Und ja, das ist eine Routine genug. Und eben wichtig ist jetzt der zweite Sieg, sicher für uns. Der Gamma-Versuch von Nöldi links, rechts, Übersprung. Sicher da ein bisschen aufpassen, dass er plötzlich das Heiko hängt und in eine Konter läuft. Ja, der Nöldi, der natürlich auch wie Tim Hof nach dem gestellten Ersten oder Zweiten gewinnen, wenn er da sein 148. Kranz gewinnen will. Aber jetzt ist man einfach nach jedem Gang unter Zugzwang. Und da Not hat es auch nicht bis jetzt eine Neniga. Jetzt wird es noch extrem schwierig. Und jetzt haben sie noch eine Minute Zeit. Und die Gegner werden halt auf dem Berg wieder einfacher. Also der Nächste, der den Neldi fasst, ist wieder einer vom Kaliber, Arnold. Das ist einfach so. Im Berg gibt es keine schlechteren Schwinger. Oder junge Nicht-Kranzer, die man so wieder ins Fest hineinkommen kann. Jetzt ist Lundfersilch vom Neldi. Stefan hat sich da wirklich ausgetragen. Jetzt probiert er es hier am Boden noch. Da ist er sehr stark, der Neldi. Ja, und vorerst nicht der Vol, Arnold. Ja, jetzt hat er vorerst das RG fixiert. Und? Kann sich da noch retten? Nein, der Kampfrichter hat das Resultat wirklich gegeben. Er hat eigentlich gilt die Sicht. Also, da ist der Platzkampfrichter. Das Resultat. Wir werden es jetzt hier sehen. Jawohl. Jetzt hier ist er über den Rücken. Das hat er eigentlich so über können gewinnen. Er hat sicher für uns einen wichtigen Gang, wenn er hier am Abend um die Grenze mitschwingen will. Er hat sicher auch viel Kraft gekostet, aber er hat wirklich bis zuletzt probiert. Und wir sehen schon das nächste Duell hier auf Platz 1. Biri Christoph, Fankhauser, Marco. Mit angesprochen, auch im ersten Gang von Biri Christoph. Der Gast hat bis jetzt 99 Grenzen gewonnen. Und er hat heute sein grosses Ziel, den 100. zu gewinnen hier auf der RG. Ja, es sind jetzt zwei, die den ersten Gang gewonnen haben. Das ist so, der Marco ist relativ spät in die Saison gestartet. Er war vorhin verletzt. Er ist jetzt im Inderschweizer in die Saison hinein gestartet. Er hat dann kennen den Kram zu holen. Das ist jetzt eigentlich sein zweites Schwingfest. Jetzt ein kurzes Versuch von Marco. Die Kombination, die Biri Christoph vom ersten Gang und Gambia schon zum Erfolg geführt haben. Sicher wieder zwei Griffschwinger. Der Fankhauser Marco, einer von den Fankhauser Brothers. Der Reto haben wir ja schon gesehen im Einsatz. Und auch der Erich. Alle drei haben ja vor einer Woche am Innenschweizer den Kranz gewonnen. Der Fankhauser Marco, der den ersten Gang gegen den endlichen Schein mit einem Zähne gewonnen konnte. Dass wir hier so souverän in das Fest auf der Rigi gestartet sind. Wir sehen, dann ist der Vorneldi. Wir müssen sich jetzt sicher wieder erholen. Noch für einen wichtigen Drittgang wieder. Jetzt haben wir hier die Gamma gesehen vom Biri Christoph. Der Aktionenbruder von Marco auskost. Der Biri, der hier mit Gamma probiert hat zu kontern. Ja, der Biri, der auch optimal gestartet ist heute Morgen. Mit einem 9.75. Der Sieg gegen den Ambil Joel, den wir hier live auf dem Zentralschleizer Fernsehen mitverfolgen konnten. Das ist jetzt gerade der Kampfmitte erreicht. Mit der Zeit her. Jetzt ist er noch nicht zwingend. Jetzt der Marco, der es mit kurz probiert hat. Wir haben eine Information an die Erdniss, Protokolle und Ehrenmitte. Wir sind in Österreich zum Aperol ins Meldzelt in die Station Registatburg-Lieberberg. Alle Ehreges, Sponsoren, Ehremitglieder, wir sind in Österreich zum Aperol ins Meldzelt in die Station Registatburg. Ja, klingt es hier im Bier in Christoph im Nordwestschweizer Gast aus dem Aargau. Auch im dreifachen Eidgenoss. Da hat sie vierte Riggi Kranz gewonnen und damit 100 Fall zu machen. Wenn er da Fankhausen noch verrückt legt und mit zwei Siegetagen startet, dann wäre er sicher auf Kurs. Ja, wir haben jetzt in den vorderen zwei Spitzengängen die Entscheidung auch ziemlich in den letzten Sekunden gesehen. Ich bin gespannt, ob da noch wirklich einer jetzt noch ein offensiv Feierwerk zu Ende gegen Schluss und die Entscheidung kann herbeiführen. Er kann natürlich jetzt hier gewinnen und hat noch zwei gewonnen mit Gänge. Jetzt hat der Kurzversuch von Marco. Er wäre natürlich noch schon ein bisschen bei den Leiden und hat noch ein bisschen Spau ausgetragen. Ich muss selbstvertrauen wollen, wenn man da wirklich mit zwei Seiten so ein Feste starten kann. Wir sehen immer wieder wunderschöne Bilder aus dem Publikum. Wir sehen immer wieder wunderschöne Bilder aus dem Publikum. Und es ist auch nicht ganz einfach, hier dabei zu sein, wenn man einen Sitzplatz will auf der Rigi. Die sind begehrt, diese Plätze. Ja, das ist so wie ein Edenbergfest, das muss man sicher, wenn wir morgen früh früh stehen. Und da gibt es viele, die von ausserhalb zwischen dir noch ein Blick ergattern auf die Arena. Die, die so ein wenig wandern gehen, schnell reinschauen. Aber sonst, die Sitzplätze, die sind heils begehrt. Das ist halt einfach vom Platz her. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja komm, die Nachfrage ist gross, wir stellen in der Tribüne mehr. Das ist einfach hier logistisch und von der Gegebenheit gar nicht möglich. So, und jetzt ist der Kampf gestellt. Kein Sieger, also im Duell. Bieri, Christoph, Ankhäuser, Marco. Und hier sehen wir es aus der Drohnenperspektive. Das Rigi Schwingfest 2019. Und hier eingeblendete Noten von Bieri, Christoph und Vankäuser, Marco. Ja, das war ein bisschen ein Fadegang gewesen. Darum war es 8-7-5. Es sind beide nicht das letzte Risiko eingegangen. Es ist halt auch die... Die haben halt beide den ersten Gang kennengelernt. Die sind nicht ganz so Unterzugzwang gewesen, wie bis jetzt die anderen Spitzenschwinger, die immer den ersten gestellt haben. Schneider, Dominik, Steinauer, Adrian. Und unser nächstes Duell hier auf Platz 1, der Schneider, Dominik, der Durgauer, wo wir da auch in Anschwingen konnten, live mitverfolgen. Gegen den Mann aus dem Kanton Schweiz. Das ist auch ein Kurzversuch vom Schneider, Dominik. Und das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Und das ist eigentlich gerade auf den Wurf gewesen. Die zwei am Tischchen haben es gerade auch. Die haben eine schöne Sicht auf den Wurf gehabt. Das ist jetzt auch auf Kurs nach der Niederlage. Und der Nächste, der ins Agemehl reinsteigt, auch den haben wir gesehen beim Anschwingen. Der Schurtenberger, Sven, der Schwinger aus Budisolz gegen Apizeller. Der Rot-Martin, da in der helle Hose. Der Rot-Martin, der hat letztes Jahr einen Rigi-Kranz geholt hier oben. Also der weiss, wie man da erfolgreich ist. Und das hat es hier oben mit dem Schurtenberger, Sven. Der Sven probiert es gerade für sie. Jetzt probiert er hinter sie abzulehren. Ist ihm aber nicht gelungen. Und der Schurtenberger weiss nicht noch, wie man den Kranz gewinnt. Er weiss auch, wie man es fest gewinnt auf den Rigi, wie der Sieger aus dem Jahr 2017. Der Rot, der eher wieder ein unbequemer Gegner ist. Aber jetzt hier der Schurte, der da gerade drüber hingeht. Ich weiss natürlich, was er geschlagen hat nach dem Ersten gestellt. Jetzt muss er natürlich Gas geben. Und jetzt sehen, wenn er da wirklich ganz hinten reckt, dass er da wirklich sehr eng greift. Jetzt gerade wieder probiert mit Weiberhaken und er gerade probiert. Und kommt zu einem... Nein. Jetzt schaut er... Ist gut gewesen, sagt der Platzkampfrichter. Also doch die Entscheidung in diesem Duell. Ja, der Schurtenberger hat es richtig gemacht. Er behaltet da noch den Griff, wenn das Geod nicht kommt oder das Geod vom Platz nebendran. Und man hat ihn da in den schönsten Griffendladen wieder raus. Da sehen wir es wunderschön, wie er das Zähne macht mit Weiberhaken. Das ist schon richtig, dass man da nicht gerade loslässt am Boden. Der Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Elberfest 2019 zu flüllen, der Alpiger Nick. Kommt es zu über mit dem Reichmut Marco, einem Zuckertuch. Ja, da ist die Ausgangslage auch klar. Der Alpiger Nick muss nach dem Gestaltigen versuchen, hier Boden gehen zu machen. Wird sicher auch gerade probieren. Jetzt kommt zwar der Angriff von Marco. Jetzt ein kurzes Letzversuch vom Alpiger Nick. Marco, der gerade versucht hat mit Kurz zu kontern, versteckt sich da gar nicht. Der Reichmut Marco. Ja, der Reichmut Diermin. Vielleicht schaut er uns zu. Er hat sich leider leicht verletzt müssen. Abmelden, hätten wir natürlich auch gerne da gesehen auf der Rigi. Ja, es ist so. Aber es ist halt dem Neigenessische Jahrgang bei einer Zerrung kein Risiko ein. Jetzt da, wenn er nicht den Boden bringen könnte. Jetzt probiert er ihn zu fixieren. Jetzt sieht man es wunderschön, wenn er vorne Druck gibt, was Marco nicht aufkam. Jetzt sieht man es, er hat den Arm. Hier sieht man, wenn er am Boden nachgeht, der Alpiger Nick. Er arbeitet am Boden wirklich sauber nach. Und das war schon ein Resultat. Also, Sieg für den Alpiger Nick. Hier im zweiten Gang. Gegen den Reichmut Marco. Da sieht man es jetzt mit einer Art inneren Haken. Linke Gammel. Wenn er ins Boden bringt, da sieht man es wunderschön, wenn er am Boden nacharbeitet. Dann hat er den Arm schön am Boden. Er versucht wirklich zu betricken vorne. Das ist eigentlich extrem der Druck, den Marco vorne drauf hat. Also, es ist extrem streng da drunter drin. Wir können jetzt auch sehen, wie wichtig das Boden nacharbeitet ist. Ja, und der Alpiger mit dem 9, den er hatte im Anschwingen. Das ist ein Megagulli Kanderias. Jetzt ist es 9, 7, 5. Also, er konnte sich da jetzt eine Zeit gut schreiben lassen. Die beiden Herren haben wir ebenfalls im Anschwingen schon gesehen. Der Leipi Samir, der Gast aus Winterthur und der Fona Benji. Der dreifache Eidgenoss. Ich habe durchs Angesprache, der Benji, der langsam aber sicher wieder in Form kommt. Das haben wir auch in der Schweiz schon gesehen. Wir haben hier gerade wieder einen Angriffversuch gesehen vom Benji. Das Konter geworden ist vom Leipi, aber der Benji ist sehr angreifig. Er hat einen sehr geoten Eindruck gemacht, die Angreifung und so. Dann sind die Zerrungen gekommen. Und der Kantonale war nicht fit. Wäre vielleicht im Nachhinein gescheider gewesen. Er hätte ihn dort draussen gelassen. Er wollte aber dann schwingen, weil er sonst im Winter wirklich parat war. Und jetzt sieht man, dass er wirklich wieder von der Laune. Und der Platte Sagmau, Südführer von Abenji. Also, jetzt ist er kurz aufgeregt. Wirklich herrlich mit einem Kurzfürstück, wie er hier nicht kennt. Sagmau bettet. Da sieht man, das ist jetzt extrem wichtig für uns. Und er wird sicher heute eine heisse Kandidat sein für ganz vorne. Da sehen wir schnell unten den Beinen. Wunderschön, wie er oben mit dem Kopf dran bleibt. Man sagt, der Kopf ist der dritte Arm. Er wird mit dem Kopf stehen, um zu steigen, um zu fixieren. Es wird wirklich sehr schöne Bilder, die man hier oben kann. Und das nächste Duell, die beiden haben wir heute auch gesehen. Und dann sehen wir ihm anschwingen. Burghalter Stefan, der 45 Jörgi Aldi gegen den Schuler Christian. Der vierfache Eidgenoss aus Roteturn. Jetzt hier für den Kriegel ist wichtig, dass er hier angreifen kann, wo er im ersten Gang ist. Er war am Morgen gerade wach gewesen, angreifig. Ich bin sehr gespannt, wenn er da mit dem Burghalter. Der Schlag kommt. Burghalter, der wieder defensiv ist. Jetzt hier den Greifwechsel macht. Dann sehen wir den Kriegel ein wenig auf der Höhe ziehen, wenn er ziehen will, dass er nicht mit seinem Spezialkurz ausgekontert wird. Ja, der Burghalter, der den ersten Gang gewinnen konnte, mit einem Zähne gegen supiger René, der hier optimal gestartet ist auf der Regie. Ja, der Christian musste es probieren, bevor es der Burghalter den Greifwechsel gemacht hat, dass er gerade ziehen konnte, um sich da nicht hinneisten. Der Schuler Christian, der ebenfalls gewonnen hat, gegen Schneider, Dominic, im ersten Gang mit einem 975. Wusselberg. Alles Liebe Widerrufe, für den Ringgang. Das sind heute die Spielevergleichs-Einsgegen. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Armin. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Martin. Riegelauert, Martin. Hier stehen wir bitte auf Platz 1, Platz 2, Albrecht, Rune Andi, Christian Brusser. Da sieht man jetzt den Burghalter, der sehr defensiv eingestellt ist, macht es dem Schöler-Kriegel nicht ganz einfach. Obwohl er jetzt den Schöler-Christian probiert, den Angriff. Christian Schöler, der dieses Fest auf der Rigi vor neun Jahren konnte, hat damals Martin Graab bezwingen können. Der Schöler-Sieger 1-H, Graab-Sieger 1-B. Man hat natürlich auch immer gefragt bei einem 45-Jährigen wie der Burghalter, wie lange ist da noch Pench den ganzen Tag? Ja, bis jetzt hat er es gezeigt diese Saison, er hat Pench bis hinten raus, er hat die Grenze ein wenig gehalten. Er hat auch das Gänge in den letzten Minuten noch gewonnen. Er braucht nicht das letzte Risiko, er braucht nicht ganz so viel Energie. Er geht sehr geodumm mit der Energie, wo uns hält er ist. Ja, jetzt ein kurzes Versuch vom Schöler. Aber der Burghalter hat jetzt eben einen Arm aufgeregt. Dort ist er sehr, sehr gefährlich. Jetzt wieder ein kurzes Versuch vom Schöler, aber sie müssen Platzmitte greifen. Jetzt wieder ein kurzes Versuch vom Schöler. Dann haben wir gleich nachgeschaut, wie manchmal die beiden eigentlich schon gegen Arm geschwungen. Ist das das Resultat für den Burghalter? Nein, das war nicht. Nein, er hat Platzkampfrichter an den Tisch rüber geschaut, die haben abgewunken. Ja, da hat man jetzt wunderbar gesehen, wie die Zusammenarbeit da funktioniert. Zwischen Tisch und Platzkampfrichter, der Wurf vom Platzkampfrichter wechselt. Da sieht man jetzt, die Schulter ist immer oben. Aber der Platzkampfrichter sieht es nicht richtig. Jetzt kommt er auf die anderen Schultern. Da sind keine Schultern, ich sage mal. Also wirkliche richtigen Entscheiden von der Kampfrichter. Ja, ich habe gesagt, ich habe nachgeschaut. Zehnmal hat es das Duell schon gegeben. Zum allerersten Mal im Jahr 2007. Das Weiberhaken vom Schöler Christian, der jetzt hier am Boden fixiert. Und das ist das Resultat. Der Sieg für den Schüler Christian auch. Im zweiten Gang kann da der Routini, der Aldi Burghalter Stefan bezwingen. Ja, wunderschöner Weiberhaken. Zuerst kurz anzogen, dann wechselt er in Weiberhaken. Und am Boden geht er gleich nach. Wunderschön, wenn er jetzt wirklich am Boden noch nacharbeitet. Druck vorne. Da sieht man wieder, wenn er mit dem Kopf vorne Druck gibt. Und so kann der Burghalter auf die giltigseite drehen. Das gibt es 9,75. Und ich höre, Fabian Kraibühl hat einen Interviewgast für sich. Und dann gibt es zwei Gänge, zwei Sieg. Jetzt zuletzt gegen Samir Leipi. Ideal würde es sein? Ja, es wäre gut gegangen. Das ist so. Samir habe ich noch nie geschwungen. Das erste Mal eigentlich. Das ist die sehr stard. Ja, grossen Schwungen, also körperlich überlegen. Aber letzte Woche habe ich auch noch ein bisschen im Müllerstein-Eck zugeschaut. Dann habe ich auch mit dem Fussteig können. Und das ist ja ein Paraderschwung von mir. Und ich weiß sicher, dass man den Ernst bringen könnte. Das erste Mal wieder laut geworden. Die Stimmung ist genial. Das ist es auch. Aber das wird noch ein Teil dran. Weiterhin vielen Dank. Danke vielmals für's. Ja, und da sehen wir in Graz. Sie haben nichts verpasst zu Hause. Eine Blitzung für den Rebsamen Marcel. Ja, das ist jetzt eine Überraschung. Er hat am ersten Zug der Fankhuser Erich überrascht. Mit diesem Art-Ubersprung. Er ist eigentlich nur ein junger, aufstrebender. Er hat hier den ersten Kranz gemacht. Und jetzt gerade drei Kränze gemacht. Und hat jetzt schon den zweiten Sieg am heutigen Tag. Und darum kommt es schon zum nächsten Duell. Wenn wir den vorne an Benji sehen. Hier auf Platz 1. Einer, den wir ebenfalls schon gesehen haben. Im Einsatz im ersten Gang. Ulrich Andreas gegen den Niedlisbach. Pascal aus Hünenbergsee. Der Zogger. Der Zogger. Und nach zwei Sekunden. Der Zogger. Der Zogger. Und der Herr der Tag. Das ist auch wieder so eine Paarung, oder? Der Niedlisbach hat den ersten gewonnen. Der Ulrich hat den ersten gestellt. Der Zogger halbiert. Ich muss jetzt mal versuchen, dass Ulrich den Niedlisbach bezwingen kann, dass er hier nach wie vor im Rennen bleibt. Für ganz vorne. Das ist der erste Versuch von Ulrich Andreas, es ging allerdings ins Leere. Das ist der Innenhaken von Ulrich Andreas, ich versuche den Druck auf rechts zu behalten, kann ihn aber zu wenig fixieren. Ulrich Andreas, den wir im ersten Gang gesehen haben, hat gegen Alpiger Nick, der zweifache Sieger auf der Regie. 2012 und 2015 war es. Ja, der Niedlisbach hat sich da gar nicht versteckt, hat mit Kurz probiert. Allerdings hat Ulrich Andreas gerade gekontert mit Letz. Der Kurz versehe ich auch vom Niedlisbach Pascal. Der Niedlisbach Pascal mit seinen 30 Jahren auch schon ein Routiné, der Spengler aus Hünenberg. Er hat elf Kränze geschafft an einem Kantonalen und zwei Teilverbandskränze. Aber was er noch nicht hat, ist ein Bergkranz. Jetzt wird es auch heute schon wenig für ihn, für den Niedlisbach Pascal. Das ist nämlich die Niederlage gegen ihn im Hof Andi. Ja, Ulrich Andreas, der es hier wieder mit dem Vio sticht, da sieht man, wie er er fokussiert. Und er ihn noch über das Knell ablehrt, den Druck schön aufrecht gehalten hat oben. Und so kann er den Niedlisbach Pascal bezwingen. Sicher ein wichtiger Siege für Ulrich Andreas. Der Klasse ist hier voll bei den Leiden. Nach dem 9 im ersten Gang geht es jetzt 9.75. Hier sehen wir wieder diese wunderschöne Arena. Wie sie hier in die Natur integriert ist. Ja, und viel Platz hat es nicht mehr. Vielleicht noch auf den Stehenplätzen. Oder die Wanderer, die ganz oben noch ein Plätzchen gefunden haben, die dann hier auch auf die Arena runter schauen können. Und es wird gerechelt. Hier vor uns. Auf Platz 1. Und was sagt uns das, wenn gerechelt wird? Es ist schnell eine kleine Pause, bevor es dann wieder weitergeht. Es ist halt etwas, was es braucht, dass die Plätze immer in einem einwandfreien Zielstand sind. Es ist für den Kampfrichter noch einfacher, zum Resultat zu schauen, wenn der Rand klar definiert ist und so. Ja, und darum müssen sie das auch immer wieder machen. Untertags die Plätze wieder in Stand halten. Ja, mit diesem wunderbaren Blick geben wir wieder ab ins Studio. zu Fabienne Hammert und den Experten. Merci vielmals, Thomas Zernig. Das war er, der zweite Gang. Ich würde jetzt mal behaupten, etwas weniger spektakulär. Aber trotzdem aus Innerschweizer Sicht ganz gut. Oder Ueli, wie würdest du es zusammenfassen? Ja, aus Innerschweizer Sicht ist es super gelaufen. Wir hatten die direkten Begegnungen von den Spitzenleuten. Und die haben die Innerschweizer für sich entscheiden können. Vorab von Abengi, der mit einem herrlichen Fußstich gewinnt gegen ja, nicht schmale Leupi Samir. Also Leupi Samir ist ein rechtes Mantel. Und den zu bewegen, das braucht schon extrem viel Power. Er hat das souverän gelöst. Und auch der Schuler-Krigu, nach einer brenzligen Situation, konnte er sich nochmals aufraffen. Und dann konnte Burkhalter Stefan ihn in der letzten Hälfte des Gangs noch bezwingen. Und das zeigt doch, dass er wirklich den Weg ist. Die Überraschung aus dem zweiten Gang ist sicher der Sieg von diesem Rebsamen Marcel. Ein ganz junger Schwinger. Er hat das ja den ersten Kranz gemacht. Er hat aber inzwischen schon drei Kranz gemacht. Er kann am ersten Zug gerade den Fanko Sererich bezwingen. Mit einer Art Übersprung. Und das ist sicher die Überraschung aus dem zweiten Gang. Thomas, wenn du jetzt zurückgeschaut hast, auf den zweiten Gang. Was kommt er als erstes in den Sinn? Oder hast du am meisten hängen geblieben? Von all diesen Innerschweizer Highlights? Bis zum letzten? Ja, sicher auch der Schurdenberg an Sven. Sieg hat noch nach Hause fahren können. Und was mir jetzt noch eine gute Erinnerung ist, ist eigentlich die Worte von Vornelli, als er gesagt hat, der zweite Gang wird hart. Also er hat einen harten Gang gegen Arnold Stefan. Er hat mit Schlunk, hat er nicht zu Boden gebracht. Er hat den Boden noch gewinnen. Also er konnte er wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden. Er musste aber alles riskieren. Und das zeigt eigentlich, wie die Qualität hier in der Regie ist. Uli, das ist schon verrückt. Wir haben das vorhin angesprochen. Du siehst eigentlich nie einen Gang mit, ich sage jetzt mal so einem No-Name. Es sind fast alles Spitzenpaarungen. Ziert das dann auch mehr an der Energie, wenn man als Schwinger hier auf der Regie ist? Ja, das braucht ganz viel Substanz. Das ist ja so. Also alle Schwinger, die hier sind, haben schon etwas geleistet dieses Jahr. Sie dürften gar nicht an den Augen schwingen. Und das läuft natürlich nach ganz viel Power, nach viel taktischem Schwingen. Man muss seine Gänge auch gut einteilen, Kräfte auch gut einteilen. Und ja, das ist mir am Abend schon durch, wenn man diesen Tag absolviert hat. Die Highlights der Innerschweizer vom zweiten Gang, die nehmen wir noch etwas neuer auseinander. und ganz konkret gesagt Schüler Schurtenberger Fona. Das machen wir direkt nach der Werbung. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Regie. Aussteigen geniessen. Ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. E-Matech Notwil. In der Nachrichten auf Tele1 erfahren Sie jeden Tag, was in der Zentralschweiz passiert. Zuverlässig, aktuell und kompetent. Nachrichten auf Tele1 jeden Tag, ab um 6 Uhr und im Internet auf tele1.ch. Ich habe mal so einen Hammer bekommen, als Kind. Und dann habe ich einfach den Hammer genommen und auf allem rumgehammert. Und dann bin ich der Hemeni, haben Sie mir gesagt. Der Hemeni. Das wäre mein Herzenswunsch, dass wir noch schöne Reisen machen können. Wenn der kleine Mathias bei uns bleiben, auf dieser Erde, dann freuen wir uns mega. Und wenn er muss oder will gehen, dann kann ich es nicht steuern. Sport immer am Montag am 20.06 Uhr auf Tele1. Um aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1. Für Ihres Produkt. Für Ihre Dienstleistung. Für Ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Schlussgang. Nummer eins im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang. Die Schwingerzeitung. Wir vom Hammerautocenter wünschen ganz schön Schwingfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen Sie mit jedem Gegner auf. Das überlassen ich den Profis. Bei Böden gehe ich zum Profi. Natura Chor KG. Die Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radiopilatus.ch oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Känzig Herrenmode Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Känzig Herrenmode.ch Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge Der Regie. Aussteigen geniessen. Ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Emma Technotwil Das Regie schwingt 2019 live auf ihrem Zentralschweizer Fernsehtele 1. Der zweite Gang ist Geschichte und einer, der beim Anschwingen noch musste den Kopf schütteln. Der Schurtenberger Sven hat es jetzt im zweiten Gang ziemlich schnell erledigt. Gewonnen gegen Rot-Martin. Wir schauen mal schnell in den Gang hinein. Ueli, da hat er es etwas einfacher als beim Anschwingen. Ja, und das ist ein einfacher Gegner. Der Rot-Martin ist ein sehr gewähriger Gegner. Man sieht hier gerade, wie er mit Weiberhaken zum Resultat kommt. Der Kampfrichter gibt es gerade auf den Wurf. Und das war sehr wichtig für Sven. Ich denke gerade der erste Gang das war ein Kräfterobender Gang. Obwohl dort nicht viel gegangen ist. Aber gegen den kindigen Mann Fabian das ist fast kein Schwingen. Er geht immer aus den Griffen. Er kommt immer von kopflos. Und darum war es wichtig für Sven dass er hier Power sparen kann. Dass er dann wieder Führung hat nachher für die kommenden Gänge. Und das hat das auferengelöst. Wegen Unbequem Rot-Martin. Dann wollten wir natürlich auch wissen was der Schurtenberger Sven selber sei. Nachdem er jetzt den zweiten Gang gewinnen konnte. Wir haben ihn bei uns im Interview gekommen. Sven Schurtenberger nach dem ersten jetzt der Sieg. Ein wichtiger Sieg. Ja, es ist sicher ein wichtiger. Vor allem nach dem ersten so. Es hätte die gestellte entgegennehmen. Aber nichtsdestotrotz zahle ich noch vier von mir. Du hast den Kopf gesüttelt nach dem ersten und hast keinen Kommentar abgegeben. Hast du dich aufgeregt? Ja, nein. Es hätte keinen Wert über solche Gänge etwas zu sagen. Es gibt halt gewisse Schwingen die so schwingen wollen und dann soll es das haben. Aber du bist eigentlich in Form und weisst wie du heute hier brillieren willst. Ja, mir geht es bis jetzt sehr gut. Vier Schlussgänge hatte. Leider nur einer gewinnen. Aber nichtsdestotrotz ich bin ein gutes Weg. Auf die 2G bin ich topweit und jetzt geht es auch. Ja. Super. Alles Gute weiterhin. Danke vielmals. Ja, dann lassen wir doch auch den ersten Gang sein lassen. Jetzt kommt es aber richtig gut. Thomas nach dem zweiten für den Schurtenberger. Sven, er spricht es aber ein wenig an. Er ist der Schwinger von den ewigen Schlussgängen. Aber selten dann eben auch der Festsieg. Du hast mir aber am Morgen gesagt, du würdest heute dein Geld auf ihn setzen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. was ist denn? Ja, er ist einfach konstant. Ich meine, wenn man dann sagen, ich war viermal am Schlussgang an einem Kranzfest. Das kann nicht jeder Schwinger sagen. Und ich finde, er hat immer offensiv geschwungen in diesen Schlussgängen. Er hatte mit Reichmut natürlich schon starke Gegner in diesen Schlussgängen. Aber ich finde, er hat eine konstante Leistung gebracht die ganze Saison. Und er kann vor allem mit den Spitzenschwinger mitschwingen. Er versteckt sich nicht an den Spitzenschwinger und das ist für uns auf Zug eine wichtige Stütze natürlich. Ueli, was würdest du aber vielleicht trotzdem sagen, warum hat es in drei oder vier Fällen gleich nicht für einen Festsieg gelangen? Kann man das von aussen überhaupt beurteilen? Ja, einfach einen besseren Gegner. Er ist losgegangen halt auch. Und das Glück war mit dem Vergangen die viermal. Zweimal reichen bei Pirmin. Einmal, ich muss mir überlegen, ein altiger Nick. Es waren immer starke Gegner, die ihm gegenüber gestanden sind. Und einmal hat es auf seine Seite richten, im Schweizer Kantonalen mit sicher einer lösbaren Aufgabe. Aber das braucht auch ein bisschen Glück. Und er hat das Niveau, dass er auch solche Spitzkrebs kann, bezwingen. Und er muss auch nur daran glauben, dass es plötzlich ist eine Sache und dann wäre es ein Schlussgang auf seiner Seite. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er heute im Schlussgang steht. Da haben andere noch ein Wörtchen mitzureden. Unter anderem auch ein Innerschweizer. Fona Benji. Er hat uns heute voll und ganz überzeugt an seinen zweiten Gang gegen Leupi Samir. Thomas, das war nicht ganz eindeutig am Anfang. Und dann ist er möglich zum Resultat. Ja, er ist doch mit kurzem Furtstich. Eigentlich auch einer von den ersten Angriffen. Er hat sehr souverän. Er hat gerade das Resultat gesucht und er läuft etwas an mir. Er stellt etwas dar auf dem Platz. Er hat es aber souverän gelöst. Man sieht das. Ein sauberer Zug. Aber auch das zeigt, dass der Selbstvertrauen geht ein. Erster Zug und versucht, den Sieg. Er weiss, dass er heute einen Sieg mitschwingen kann. Das zeigt, dass es ein anderer Benji ist, den wir heute sehen dürfen. Und für uns innerschweizer natürlich schön ist, ihn wieder zurück zu haben in den Spitzenplätzen. Ueli, was macht ihn aus, der vorne Benji, wenn du mir jetzt so zuschaut? Ja, das ist genau der Schwung, den er jetzt zeigt. Das ist seine Stärke. Kurz Fussstich und auch Stich. Das sind die überragten Züge eigentlich von ihm. Anfang der Saison hat man immer nur den Knäu-Touch gesehen und er ist immer und immer wieder gekommen. Er konnte den Gang gar nie umstellen. Und dadurch wurde jetzt geschliffen wie man sieht. Jetzt kommt er wieder mit seinen Paradeswüngen und zeigt er auf, wie stark er ist. Ich habe es vorhin schon gesehen. Er läuft bei Samir richtigen Hühn, wie er dann aushebelt und über den Fuss ziehen lehrt. Das ist wirklich grosse Klasse. Der dritte Innerschweizer, der uns im zweiten Gang richtig Freude gemacht hat, ist der Schlussgang Teilnehmer vom ISAF 2019 vor einer Woche, der Schuler Christian aus dem Rotenturn. Er ist eingeteilt worden mit dem, wie sagen wir so schön, Schwing-Dinosaurier dem Burghalter Stefan. 45 Jahre. Thomas Ziersch hatten wir mal schon kurz Panik und dann ist es so zu Ende gegangen. Ja, das war sicher ein Abwarten vom Burghalter Stefan. Er hatte eher auf Kontraus. Er hatte eine ganz brenzlige Situation, eigentlich mit seinem Spezialschwung, kann man fast sagen, gegen den Kregel in eine ganz gefährliche Situation gebracht. Wir haben einander angeschaut, das ist jetzt passiert. Aber es ist zum Glück nicht so gekommen. Und der Kregel hat beim nächsten Zusammengreifen bereits eine Entscheidung gesucht. Er rüttelte ihn mit Weiberhaken ins Boden und den Boden von Rückern drehen konnte. Ich habe das Gefühl, das haben wir letzte Woche auch schon beobachtet. Wenn es so kurz vor einer Entscheidung war und man vielleicht schon das Gefühl hat, man hat den Gang verloren, ist nachher in einem der nächsten Angriffe eigentlich der Gegner der, der am Schluss gewonnen hat. Ist das jetzt einfach purer Zufall? Oder kann es eben wirklich passieren, dass man hell wach ist und denkt, jetzt muss ich etwas machen? Ja, das tut einem schon etwas wach rütteln. Es ist nicht immer so, dass man das Gefühl hat, man muss etwas machen. Viele Schwinger gehen nachher dann die Defensive, weil sie natürlich Respekt haben vor dem Verlernen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man umschalten kann, dass man sich nicht in die Schranken weisen vom Gegner. Und das hat er dann super gelöst. Was er noch verlieren und nachher gewinnen, das ist klasse. Also ein härter Gegner hatte er da mit dem Burghalter Stefan. 45, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Und trotzdem heute hier auf der Rigi voll im Saft in den Zwillkhosen. Wir haben mit dem Schwing-Dinosaurier nach dem zweiten Gang geredet. Stefan Burghalter nach dem Sieg im ersten, der letzte Niederlage gegen Christian Schuler. Es konnte auf beiden Seiten kippen. Wie hast du das erlebt? Ja, es war wirklich ein schöner Gang. Wir schwingen gerne mit dem Christian. Schon manchmal geschwungen mit ihm. Wirklich schön. Ja, es konnte wirklich auf beide Seiten gehen. Im ersten Moment, als ich mal die Gemeinde hängen, das war scheinbar nicht. Aber ist gut. Okay, verloren am Schluss. Es hat Kraft gebraucht. Als 45-Jähriger will man nicht zu nahe treten, aber sicher die Erholung im Endeffekt. Wie erholst du dich jetzt? Ja, ich ziehe mich auf die Zucht, wie jeden anderen auch. Und äh, ausruben und vielleicht gerne etwas verfolgen. Aber äh, da holen wir relativ schnell. Wir sind gespannt, was noch kommt. Danke, Stefan. Ja, ein unglaublicher Dialekt, den wir hier heute auf der Rigi hören. Und das Verrückte ist, wir haben gerade nur jemanden getroffen, der so ganz ähnlich redet. Wir sind nämlich in der Arena rumgeschlichen. Da haben ja über zweieinhalbtausend Leute Platz allein, um zu sitzen. Ganz viele suchen sich dann rundherum noch ein Plätzchen. Und ich würde sagen, 90, wenn nicht sogar 95 Prozent der Gäste hier sind absolut eingefleischte Schwingfans. Und dann, mitten drin, hat Cedrino Schaller eine Ex-Miss Schweiz getroffen. Die Promis und Schwingen, dass das geht, das wissen wir schon lange, spätestens die letzten Wochenende. Da haben wir zum Beispiel auch am Isaf, zum Beispiel Skifahrer gesehen, dort ist Corinne Sutter und der Galo Janka mit dabei gewesen. Jetzig haben wir einen anderen Promi gefunden, hier auf der Rigi oben. Anita Buri Miss Schweiz von 1999. Sag mal, Schwingen und Du, was verbindet euch miteinander? Also das ist für mich absolute Premiere heute hier an diesem Rigi Schwingen. Ich bin eingeladen worden von meinem Kollegen, von Didi Schmidli. Und ich geniesse es einfach hier mit Freunden miteinander. Und ich werde jetzt hier aufgeklärt in diesem Sport. Das heisst, was kannst du für Begriffe? Also ich weiss, das Gestellte ist unentschieden, dann ein Prienzer, das ist ein schöner, spezieller Schwung. Dann jetzt lerne ich natürlich, Step by Step. Wir haben jetzt noch Morgen. Und ich kenne auch zwei Schwinger, die da mit dabei sind. Das ist der Stefan Burghalter und der Nöldi Forer. Natürlich die Ostschweizer. Und ich drücke für Ostschweizer, aber auch für den Aargau, weil das ist meine aktuelle Heimat. Gute Chancen da. Wenn du sagst, du bist zum Kennenlernen, was gefällt dir bis jetzt am besten? Was mir sehr gut gefällt, es ist halt so urkig typisch schweizerisch da. Also ich fühle mich wohl, ich fühle mich zuhause. Was mir auch gefällt am Schwingen ist, es ist wirklich ein fairer Sport. Also man tut, den Gewinner putzt dem Verlierer den Rücken. Und ich habe noch niemand gehört reklamieren. Man tut auch den Entscheid von diesen Scheizrichtern einfach akzeptieren, ohne rumzumachen. Und das finde ich ganz toll, also Hut ab. Wir wünschen dir noch viel Spass und einfach noch ganz viel schönen Eindrücken. Danke vielmals, Anita Burris. Tschüss, Rina. Ja, da bin ich ja gespannt, wer zu Rina Schaller im Laufe des Tages noch alles so in der Arena hier auf der Rigi Fendt. Bei uns war es sportlich höchste Zeit für den dritten Gang und dann geht es nach der Werbung. Bis gerade. Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Rigi. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Ematech Notwil und das sind unsere Themen. Weisst du noch, wo dieser Herr mit seinen Plakaten Amit zu Luzern vor der Bank gestanden ist? Wenn die hier lesen, du lieber schreibst, als etwas Palaverer. Weisst du noch, wo das Busenwunder aus Frankreich mit dem Marketingwunder von Luzern geflirtet hat? Vielleicht weisst du noch, wo ein Chines für die Schweiz Olympia-Gold geholt hat? Weisst du noch, bringt die Geschichten aus dem Archiv wieder auf den Bildschirn. Immer am Montagabend. Da müssen wir uns ja jetzt beeilen. Schwingen, das überlassen ich den Profis. Bei Böden, dort gehe ich zum Profi. Naturkort KG. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung. Dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Schlussgang, die Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang, die Schwingerzeitung. Kennzig Herrenmode. Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Kennzig Herrenmode.ch Die Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radiopilatus.ch oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Wir vom Hammerautocenter wünschen einen ganz schönen Schwingfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen wir es mit jedem Gegner auf. LZ-Korne Luzern Sitz & Altdorf Um aufzufallen mit Radio, Fernseh oder Online Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1 für Ihres Produkt, für Ihre Dienstleistung, für Ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Das Schwing- und Elblerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regie. Aussteigen geniessen, ganz einfach. Migros Luzern, mit Ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. Ematech Notwil. Es ist der vermutlich schönste Ort für ein Schwingfest das Regie Schwingen 2019 live auf Tele 1. Schön sind Sie mit dabei. Und wenn Sie jetzt erst gerade aufgestanden sind und sich fragen, was am Morgen beim Anschwingen und vor dem zweiten Gang so passiert ist, bevor wir jetzt in dritten starten, gar kein Problem. Da ist die Zusammenfassung von den ersten beiden Gängen von Lukas Schneider. Nik Alpiger nimmt seinen Schwung vom Isaf-Sieg letzte Woche mit und startet stark gegen Andreas Ulrich. Der Gersauer kann sich aber retten. Im nächsten Zug ist der Innerschweizer dann selber nah am Resultat. Die beiden stellen freundschaftlich. Siegerich startet der andere Schlussgang-Teilnehmer von letzter Woche, der Christian Schueller. Er drückt im anschwingenden Thurgauer Gast Dominik Schneider und er ist Agnale. Der sieht auf sein Smartphone dann Kurioses im Duell zwischen König Nöldi und dem Urner Andi Imhof. Der St. Galler leitet Imhof auf den Rücken, hat den Greiflauten Kampfrichter aber nicht mehr. In dem Moment, als ich ziehe, hatte ich die Hand an der Hose nicht mehr. Aber Sie zwei können es nicht mehr sehen, weil ich mich drüllte. Scheisse gelaufen. Der Gang endet drumgestellt. Nach seinem Gestellten im Anschwingen holt sich der Budisholzer Sven Schurtenberger gegen Martin Roth den Sieg. Er behaltet den Anschluss an die Spitze. Spitze mit Schwingern wie Ben Chifonat. Gisweiler überzeugt wie schon am Innerschweizerischen und hat nach Gesiege gegen Roger Reichen und da gegen Samir Leupi zwei Siege auf dem Monterblatt. Weil auch Christian Schuller seinen zweiten Gang gegen Gast Stefan Burkhalter gewinnt, sieht es nach zwei Gängen ganz gut aus für die Innerschweizer Trümpf. zum Ausruhen ist es aber definitiv noch zu früh. Die Welt hier auf der Rigi nach zwei Gängen aus Innerschweizer Sicht also noch total in Ordnung. Wir freuen uns auf den dritten Gang. Den zeigen wir Ihnen zusammen mit Thomas Erni und Peter Trimpfalz. Und bevor es hier losgeht mit den Spitzenpaarungen auf Platz zwei, hier der mittlere Platz, wo Sie sehen, sehen wir die Rangliste, die Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang, die natürlich noch nicht so aussagekräftig ein einziger hat bis jetzt zwei Maximalnoten können schreiben, den Rapsamen Marcel, der Nord-Ost-Schweizer vor vielen, vielen Innerschweizer, Maser Dominik, Fona Benji haben wir da gesehen, Schüler Christian, Gewerder Michael, Bucher Christian, Hess Michael, Edlin Stefan und so weiter und so fort. Und da sehen wir noch die Spitzenpaarungen. Was uns noch erwartet denn da auf dem Platz? Zwei unter anderem der Sieger vom Innerschweizer, der Alpiger Nick, den man da dann im Einsatz sieht. Ja, momentan läuft noch nichts. Wir warten noch auf die Schwinger, bis sie parat sind da auf unserem Spitzenpaarigen Platz, sage ich mal. Ja, sie trudeln jetzt da ein, sie sind jetzt gerade abgerieft worden. Ich denke, da der weiss ein Wort zum Rebsamen Marcel, er ist eigentlich ein junger, er hat diese Saison seine erste Kranzkänge erkämpfen, drei Kränze geholt diese Saison und er ist nicht gegangen, er ist verdient der Pfohre, er hat im zweiten Gang den Fankhus, den Erich im ersten Zug überrascht und können gewinnen. Also eigentlich einen souveränen Auftritt. der zweiten Tag ist der Wasserdominike auch zwei gewonnen, der Schnurrenberger Roman gewonnen, Schiller Philipp, da vorne Benji, der Reichen, Roger und Leupi Samir gewonnen hat, der sicher sehr, sehr starken Eindruck gemacht hat. Leupi Samir ist wohl noch nicht eingenoss, stellt aber in der Ostschweiz Orlik, Geiger, ja, mag er meistens gestellen, also sicher wichtig sein für Benji. Ebenfalls drei gewonnen hat er Schiller Christian, der Schneider, Domenik und der Burkhalter Stefan gewonnen hat. Der Gwerder Michael, das ist der, was wir jetzt sehen mit dem Alpiger Nick, der junge Schwinger von Brunnen. Er hat gewonnen gegen Gwerder Andreas und gegen Odermak Christian. Ebenfalls drei gewonnen hat er Zuger, der Biacher Christian, er hat Schmidpatrick und der Vollenweider gewonnen. Ja, da werden wir jetzt auch sehen, die Spitzenpaarungen einteilt der Jocher Christian. Und jetzt haben wir sicher viele interessante Paarungen und dann werden wir sehen, was da so geht. Jetzt sind natürlich die Eidgenossen, wir haben jetzt, ich sage jetzt, der Glockner-Philipp hat bereits gewonnen, aber er hat natürlich den ersten verloren. Dann läuft Samir im zweiten, der Gestell gegen Zimmermann Martin von Heinebirge, hat jetzt den dritten Angegen Hauriurs gewinnen. Das ist für ihn sicher ein wichtiger Sieg. jetzt ist er da im Fest angekommen. Ja, und jetzt wird er da die Spitze da, aber los geht's mit dem Reichen Roger und mit dem Vogelremo. Reichen Roger, der zuerst verloren hat mit dem Fona Bench im zweiten Erkenner gewinnen, was jetzt das da bekommt mit dem Vogelremo vom Entebioch. Ja, wir wissen das schon, wir haben das auf unserem Computer eingeblendet, aber der Falle Bube scheint es noch nicht zu wissen, weil da leuchtet immer noch das 2 Heide Reiski auf, der Hauri aus, aber der hat Vorrennen geschwungen, also sie wissen glaube ich noch nicht oder beziehungsweise am Tisch wissen es noch nicht, wer da muss antreten. Ich denke schon, es hat noch nicht bis zu der Tafelibé kommuniziert worden, es ist ja manchmal nicht immer so einfach, Kampfrichter müssen auf alles ein bisschen schauen, wenn da Tafelibé noch , wenn sie gerade ein bisschen Poison gehabt, darum sind da noch die falschen Nummern oben. Ja, und der König, der Vornel, die läuft nicht so rund, he? Nein, es ist so, er hat immer noch mit den Hiff-Problemen , die er operiert hat. Ja, auch, danke für ihn, es wird jetzt wichtig, dass er das Kerberli auch durchgestrahlt an. Das wird nicht einfacher, da sehen wir jetzt, wie es greift. Der Reichenroger, der wegen der Hose reklamiert, der Kampfrichter muss noch die Hose kontrollieren, der Vogler remote anweisige, noch ein Loch enger zu machen. Es ist so, der Reichenroger kann nicht einfach sagen, man muss ein Loch enger und es dem Kampfrichter sagen, der Kampfrichter muss es kontrollieren, wenn der Kampfrichter das Gefühl hat, die Hose sind genügend gezogen, den muss er nicht, und jetzt müsste der Reichenroger selber eins nachziehen. Jetzt hat der andere gesagt, wie du mir so ich dir noch. Jetzt hat man aber auch gesehen, wenn er es wieder in das gleiche Loch rein hat, weil er kein Loch mehr hat, jetzt geht auch andere Hose die Hose anlegen. Also er hat gemeint, du musst gar nicht wollen, ich sage dem Kantrichter auch, schau mal zuerst deine Hose an. Ja genau, das ist so, und jetzt weil die Hose kein Loch mehr haben, jetzt sehen wir den vierenden, den Rebsamen Marcel. Scheinbar ein gefragter Mann am Handy momentan, ich denke, viele haben den siegerigen Falkhauser ehrlich auch gesehen. Aber es muss er noch ein Loch tanzen, wenn er keine Hose findet. Ja nein, es ist ein Halbfime, der schon Hose nah hat draussen, das ist jetzt Priorität, dass er Hose hat. Und jetzt hat er eigentlich da Hose genommen. Also die Hose sitzen, es kann losgehen, in wenigen Augenblicken reichen, roschi, Vogel, Remmel. Der Vogel Remmel, der diese Saison kein Franz geholfen hat, er war aber verletzt vorhin, er ist ein verteidigungsstarker Schwinger, er hat auch schon an den Innerschweizer der Vorernälde gestellt, also ist da sicher nicht ganz so ein Einfaches, aber da der Reichen, Roger, der im Kreiz ist, ist ihm Spezial, da kommt er noch mit links, rechts, in Kombinationen, dort muss jetzt der Vogel Remmel probieren, so schön auf die Stanz zu sein, so ein Unizio lassen, oh jetzt da sehen wir, der links abgewehrt, aber der Remmel muss sich da nicht ausdrehen, damit schön wie der Roger nachschafft am Boden probiert er jetzt da die Zeitlage zu bringen, er hat sich nur ein trainiert, sie müssen wieder frisch greifen. der Vogel Remmel auch ein Schwinger aus Hasle, wie auch die berühmten Farmcruiser-Brüder, die wir im Einsatz gesehen haben, heute schon da auf den Rigi, der Vogel Remmel natürlich auch das Ziel im Hinterkopf irgendwann schon mal zum ersten Mal in seiner Karriere einen Bergkranz gewinnen können. jetzt ein Kurz vom Vogel Remmel, aber der hat sich da können ausdrehen, wirklich ein super Angriff war vom Vogel Remmel, wirklich sehr schön, von dem das Ziel ist, dass der Vogel Remmel versteckt sich nicht nur, probiert es auch. Jetzt ein kurzes Vorsehen auf dem reichen Roger, aber der Remo, der sehr clever gestanden ist, ist gerade so linke Gamme, jetzt wird man hier wieder sehen, wie der reichen Wettys Kreuz recken, aber der Vogler Remo hat sich gar nicht darauf eingelassen, weil er doch noch etwas gefährlich reinkam ist im ersten Zug. Ich denke, er wird sich gar nicht mehr auf das Spiel einlassen, sobald der Reichen Wettys Kreuz recken, wird er sich gerade ausdrehen. Jetzt hier wieder, jetzt kommt er vom Vogel, den er jetzt hier am Boden fixieren kann. Der Reichen Roger, der den gestrigen Tag sicher noch etwas in den Kerpen drin hat, er hatte zwar sechs gewohntige Gänge, unter anderem Dringhoff hat er auch gewonnen. Ja, jetzt ist er in Arger Rücklage. Jetzt starte zu fixieren. Und der Platzkampfrichter schaut ganz genau hin. Und gibt das Resultat und fauscht bald nach oben. Der Seiko Raso ins Entli-Buch. Ja, wunderschön, wie er ihn am Boden fixiert. Der Reichen Roger wollte einen kurzen, der Vogler Remo lehrt dann ab. Und jetzt hier sehen wir, wie er am Boden schön nachschafft mit dem Bein. Lippt er sein Bein auf, so dass er nicht brücken kann. Und da ist eigentlich das Resultat, das hätte er übertreiben können. Sicher ein wichtiger Sieg für Vogler Remo. Und kommt für das ein 9.75 aufs Notenblatt geschrieben rüber. Und wir freuen uns auf das nächste Duell. Am letzten Wochenende ist er noch krank gewesen am Innerschweizer. Ulrich Andreas Wosta mit dem Nordwestschweizer Gast Hermann Oliver zu tun überkommt. Ja, Hermann Oliver, ein junger. Der hat in der Saison bereits drei Grenzen gehalten, dass er sicherlich wohl bereit ist. Man sieht da, er versucht, dass er gleich im Augehreif zu sein. Helmhanna Oliver konnte den ersten Gang gewinnen gegen Egli Damian und hat dann der Zweite gestellt gegen Schuler Alex. Er hat von ihm gestellte das 18-5er. Er hat es dann wieder probiert mit Weiberhaken. Er hat jetzt noch ein bisschen verhalten, also schauen wir, wie es geht, aber er wird sicher jetzt das 1-2-3-4 starten. Der Huhrich, der extrem gut das Gefühl hat, der sich extrem gut im Gang hinein steigern kann. Und einer, der 100 Mal angreift, sondern einen Eingriff und meistens sitzt er. Und einer, der links-rechts schwingen kann, was für den Gegner schwierig gemacht, der viel mit dem letzten oder halt mit dem Fiosti. Kurz. Ja, und Ulrich Andreas haben wir heute schon den ganzen Tag verfolgt. Im ersten Gang hat es er gestellt, dagegen gegen Alpiger Nick und dann der Sieg. Im zweiten Gang gegen Mietlisbach Pascal, der zweifache Regisieger, Ulrich Andreas. Jetzt sehen wir es hier, wie er auf Sybriens, der probiert hat. Hermann Oliver, der sich abgetragen hat. Er ist jetzt hier einblendet. Nolli hinten bei den drei Sternen. Das heisst, er hat noch keinen eidgenössischen Kranz. Der Ulrich Andreas im Gegenzug hat schon vier. Er hat sich jetzt mit einem Weiberhaken probiert. Jetzt ein wunderschöner Letz. Ja, das ist es, das ist es, das ist es, das ist es. Resultat für Ulrich Andreas. Wunderschön, der Kampfrichter gibt es gerade auf den Wurf, man sieht es hier. Die Decke, wunderschön, wie er eine Letze ablehrt. Das ist das, was uns ausgezeichnet, die technische Versiertheit. Das ist das, was wir jetzt tun können. Du Ulrich Andreas, Kaso nach dem Basel-landschaftlichen, kantonalen Wohner, Hermann Ebenkals auf den Rücken gelegt, hat auch das Duell auf den Regi gewonnen. Und ihn kennen wir, ihn kennen die ganze Schweiz seit der letzten Die nächste Woche nimmt dank seinem Sieg an Wiener Schweizer zu flüllen. Der Alpiger, Nick, kommt hier zu tun mit dem gewährten Michael. Ja, mit dem jungen Mann aus Brunnen, 10-Jährigen. Das ist sicher eines von unseren größten Nachwuchstalenten. Allesgesprochene Greifschwinger, das ist sicher etwas, das dem Alpiger passt. Er ist aber in dem Lager, zieht sehr stark. Da probiert er es jetzt mit kurz, jawohl. So unerschrocken, so wie man ihn kennt, der Michael. Er probiert gerade sehr viel Risiko ein. Während mir den Gang verfolgen, können wir Ihnen ein weiteres Interview zeigen. Fabian Kreibühl hat einen Interviewgast bei sich. Ja, Roger Reichen, die Niederlage jetzt gerade in dem dritten Gang gegen Remo Vogel. In eine blöde Situation reingekommen, da gab es nicht mehr viel zu retten. Ich habe so lange gedacht, ich komme nach Hause. Und nachher irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, es hätte mich nicht gehabt. Aber ich habe in der Kampfrichtung gesetzt und muss es akzeptieren. Und es geht weiter, ist noch nicht fertig. Einer verloren, einer gewonnen, jetzt eben wieder einer verloren. Nicht ideal, so nachher in den Nachmittag hinzugehen. Es könnte sicher besser sein, aber jetzt ist es so. Abhacken, die nächsten Gänge wieder in Angriffen. Was machst du hier über den Mittag speziell vorbereitet? Ein normales Mittagessen, noch ein wenig hängen zu liegen. So wie immer eigentlich. Einfach eine gute und gute Erholung. Danke. Das war der Alpiger Nick, der erste gestellt hat gegen Ulrich Andreas und gewonnen gegen Reichmut Marco. Und sein Gegner, der da seine beiden ersten Gänge hat gewonnen können. Er hat jetzt hier gegen Niederlage angekäuft. Wunderschön, wenn er sich da ausgetreten hat. Michi, der ein wenig Pech hatte an einem Innerschweizerischen, der mit der Niederlage im letzten Gang gegen Vicky Joel zum Kranz ausgeheit ist. Der Viertel zu wenig hatte. Er ist sehr wendig. Wir haben jetzt auch wieder gesehen, wie der Alpiger nicht wirklich am Boden nacharbeiten kann. Auch der wirklich Sergej hat jetzt ein wenig zu wenig fixiert. Jetzt probiert er es gerade wieder. Michi mit Kurz. Aber der Alpiger ist jetzt hier bereit gewesen. Er steht relativ tief. Der Alpiger ist schwierig, ihn hier zum Boden auszunehmen. Und der Alpiger, der sich wieder ausdrehen kann. Aber der Gwerde Michael vergäuft sich da sehr. Und der Alpiger ist sehr offensiv. Er ist auch sein Glück wirklich offensiv. Er ist da bis jetzt der Alpiger nicht herbewertig. Jetzt wird der Alpiger, der sich mit Kurz probiert. Und der Gwerde Michi, der sich wieder ausdrehen kann. Jetzt sehen wir es jetzt im letzten Moment. Also wirklich nur auf einer Schulter. Also gerade ohne Zeitlupe hätte ich gesagt, wäre er noch näher beim Resultat. Aber er ist wirklich nur auf der einen Seite. Wirklich herrlich, wenn er das macht. Ich werde Michael hier auf dem richtigen Moment lachen. Mit dem ganzen Schwung kann er sich nachher schön ausdrehen. Jetzt wieder ein Kurz vom Alpiger. Ja, der Platzkantrichter, der hier schaut, dass die beiden richtig gegriffen haben. Und dass sie auch in dem Platzmitte stehen. Und wenn das der Ball ist, dann gibt er es gut. Und der Gang dauert jetzt noch ein wenig mehr als zwei Minuten. Jetzt haben wir hier gerade der Alpiger, der es probiert, die Lats abzulehren. Jetzt kommt er mit dem Übersprung. Also wirklich, der Gang geht etwas. Und das ist jetzt schon so, der Michael ist auch sehr offensiv eingestellt. Darum gibt es auch so einen offenen Schlagabdusche. Darum kann er uns auch ziehen. Gerade umgekehrt halt der Michael auch. Das ist wirklich ein Gang, so wie es das Publikum eigentlich gerne hat. Und das ist dem Publikum auch vielfach so ein wenig wie gleich, wer der Gang entscheidet. Wenn es so wirklich ein offener Schlagabdusche ist, das ist das, was sie sehen. Und der Alpiger hat bis jetzt mehr den Sieg gesucht. Schafft er es da noch in den letzten anderthalb Minuten, den Schwinger aus Brunnen auf den Rücken zu legen? Vielleicht jetzt? Ja, da sieht man jetzt, wie stark der Michael im Rumpf ist. Der Alpiger hat zwar unten durch sehr, sehr geholfen. Da bekommt er recht Druck auf den Buick. Aber er gewährt sich das wirklich sehr gut. Aber man sollte jetzt auch noch schauen, dass er hier wirklich einen Platzrand raus kann. Der Alpiger, der am Boden sehr stark ist, aber da hat er jetzt... Ja. Der Michael hat sich ganz gut angesehen, wie stark er da wirklich im Rumpf ist. Der Michael ist etwas vom Wichtigsten. Also da gibt es nicht einen Haufen, die da noch zu der Situation auskommen, beim Alpiger. Jetzt geht es irgendwo noch eine halbe Minute. Jetzt wird sicher der Alpiger nochmals mit einem Feierwerk kommen. Jetzt wird es zwei, dreimal ein Nachtrag sein. Der Gewerder wird jetzt nicht mehr das letzte Risiko eingehen. Jetzt wird der Alpiger noch kurz mit dem Letz. Jetzt müssen sie hier wieder frisch greifen. Ja, es gelingt dem Gewerder, den Sackmälerrand zu finden. Und er ringt damit im Alpiger Nick einen Gestellten ab. Und das ist es jetzt auch der Kampfrichter. Er läuft raus, bricht den Kampf ab. Wir haben Gestellten in diesem Duell. Und das müsste vielleicht zweimal ein Nini geben. Weil die Entscheidung war wirklich schlecht. Jawohl, da sehen wir es. Es war wirklich ein guter Kampf von diesen beiden. Von beiden. Wir haben jetzt noch eine Überraschung. Der Gewerder Michael hätte hier den Alpiger stellen können. Aber sicher wichtig für die Innenschweizer. Das ist der Alpiger schon etwas zum Rennen aus. Wenn die anderen jetzt hier vorne den Niedland anbrennen lassen. Jetzt haben wir vor lauter Werbung für unsere lieben Sponsoren die Paarung nicht richtig eingeblendet. Sie haben sie nicht gesehen. Die Heime, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist der supiger René, der Luzerner, der hier oft den Bucher Christian aus Finstensee trifft. Ja, es ist sicher, der Biochristian hat zwei gewonnen. Er ist jetzt da mit dem Eidgenuss hier oben. Das ist für uns sicher sehr schön. Er hat jetzt als Schutz schwingen mit dem Biochristian, der wieder ein junges Talent der Innenschweizer ist. Ein Griffschwinger. Hier sieht man jetzt einen Obersprungversuch vom supiger René. Wir steigen ein. Wir steigen ein. Mit 28.55. Wir denken, dass ich hier unten in unserem Ausdruck halte, weshalb es gerade in Leiterbach am Südwesten ist in der Region. Er ist sicher, dass man sich hier nicht verstecken muss. Er hat noch den Griff schwingen. Jetzt probiert er es mit dem Kurz. Allerdings geht es nicht ganz durch. Jetzt sind wir auf Platzmitte der Frischko greifen. Und vor uns schwingen jetzt gerade der Schule Philipp und Lucy Marco. Und wenn ich jetzt auf unseren Platz rüber schaue, wo wir da sehen, der Bucher und Lucy, die haben etwa fast das gleiche Ömli, während dem jetzt auch der Bucher die Haare in den Rücklage lassen. Ja, das war das Resultat. Auf der Tatsch ist er unten gewesen. Supiger, der es hier mit kurz angesehen werden. Wir sehen uns jetzt sicher, ja, mit kurzem Boden. Jawohl. Da sind die Schultern, ich sage mal. Hier den Bucher kennen bezwingen. Es war sicher eine Pflichtzeit für ein supiger René, aber der Bucher ist dann eigentlich ganz gut gemacht. Er hat auch noch einmal, zweimal probiert. Er hat sich vielleicht ganz Geld verkauft. Ja, und das nächste Duell Fankhauser-Erich gegen Strebel Joel, da auf Platz 2, wo wir zu sehen bekommen. Der Fankhauser-Erich, den wir heute auch schon im Einsatz gesehen haben. Er hat den ersten Gang gegen Notzpenny gewinnen können und dann verloren am zweitigen Rebsamen Marcel. Das haben wir ebenfalls gesehen, da bei uns im Live-Programm. und sein Gegner den Strebel Joel. Er hat da im ersten Gang können können oder müssen unter der gegen Schultern. Philipp mit der Niederlage und dann der zweite gegen Egli Damiano. haben wir nicht gekriegt. Ich habe nicht gekriegt. Erich. Ein relativ schwerer Gegner für Erich. Erich ist einer, der hinten aus dem Gang noch Druck machen kann. Nicht gerade verliefst, wenn er etwas unten durchmiert. Es ist wichtig, dass man nicht gerade das Konzept verliert. Erich wird das hier durchziehen. Er wird da nicht gerade kopflos durch los gehen. Er lässt sich nicht so fest unter Druck setzen. Das Hakenversuch von Joel. Wie kannst du, wenn du körperlich unterlegen bist, was bei dir meistens nicht der Fall war, wenn du im Sangle gestanden bist? Wie kannst du dich gegen die Gegner oder was ist die Taktik? Ja, ich denke, Erich versucht nicht gerade in das offene Messer zu laufen, was ihm bis jetzt gelungen ist. Und von der Schwingart her, Erich hat viele kurze Führstiche relativ herumziehen, wo er den Schwung des Gegners optimal ausnutzen kann. Das ist das Resultat. Der Funkhauser hat es jetzt nicht gefunden und liegt die Platte auf dem Rücken. Er hat an dem Moment ein wenig zu gerade angezogen. Hier sieht man es. Und das ist der Rebel Joel, der klein zugreifft. auf Ankehauser auskontriert. Ankehauser, Erich, wo es ein sicherer Unterzugzwang ist. Das ist der Rebel Joel, der in der Niederlage im ersten Gang der in der Niederlage im ersten Gang gemacht hat mit diesen zwei Siegen. Und jetzt kommt es zu einer absoluten Spitzenpaarung. Von ihm haben wir gesprochen. Er ist im Rang 2A. der Wasser Dominik, der hier mit dem Fona Benji zusammengreift. Im Rang 2B ist er. Ja, wenn es mir ist, haben wir ihn auch schon gestellt. Aber Benji meint, ich gewinne mit Kurze Führstich. Und ich denke, er wird da auch wieder probieren. Es ist sicher... Der Wasser Dominik ist für alle unbequem. Er ist in der Lage, mit jedem zu schwingen. Der Wasser Dominik hat auch zwei Gewinnungsgänge. Aber Benji, so wie er bis jetzt den Eindruck gemacht hat am Morgen, denke ich, ich werde gerade probieren, gerade drauf loszugehen. Jawohl, da sieht man es. Er hat es schon probiert mit Stich. Noch einmal. Jetzt kommt der Kurze Führstich. Kurzes Resultat für Fona Benji. Noch wenige Sekunden. Leider auch der Wasser Dominik Isagmau. Und kann damit sein dritte Sieg am heutigen Tag aufs Notenblatt schreiben lassen. Er ist jetzt hier voll bei den Leiden. Wunderschöner mit dem Kurzes Führstich. Zwei Mal probiert er zu stechen. Jetzt kommt wunderschöner Rundzug an der Kurzes Führstich. Und da kann der Wasser Dominik Plett das Sagmau bitten. Ich bin ja auch wenig Zeit Reis essen. Ja, Benji kann schon kurz Mittagessen. Die beiden Herren noch nicht. Der Rebsamen Marcel und der Schüler Christian. Der Rebsamen, der führt mit der Maxina Mahlnote 20. Und der Schüler Christian, der seine beiden ersten Gänge gegen Schneider Dominik und der Burkhalter Stefan Menz live zu sein, ebenfalls hätte gewinnen können können. Da sehen wir jetzt gerade wieder, wie der Rebsamen gerade wieder probiert hat. Aber ich denke, der Schüler Christian wird mit dem Frank-Huyser Erich auch gesprochen, wie das ging und auf was er schauen musste. Wird sicher etwas gewarnt sein jetzt. Jetzt ein Kurzversuch von Christian. Das ist wieder der Rebsamen, so wie er Frank-Huyser genutzt hat. Aber der Schüler Christian auch hier tipptopp aufmerksam ist. Der Rebsamen, der diese Saison den ersten Kranz gemacht hat. Im Ganzen hat er schon drei Kränze geholt. Im St. Galler hat er angemacht und am Zircherkantonal. Also wirklich ein junger, aufstrebender Schwinger. Jetzt ein Weiberhaken vom Schüler Christian. Jetzt probiert er den Boden. Jetzt da vorne zu wenig fixieren. Jetzt probiert er den Druck noch etwas aufzubauen. Wir haben in den Frisch greift. Das hat man jetzt gesehen. Der Schüler Christian hat jetzt wirklich das Vertrauen wieder hat. Der hat jetzt da mit Kurz und Weiberhaken agiert. Wieder vielseitig. Die Schwinge hat man sonst im Frühling nicht so gesehen. die Schwinge. Jetzt wieder ein Kurz. Und das Resultat ergibt es. Jawohl, der Blick zum Tisch vom Platzkampfrichter und die entkneckt. Das ist das Resultat. Der Sieg für den Schüler Christian hat auch damit den führenden Eintrub gefunden. Das sehen wir wunderschön, wie er mit dem kurzen den Platzkampfrichter gibt es das Resultat gerade nicht, weil er auf den Tisch schaut. Aber die Zusammenarbeit hat wieder hervorragend funktioniert. Das ist jetzt schon, oder? Jetzt hat er mit Weiberhaken, mit Kurz und die Vielseitigkeit links, rechts wird es halt schwierig zu verteidigen. Und jetzt kann auch der Schüler beruhigt in die Mittagspause wie auch der Fona Benji, den wir vorhin gesehen haben. Hier sehen wir den Burghalter Stefan, der mit dem Kernsrettli Stefan am Schwingen ist. Auf dem Platz nebenan. Hier wechseln wir schnell auf Platz 3. Der Burghalter, den wir heute auch schon gesehen haben. Der 45-Jährige. Gegen den Etlin Stefan. Der Stefan noch zuerst gestellt hat und den zweiten Gang hat keinen gewinn. Der dritte Gang kommt jetzt am Burghalter Stefan Steobro. Der erste gewonnen hat und der zweite verloren hat. Stefan hat es da probiert mit dem Kurz. Dann probiert er es wieder. Kurz den Fehlstich. Jetzt muss er zuerst erlegen, dass er nicht in die Kontra reinläuft, der Burghalter. dann geht er weiter. bei der Burghalter in den Griffgradladl gehen. der vorhin reinläuft. Jetzt kann er noch wieder Kontra probieren. mit dem der Burghalter mit dem nicht so läuft. Aber er war gestern auch im Klöntaler Bergschwingen. Er war dort der zweite. Bei vier gewonnen gestellt verloren. Jetzt hat er gegen Reichen verloren. Jetzt wieder der Burghalter der Stefanus probiert mit dem über das Knell ablehren. Stefan, der sich auf den Gang eingestellt ist. Jetzt wieder der Stefanus probiert mit Kurz. Und das Resultat. Das war gut. Das haben wir sogar deutlich gehört. Und ja, der Schwingtino über Aschstein ist mehr. Ja, er hätte da gerade nur ins Kontra über das Knell ablehren können. Stefan, der es im Angriff probiert hat. Also der Etli Stefan und der Burghalter Stefan, die er da hätte über das Knell ablehren können. So ist es. Also, da sehen wir die wunderschöne Arena auf der Regie. Und ja, ganz kurz noch ein Wort. Wir haben sie angesprochen. Die altbekannten Routines von Abengi, Schule Christian. Sie sind am Mittag ganz vorne. Ja, die nehmen da wirklich den Schwung gerade mit vom Innerschweizer. Es schwingen beide Angreifungen. Beide bis jetzt eigentlich mit einem Geotten-Notenblatt sicher, wo sie jetzt da geschwungen haben. Also, wo können wir ganzen Geotten-Eindruck heute. Und die ganz genaue Analyse von unseren Experten gibt es in wenigen Augen blicken. Jetzt gehen wir auch zum Mittagessen. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es ganz eine kurze Verschnaufpause. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regie. Aussteigen geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Emma Technotwil Weltwerk- und Strauss. Damit brenniert. Jetzt sind Sie auf die Region für die Region. Geht jetzt um die Region für die Region. Geht jetzt um die Region. Im Moment mit dem Sie! «Sport» – immer am Montag am 20.06. auf Tele1. Aufzufallen mit Radio-, Fernseh- oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1 für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Schlussgang – Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch. Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang – die Schwingerzeitung. Wir vom Hammerauto-Zentrum wünschen ganz schönes Schwingfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen Sie mit jedem Gegner auf. «Schwingen? Das überlasse ich den Profis. Bei Böden, dort gehe ich zum Profi. Natura Chor KG». Stefanie Heinzmann und The Seven an der Radio-Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radio-pilatus.ch. Oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. «Kennzig Herrenmode» – das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grösse in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. «Kennzig Herrenmode.ch» «Mami, da!» «Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun?» «CSS-Versicherung – dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich». Das Schwing- und Älplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Rigi. Aussteigen, geniessen. Ganz einfach. «Migro Luzern. Mit ihrem Versprechen. Aus der Region für die Region. E-Matech Notwil. Everybody walks in the Schüler Christian und Fona Benji, so heissen die beiden Führenden. Nach 3 Gängen. Also alles bestens aus innerschweizer Sicht. Wir wollen aber nochmals zurückschauen auf die 3. Gänge und starte doch gleich mit dem Schüler Christian. Der hat den Führenden nach zwei Gängen zugeteilt bekommen, der Rebsamen Marcel. Und da schauen wir doch gleich in den Gang hinein. Ueli, wieder eine starke Leistung vom Roten Turmer. Ja, das ist sicher auch ein wenig Pflichtaufgaben für Christian. Kommt mit dem Weiberhaken zu Boden zuerst mal da. Er versucht nachher hier zu überdrehen. Aber der Rebsamen sehr eine gewährige, eine wendige. Und da kommt er mal noch einmal raus. Der Regen geht aber nicht auf. Aber schlussendlich war das nicht der siegesbringende Zug. Wir schauen doch gerade, ob der noch hinterher kommt. Als nächstes, wo dann der Schuller Christian zum Resultat kommt. Auch noch nicht, aber wir können ja gleich einmal darüber reden, was am Nachmittag auf den Schuller Christian zukommen könnte. Jetzt nach dem Vormittag und dann drei Gänge. Ja, wir haben jetzt den Führenden mit drei gewonnen. Das sind eigentlich die einzigen zwei, die drei gewonnen haben. Das ist natürlich letztendlich ein bisschen ein Ermessen vom Devis-Completter, wie sie da weiterfahren. Für sie sind jetzt zwei Zähne. Der meiste nachher schwindere Hintertüren. Wenn sie die Zähne zusammen tun und es unter Umständen gestellt, dann rückt natürlich das Panzerfeld hinten dran wieder auf. Die Spannung ist von daher natürlich extrem offen. Dann wäre es nachher der Schaff, da an Schluss kommen zu kommen. Der zweite Führende, du sagst es, der Fona Benji, der Gisweiler, der hat den dritten Gang gegen Wasser Dominik bestritten. Und hat jetzt neben dem Schuller Christian eben auch drei Siege auf dem Konto. Auch in diesem Gang schauen wir schnell rein. Thomas, erzähl doch schnell, wie es da zum Sieg von Fona Benji gekommen ist. Ja, am Anfang ein bisschen abkasten. Benji probiert hier ein paar Mal mit Stechen. So hat er eigentlich den siegesbringenden Zug. Wieder seinen kurzen Fussstich. Überzeugend wieder eigentlich. Benji einmal mehr heute. Kann er sich die Maximalnote schreiben lassen. Er hat somit eigentlich noch zwei Maximalnoten und 975 eigentlich Top vorne dabei. Du sagst eine Top-Leistung. Wir hatten ja vorher eben schon mal schnell im Interview. Dort wie immer noch ein bisschen zurückhaltend. Noch ein bisschen am Tiefstaplen. Aber jetzt nach drei gewonnenen Gängen am Mittag haben wir Fabian Kraijenbühl nochmal geschickt und gesagt, geh doch nochmal bei Fona Benji vorbei und frage nachher. Und das ist dabei rausgekommen. Benji Fona, wieder ein Start. Ja, unglaublich. Drei Gänge, drei Siege jetzt zuletzt gegen Dominik Wasser. Wie schaust du zurück auf morgen auf die drei Gänge? Ja, das ist sicher. Ich kann Kraft sparen. Aber jetzt haben wir Dominik. Ich habe auch schon gestellten Dominik. Sicher ein unbequemer. Aber ich habe gewusst, wenn ich richtig ziehe. Ich habe auch schon gewonnen. Aber wenn ich richtig voll dahinter gehe, kann ich einen schon gewinnen. Aber das ist sicher einer, den man immer zuerst nehmen muss. Das ist so. Man merkt, du hast wieder einen Lauf bei Sitzen. Jetzt gilt es aber, den Lauf durchzuziehen. Im Vergleich zu letzten Wochen. Wie sieht es da aus? Ja, das sieht ähnlich aus wie letzte Woche. Das Ziel wäre natürlich sicher, so weiter zu fahren. Aber die Gegner wären natürlich nicht einfacher. Das ist ja so. Jetzt zuerst mal Mittagspause. Ich glaube, den Reis gibt es einmal. Was ist sonst noch bei dir so wichtig über Mittag, dass du nachher auch wieder voll im Saft bist? Ja, ich bin eigentlich nicht einer, der gerade hingehen, sondern etwas essen. Ein bisschen Reis, genau. Und ein bisschen Epfel und Früchtebrot. Und gut trinken. Und am Nachmittag wieder weiter. Wir freuen uns. Danke, Benji. Danke vielmals. Merci. Für die, die es noch nie gesehen oder gehört haben, es ist jetzt schon nicht gerade wie ein Essen für Könige oder Kaiser. Benji mit seinem trockenen Reis. Aber wenn er sagt, dass er am Nachmittag weiterschwingen kann, dann gönnen wir ihm das und wünschen recht einen guten. Ich würde gerne noch auf einen anderen Innerschweizer zu sprechen kommen, der ein bisschen für Furore gesorgt hat im dritten Gang. Und zwar, Ueli, ich weiss nicht, ob ich das so sagen darf, er hat einen oder der stärkste Gast ein bisschen aus dem Rennen genommen, den Alpiger Nick. Da hat es einen Gestellten gegeben. Wir reden vom Gewerder Michael, ein Mietenverbändler, Mann aus Brunnen. Sag mal schnell, ist das dann auch ein bisschen taktisch, dass man einfach irgendwie versucht, den Alpiger Nick jetzt zurückzubinden? Also er hat da völlig mitgeschwungen. Er hat jetzt da nicht voll auf die Defensive geschwungen. Er hat sein Können gezeigt. Auch er hat seine Aktionen versucht, ganz am Anfang von ganz Wuchtigen kurz. Da gewährt er mich in eine riesen Nachwuchshoffung. Aus dem Winterschweizerverband, natürlich ganz spezieller Schweizer. Nachwuchshoffung hier aus dem Mietenverband. Ein ganz junger Schwinger, 18. Und er ist letztes Sonntag ein bisschen hart angelangt worden. Er hat mit Vicky Joel um einen Kranz geschwungen. Er muss eigentlich dort das 875 raus holen. Dass er den Kranz hat, verliert er natürlich ziemlich schnell. Und hat ohne Kranz müssen heim. Obwohl er eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Und da sieht man jetzt, wie nahe das ist. Er schwingt dann mit dem Minterschweizer-Festsieger. Er holt souveränen Gestellten raus. Aber am Minterschweizer geht er ohne Kranz heim. Und das ist manchmal halt so ein wenig schwierig zu akzeptieren, auch auf solch einem Tag. Wenn man dann ohne Kranz heim muss, um so ein gutes Wege schenkt. Dann wünschen wir ihm von Herzen hoffentlich den Rigi Kranz. Thomas, ist es so, wenn Alpiger Nick 2 gestellte jetzt hat, ist der Festzieger wahrscheinlich in eine weite Ferne gerückt. Darf ich schon so sagen, oder? Ja, das kann man sicher so sagen. Für ihn wird es sicher richtig schwierig. Wenn vorhin eine gestellte Gänge mit den Spitzenschwingern gibt, dann wird er nicht mehr in den Schlussgang nachkommen. Danke vielmals für diese Analyse. Ich hoffe, ihr habt auch ein wenig Hunger bekommen. Und seid zu Hause hoffentlich auch. Wir machen ziemlich kurze Pause. Es geht nämlich schon ganz bald wieder weiter hier auf der Rigi mit den nächsten Gängen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch nachher wieder mit dabei sind. Punkt 10 vor 1 sind wir wieder da. Und jetzt wünsche ich Ihnen recht den Guten. Schubelde aus demischen Teil des Bänders. Schubelde aus demischen Teil des Bänders. Als Sie so note von der Rigi Kranz. Wir werden ja nochmal über die Rige Mama zeigen. Wir haben auch noch der Riese besucht. Wir sollten die Räume über die Ruhige Mama geben weiter, Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regie. Aussteigen geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit Ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. Emma Tech Notwil Ich habe mal so einen Hammer bekommen als Kind und dann habe ich einfach den Hammer genommen und auf allem rumgehammert. Dann bin ich zuhause, haben Sie mir gesagt. Zuhause. Das wäre mein Herzenswunsch, dass wir noch schöne Reisen machen können. Wenn der kleine Matthias bei uns bleiben möchte, dann freuen wir uns mega. Und wenn er muss gehen oder will gehen, dann kann ich es nicht steuern. In den Nachrichten auf Tele1 erfahren Sie jeden Tag, was in der Zentralschweiz passiert. Zuverlässig, aktuell und kompetent. Nachrichten auf Tele1 jeden Tag, ab 6 Uhr und im Internet auf tele1.ch Schwingen, das überlassen ich den Profis. Bei Böden, dort gehe ich zum Profi. Natur Accord KG. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Schlussgang, Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabon lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch. Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwinger-Fest dabei. Schlussgang, die Schwinger-Zeitung. Kennen Sie Herren Mode. Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Kennen Sie Herren Mode.ch Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radio-pilatus.ch Oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Wir vom Hammeralter-Center wünschen ganz schönes Schwinger-Fest. Mit dem Volvo XC40 nehmen Sie mit jedem Gegner auf. Um aufzufallen mit Radio, Fernseh oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1. Für ihr Produkt. Für ihre Dienstleistung. Für ihre Botschaft. Wir beraten Sie gern. Für ihre Botschaft. Für unser communion Gemini w свои geschenkt. Für ihre Botschaft. Für ihr Produkt. Und nicht ganz schönes Schwinger-Fest. Zum Glück. Für die kleinen Bör lóge. Für ihre Botschaft. Für ihre Botschaft. Wenn dich der Botschaft im K Ohr. Es ist ein 찾아baus-Borßова. Aufmおお! Vielen Dank. 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 . Schwingen, das überlasse ich den Profis. Bei Böden gehe ich zum Profi. NaturaCourt KG. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung. Dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Schlussgang. Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabon lohnt sich. Jetzt bestellen unter 014310 7888 oder auf schlussgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingerfest dabei. Schlussgang. Die Schwingerzeitung. Kennen Sie Herrenmode. Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Kennen Sie Herrenmode.ch Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt's auf radiopilatus.ch Oder im LZ Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Wir vom Hammeralter-Center wünschen ganz schönes Schwingerfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen Sie mit jedem Gegner auf. Tickets gibt's auf. Die Werbeproduktion von Tele1 Für ihr Produkt. Für ihre Dienstleistung. Für Ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Emma Technotwil Vona Benji aus Giswil und Schüler Christian aus dem Roten Turm, so heissen die beiden Führenden in der Mittagspause vom Rigi Schwingen 2019. Damit herzlich willkommen zurück auf der Königin von den Bergen. Wir haben etwas Gutes gegessen und sind bereit für die nächsten drei Gänge vom heutigen Nachmittag. Ich würde gerne noch etwas zurück schauen. Ueli, was würdest du sagen, haben die beiden besser gemacht als alle anderen? Oder warum sind sie jetzt die Führenden nach drei Gängen? Was sich heute ganz klar wieder ausprägt, ist einfach das Startduell. Das haben wir in der letzten Fest oder allgemein an den Kranzfests gesehen, vor allem an dem Golfverbandfest. Wer die ersten Gänge gewinnen kann, wo die Spitzenpaarungen schon angelegt werden, der hat einfach einen gewissen Vorzug. Und der trägt ein gewissen Poster mit, wenn er dann die kommenden Gänge auch gewinnen kann. Und das ist jetzt heute bei zwei. Vona Benji im Schuler Kriegel. Sie haben jetzt fast einen Punkt Vorsprung, also sie haben einen ersten Punkt Vorsprung. Und das gibt ihnen jetzt so ein Poster nachher, um die Schlussgang-Qualifikation zu schwingen. Sie können es jetzt eigentlich gegen guten Gegner sogar gestellten leisten unter Umständen und können so nachher den gleichen Schlussgang einziehen. Du sprichst es an, geben wir doch gleich einen Blick auf die Zwischenrangliste am Mittag nach drei Gängen. Du sagst es, Vona Benji, Schuler Christian, natürlich jetzt deutlich voraus. Jetzt haben wir vor ein bisschen gewährweise. Du kannst vielleicht die nächsten Ränge noch schnell aufzählen, wie man einteilt. Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen, Ueli? Ja, Vona Benji kommt mit dem Töbeli zu tun über Schuler Christian und Strebel-Schule. Ulrich Andreas Beier Christoph. Schurterberger, Höfliger Andreas. Funkhauser Marco mit dem Rapsamen Marcel. Marcel, der Vogel Remo mit dem Burghalter Stefan. Der Supi Gröni mit dem Schneider Domenik. Und ja, da haben wir eigentlich da die Leute. So die Spitzenpaarungen, genau. Wenn wir die da jetzt anschauen. Wir haben ja vor dem Mittag mal schnell gewährweise, Thomas, ob man allenfalls einen Vona und einen Schüler, den könnte, zusammen tun. Wie siehst du das so einmal persönlich mit diesen Spitzenpaarungen? Wie geht man da vor? Oder für was hat sich jetzt vielleicht kampfgericht in diesem Fall entschieden? Oder die Einteilung? Ja, sie haben sich sicher entschieden, dass sie den zwei Spitzenleuten der Innerschweiz jetzt die besten Gäste noch einmal geben. Oder mit Töbeli und Strebel. Zwei aufstrebende Nordwestschweizer Schwinger. Und das sind sicher spannende Gänge, die wir hier erwarten dürfen. Aber nachher, wenn jetzt die zwei Innerschweizer gewinnen würden, würde es sicher nachher ein Aufeinandertreffen geben von den zwei. Weil der Abstand halt sonst zu gross wäre. Und dann müsste man etwas machen. Aber das macht sicher spannend dort. Und wenn jetzt die Leute hintendran auch ihre Gänge gewinnen und den Anschluss noch ein bisschen behalten können, dann gibt es ja die fünften Gänge. Und trotzdem noch interessante Paarungen. Uel, jetzt hast du gesagt, sowohl Schüler als auch Fona könnten sich jetzt auch einen Gestellten erlauben. Wie gefährlich ist das, wenn man so etwas weiss? Ja, so etwas darf man gar nicht denken. Also ein guter Gestellten. Man sieht den einzigen Fona Benji, heute eigentlich auch von Ulrich Andreassen Punkt heraus. Und das ist eine Nuance, was ich jetzt gesagt habe. Das darf ein Schwinger gar nie im Kopf an so etwas. Der Schwinger muss immer auf den Sieg schwingen. Und die zwei haben jetzt die Gegner-Zuteilte bekommen, wo das auch lösbar oder machbar ist. Es ist sogar eine Chance für sie zwei, dass sie da noch einmal weiter vorziehen können. Aber nachher gesehen habe ich es eben schon, dass man es nachher noch einmal spannend machen würde. Ich hätte es jetzt gerne nicht schon gesehen in diesem Durchgang. Es wäre nachher noch einmal etwas offener geworden, das Ganze. Man hätte das hinteren Teilnehmerfeld noch einmal aufeinander lassen können. Dann hätte sie sich noch einmal die Besten herauskristallisiert und man hätte dann noch einmal mit den Spitzen paaren können. Aber das ist Einteilung, das ist jetzt so. Und das gibt ganz spannende Gänge. Es ist sehr gut eingeteilt, sehr viele offensive Schwinger dieser Spitzengruppe dabei. Und das gibt es sicher spannende Gänge auch für uns und für die Zuschauer. Danke vielmals, Ulrich. Wenn Sie jetzt einschalten und sagen, Herr Schüler, Herr Fona, ich habe noch überhaupt nicht mitbekommen, was dort alles auf der Regie los war. Es ist gar kein Problem. Wir haben Ihnen eine Zusammenfassung vom Morgen beim Regie Schwingen 2019. Die Innerschweizer sind am Morgen auf der Regie überlegen. Christian Schuler nimmt den Schwung vom Isaf mit und gewinnt seine ersten drei Gänge. Nach dem Anschwingen gegen Dominik Schneider bleibt er auch Stefan Burghalter. und der bis dahin führende Marcel Rebsameniss Agmell. Für den Spektakel in der Natur-Arena auf der Regie sorgt einmal mehr auch Benji Fona. Der Sieg gegen Dominik Wasser da im dritten Gang ist der dritte Sieg für Egisweiler. Gesang für Egisweiler. – Stuttgart! – Stuttgart! – Stuttgart! – Stuttgart! – Stuttgart! Es hat uns begleitet, letzte Woche. Ziel wäre natürlich sicher, so weiter zu fahren. Aber die Gegner wären natürlich nicht einfacher, das ist ja so. Die Gäste haben gegen die starke Innerschweizer bis jetzt einen schweren Stand. Sie sind bildlich der klare Reitgenosse Roger Reichen, der gegen Remo Vogel aus Hasle schon die zweite Niederlage kassiert. Und auch der frischbackene Isaf-Sieger Nick Alpiger muss mit zwei Gestellten leben. Hier im dritten Gang gegen Michael Gewerder. Und schon im Anschwingen gegen Gersauer Andreas Ulrich. Der zweifache Riggi-Sieger war vor einer Woche am Isaf noch krank. Heute ist Andreas Ulrich noch umgeschlagen und holt sich vor Mittag noch zwei Siege. Für die Zuschauer bleibt es also spannend, bei welchem Schwinger auch am Nachmittag der Höhenflug noch weitergeht. Ja, Fona Benji und Schüler Christian, über die haben wir die beiden Führenden geredet. Jetzt haben wir aber auch die beiden Innerschweizer hinten dran gesehen. Ueli Schurtenberger, Sven, Ulrich Andreas. Auch da ist ja noch alles möglich, oder? Ja, für diese zwei ist noch alles möglich. Und es hat noch ganz viele andere Schwinger, die wirklich auch noch vorziehen können. Erfreulich sicher auch, dass wir junge Schwinger dabei haben. Ich denke da gerade an Fankhauser Marco, Döbeli Andreas Strebuschuel, auch der Rebsamen Marcel, der überraschend hat von Fankhauser Erich gewinnen. Das macht es doch interessant und da sieht man immer, wie der Schwingsport eigentlich lebt. Fankhauser Marco, da hast du schnell aufgegubelt, als er dann auf Andi gebodiget hat. Da schlägt natürlich dein Entenbucherherd höher. Ja, das ist für so einen Schwinger immer ein grosser Erfolg, wenn sie einen Eidgenoss gewinnen können. Und gerade bei Marco, er hatte jetzt einen schwierigen Start. Er schwingte sich schon für den letzten Frühjahr. Er musste dann lange auskurieren. Er kam dann zum ISV wieder Retro, dann konnte er den Kranz machen. Es gibt immer wieder Motivation und Schub und das ist gut für solche Schwinger. Thomas, auf wer würdest du jetzt Augenmerk am Nachmittag so etwas lecken? Oder auf wer freust du dich besonders? Vielleicht auch nicht aus den Top 4, die wir jetzt schon betont haben. Kommt, wo du sagst, da liegt eigentlich auch noch einiges drin. Und da freue ich mich auf die nächsten Gänge. Ja, jetzt wenn man von den Gästen her schaut, sicher ein Schneider-Dominik, der gegen einen saupigen René in die Hose geht. Das sind sicher zwei Angriffsschwingen, zwei Standschwingen. Da kann man sicher angespannt sein. Und ich bin schon vor allem mal gespannt auf die jungen Nordwestschweizer. Döbeli, Andreas, Strebel, Joel. Das sind zwei aufstrebende und man gesehen hat, wie die gegen unsere Innerschweizer Krex standhalten können. Und ja, es gibt eigentlich auch noch spannende Paarungen. Auch die jungen Luzerner, Kurma Toni, die da vorab ist. Es sind mehrere Ambul-Joel, also die Luzerner eigentlich. Die Jungen, die da auch überzeugen. Und auf die können wir auch noch ein bisschen gespannt sein. Und bei denen ist ja dann wahrscheinlich speziell auch, wenn es um einen Kranz geht, oder? Ja, für sie ist das natürlich das ganz grosse Ziel und dass sie sich da gegen diese Spitzenleute behaupten. Aber da geht es immer darum, dass man zum Beispiel einen Eidgenoss stellt. Oder dass man einen sogar nehmen kann. Dann hat man wieder ein bisschen ein Plus, auch einteilungshalber. Wenn man natürlich Eidgenoss auf dem Notenblatt hat, dann stellt das auch schon etwas dar. Und man bekommt sicher nicht den Eidgenoss nachher einen Kranz rüber. Und ich wollte nur noch geschwind ergänzen. Ja, auf jeden Fall. Der Schwinger ist ein bisschen untergegangen. Der Vogel Remo hat im dritten Gang den Reichen Roger bezwingen. Auch ein Eidgenoss. Auch der Remo, der ein bisschen Verhalten gestartet ist in dieser Saison. Er hat eine Zeit lang nicht geschwungen. Und kann jetzt eine Saison mit Regi auch wieder mitmischen. Das ist eigentlich extrem interessant. Und ich mag es auch können. Der Sieg hier über den Reichen Roger. Auch das, ein weiterer junger Schwinger, der da jetzt noch das Feld einkommt. Und vor allem, wenn du jetzt Gäste so ein wenig ansprichst, eben jetzt gerade den Reichen Roger hinzuschauen. Alpiger Nick. Das klingt jetzt böse. Aber die hatten jetzt nicht eine absolute Top-Leistung am Morgen. Hättest du dir mehr erwartet? Oder ist das jetzt auch aufgrund der Einteilung so gelaufen? Nein, die haben jetzt wirklich nicht glänzt. Das auch ein Alpiger Nick nicht. Ein Alpiger Nick müsste natürlich auch ein Gewerder Michi gewinnen. Das hat der Gewerder Michi sehr souverän gelöst. Reichen Roger darf natürlich auch ein Vogel Remo nicht verlieren. Was dürfen wir schon ein bisschen stolz sein? Das ist sicher ein Erfolg. Aber wir haben ja auch Leute in unserer Reihe. Genau, wie immer Fandi und der Fankhuser Erich sind abgeschlagen, eigentlich schon ein wenig hinten ab von der Rangliste. Und eben so kann es auch gehen. Es ist ein Tag so oder der andere Akt in der Disse. Und das ist, denke ich, der Schwinger könnte es sein. Eben, ihr kennt das bestens. Thomas, kannst du dich eigentlich noch an Rigi-Kranz erinnern? Oder erinnert man sich an erfolgreiche Feste zum Beispiel auf den Rigi? Ja, Rigi hat man eigentlich immer in guter Erinnerung. Auch als Schwinger, weil Rigi einfach von den Kulissen her speziell ist. Vom Wetter her kann es sehr schnell ändern. Und ja, ich habe sehr gute Rigi-Erfahrungen. Auch schon ein paar Mal durften den Kranz holen. Eines durften zwei ziehen. Und das behaltet man natürlich in Erinnerung. Und jetzt im Einblick auf den heutigen Tag ist es einmal wieder präsenter geworden. Und das sind natürlich Erinnerungen, die nachher in einem bleiben. Ich habe heute zufällig am Mittag den Rettichtoni getroffen. Ein ehemaliger Schwinger von der Ostschweizer. Ein Hurer. Mit dem Zettling, den man hier früher zusammengegriffen hat, macht man schnell einen Austausch. Rett, was machst du, wie geht's und so. Und das ist natürlich schön. Das sind auch schöne Momente. Nach der Schwinger-Karriere natürlich. Ueli, was kommt dir als erstes Sinn, wenn du vielleicht an Bergfest allgemein oder an Rigi zurückdenkst? Ja, eben. Rigi war immer ein schönes Fest. Für mich war das Lieblingsbergfest immer der Stoss. Aber auch Rigi ist etwas sehr Schönes. Eben, was ich einfach schön finde an einem Bergfest, hat man wirklich die Schwinger-Könner da. Es sind Leute da, die den Schwingersport ganz nahe verfolgen. Und das macht es noch einmal viel spezieller. Es ist urchig. Im Hintergrund gehört man die Ländler-Musik. Und das ganze Ambiente. Die Leute sind extrem nahe. Und Bergfest ist natürlich immer ein Highlight. Jeder Gang ist ein Spitzengang. Man hat nur top Leute dort. Und ich habe auch sehr gute Erinnerungen daran. Urchig, das ist ein ganz gutes Stichwort. Das betrifft aber nicht nur den Sport. Oder das Mittagessen. Die Musik, die Ueli anspricht. Sondern das ganze Drumherum. Und darum haben wir Cedrina Schaller mal losgeschickt. Während der Mittagspause hier in dieser Natur-Arena etwas rumschauen. Und sie hat hier ganz spezielle Sachen gefunden. Eine ganz spezielle Konstruktion zum Mittagessen haben wir hier gefunden. Livio, erzähl schnell. Was habt ihr hier alles zusammengebaut? Das ist eigentlich unser Rigi-Fondytisch. Den haben wir seit über 10 Jahren hier mitgebracht. Und nehmen wir eine Gruppe von etwa 10 bis 20 oder 30 Leuten. Die hier von Littau herkommen. Und es ist jedes Jahr ein ruhiger Erlebnis. Und es ist ganz verreckt hier mit dem Fondy natürlich. Ja, Achtung. Was ist das Wichtigste, was ihr hier raufschleppen musste? Das Wichtigste, was ihr dabei habt? Ja, neben Weissü und dem Tisch ist der Tisch selber. Ja, ich habe gesehen, da habt ihr noch Löcher drin gemacht. Extra für den Weissü. Ja, genau. Das ist so, ja. Natürlich auch der Käse. Passt ein wenig auf, was du machst. Dass es auch etwas zu essen gibt über Mittag. Das ist natürlich immer etwas Gutes. Das Schwingen von den Plätzen her, muss ich jetzt sagen, ist nicht der optimalste Platz. Aber was meinst du? Ja, wenn man ein wenig richtig hinstellt, dann geht das schon. Favorit heute? Äh, der Beste soll gewonnen. Also der Beste. Ja, es ist immer der Stärkste. Dann mag ich es dann gönnen. Ist gut. Wir wünschen dir noch einen guten Weiterhin und merci vielmals. Danke auch. Schönen Tag. Sieht super fein aus. Man muss aber sagen, Fondy kochen ja eigentlich nicht so eine Riesenkunst. Viel komplizierter ist es, wenn man in der Küche so richtig etwas zaubern muss. Und das haben wir diese Saison von unseren Innerschweizer Schwinger verlangt. Unter anderem der momentan führenden Fona Benji aus Gieswil. Wir wollten wissen, ob dieser in der Küche auch eine gute Gattung macht. Ich bin Benji Fona und heute koche ich ein Geschnetzel mit Reis. Und zum Dessert gibt es ein Schokimuss. Ja, das Kochen ist eine der ganz grossen Leidenschaften von Benji Fona. Und dass der dreifache Eidgenosse ein Schokimuss aus dem Ärmel schüttelt, das überrascht sogar mich. Trotzdem prüft der Gieswiler dann zwischendurch auch noch nach, ob alles nach Plan läuft. Wo ist das? Und das ist ein Schokimuss. Ich habe eine Mission. Ich koche nur etwas selber. Meistens etwas Schnelles, aber man könnte sicher etwas mehr machen. Etwas Hochstehendes. Also hochstehend nicht, aber wenn man ein hohes Mann zu kosten, habe ich schon etwas begreifen. Genau das hat Benji schon letztes Jahr beweisen. Als wir ihnen die Hobbys der Innerschweizer Schwinger gezeigt haben, hat Benji nämlich auch schon gekocht. Zusammen mit seiner Mami. Nachdem diese Bilder auf Tele1 gelaufen sind, konnte sich der Gieswiler kaum mehr von Reaktionen aus dem Umfeld retten. Sie haben gefragt, ob ich sie tatsächlich einladen würde. Die eine oder andere auch nicht. Aber bei jedem kann ich natürlich nicht einladen. Das wäre dann unten am Kochen. Ja, das wird nach dem heutigen Beitrag vermutlich nicht besser. Benji Fona hat nämlich noch eine Schwierigkeitsstufe höher geschaltet und muss sich bei seinem Bulletschnetzelte auf einiges konzentrieren. So, da haben wir noch. Am Schluss tun wir noch etwas Poniock dran. Nicht zu schwer. Beim Ausblick auf das Eidgenössische wird Benji Fona fast schon emotional und es kommen Erinnerungen auf. Ich bin am letzten Eidgenössischen hier in der Wiener Schweiz auch schon dabei gewesen mit 17 in Luzern. Ist dir jetzt ein wenig Zeit vergangen. Und das wäre sicher, wenn du gesund und die beste Form hast von der Saison am Eidgenössisch. Das wäre das Ziel oder das Optimale. Ja, da kannst du sagen, dass du eigentlich eine Top-Verfassung und kannst am Samstagmorgen so starten. Das wäre eigentlich der Wunschtraum von allen Schwinger. Wunschtraum von allen Schwing-Fans sind aber nicht etwa Kochkünste von Benji, sondern Tickets für den Saison-Highlights Zug. Das merkt Gisweiler immer wieder. Wird man natürlich immer gefragt, ob es nicht noch ein Billett ist oder so. Dann muss ich auch sagen, dass ich leider auch nicht helfen kann. Das ist sicher auch beim Ausgang oder so. Das wäre viel so angesprochen. Na gut. Das ist gut. Das ist gut. Mh. 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 Nicht schlecht. Ist gut. Jetzt kommt es auf das Dessert. Das ist natürlich eine Seite. Vielleicht oder auch nicht. Wir haben Benji von A heute von seiner Schottiseite kennengelernt. Seine Gegner im Sackmell hoffen aber besser nicht auf das. Ja, definitiv. Seine Schottiseite zeigt er nur beim Kochen. Heute Nachmittag im Sackmell werden wir ganz sicher wieder anders sehen vom Fona Benji. Es geht jetzt gleich weiter mit den vierten Gängen. Vorher machen wir noch kurze Werbung. Das Schwing- und Älplerfest auf der Regi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge. Der Regi. Aussteigen geniessen. Ganz einfach. Migro Luzern mit ihrem Versprechen. Aus der Region für die Region. Emma Technotwil In der Region für die Region. Trittst du heute noch auf? An Hochzeiten. Kann man dich noch buchen? Als Brautbar quasi. Ja, man kann mich schon noch buchen. Kann man dich überhaupt noch zahlen? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Man kann von Wunder reden, die die Menschen z.T. während dem Krieg, während der Kämpfe erlebt haben. Das ist enorm eindrücklich. Ich habe manchmal dummes Zeug gemacht und mein Sitznachbar hat gegigelt und gegigelt und dann wurde gestraft. Und ich bin nebenan gesessen, wie wenn nichts passiert gewesen wäre. Ich habe dann Mühe mit dem Scheitern gehabt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht wirklich alles reingegeben, was für mich Menschen möglich ist. Bist du heute! Das ist noch nie! Bist du heute! Bist du heute! Du bist eh nicht! Dich du heute! Du bist eh nicht! Das ist noch nie! Du bist eh nicht! Beziehungsverote! Ich sage dir, was du heute! Hoめて needed! Um aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele1. Für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Botschaft. Wir beraten Sie gern. Schlussgang, Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabend lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang, die Schwingerzeitung. Wir vom Hammeralterzentrum wünschen ganz schönes Schwingfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen wir es mit jedem Gegner auf. Schwingen, das überlasse ich den Profis. Bei Böden, da gehe ich zum Profi. Natura Chor KG. Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt es auf radiopilatus.ch oder im LZ-Korne Luzern, Stanz und Altdorf. Känzig Herrenmode. Das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Känzig Herrenmode.ch Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Das Schwing- und Älplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Rigi. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. Emma Tech Notwil Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause. Sind wir bereit für die vierten Gänge hier in der Natur-Arena auf der Rigi? Es ist immer noch trocken. Es hat ein bisschen Wolken bei kühlen 10 Grad. Aber wir haben ja vorhin wieder den Radar konstatiert. Und wir glauben jetzt einmal, müssen wir Wärter profiten, dass es da bis nach dem Schlussgang trocken bleibt. Wir sind drin im Duell. Kanton Schweiz gegen Kanton Glarus. Der Blaser, Theo, der da mit dem reichen Roger zusammengegriffen hat. Ja, der Gang ist schon knapp zwei Minuten am Laufen. Bis jetzt ist es schon noch keine nennenswerte Aktion gewesen von beiden. Das war schon noch keine nennenswerte Aktion von beiden. Jetzt da der Reichen, der es mit Letz probiert. Der Reichen, der sicher unter Zugzwang ist, nach zwei verlorenen Gängen unter dem Tunnel. Jetzt da mit Kurz, der er es probiert. Der Blaser, Theo, aus dem Mutital. Er ist heute gestartet mit zwei Niederlagen gegen Rebsal, Marcel und Zürich, Fabian und hat es dann gegen Poltera, Andrin, vor dem Mittag kommen und mit einem Zähne gewinnen. Und jetzt da die Entscheidung für den Reichen, die da sein vierter Gang hat gewonnen. Das gibt ein Zähne für den Reichen, Roger und ein 8.5 für den Blaser, Theo. Und er kann sich an schreiben lassen. Und da ist ein weiterer Funkhauser an der Arbeit, der Funkhauser Erich gegen den Nordostschweizer Gast, den Rück Fabian. Erich, der hier unter Zugzwang ist, nach zwei Niederlagen und einer Gewinnungen. Also es da probieren, der Weg Fabian zu bezwingen, dass er da im Rennen bleibt und Krems. Der Weg Fabian noch erst verloren hat es gegen Arnold Stephan, der in der Blaser, Theo, mit einem Zähne hat gewinnen und gegen Kennel Franz Doni, der Lokalmatador vom Schwingverband am Riggi dann vor dem Mittag gestellt hat. Er hat einen Weiberhaken, er hat versucht, zu lernen, aber nicht zu wenig er fixieren konnte. Der Weg Fabian, der bis jetzt sechs Kränze geholt hat in seiner Karriere, dieses Jahr bis jetzt den St. Gallen Kranz geholt hat. Das ist ein kurzer Zug von Erich. Das ist ein kurzer Zug von Erich. Er hat zusammen mit seinen beiden Brüdern, Marco und Reto, er hat gerade vor einer Woche den Kranz geholt hat an Innerschweizen, wo sind sie auch letztes Jahr schon geschafft. Und er will natürlich auch auf der Riggi wieder den Kranz holen. Und da wird natürlich genau Statistik geführt, auch auf der Tribüne bei den Zuschauerninnen und Zuschauern. Gut, laut, zuschauen. Aber wenn ich da die erste Reihe zum Teil, der mit kurzen Hosen, also bei knapp 10 Grad, ja, das sind optimistisch gewesen im Morgen. Denken der eine oder andere wäre vielleicht gleich froh, er hätte die Länge Hosen mitgebracht. Es ist halt auf 1600 Metern schon gerade ein paar Grad kälter und wenn es jetzt halt das Wetter schön ist, es ist ein bisschen zu spiessen, die noch ein bisschen zu spiessen. Die Ganghälfte ist da durch, jetzt ein Weiberhakenversuch von Erich. Jetzt Beine verweitscht unten. Da sehen wir es, der Bankhauser Erich, er hat einen Gehörserstrand dahin, der Rüeg Fabian, er hat ihn noch nicht gehört, besitzt. Sechs Kränze in seiner Karriere-Kolz, alle sechs an einem Kanton. Erich hat sich jetzt so in dem Gang schwerte, er probiert, einfach so ein bisschen nicht ganz so konsequent. Das ist so ein bisschen, ja, das, was der Benji und der Schöler-Christian bis vor dem Innerschweizer ein bisschen gehabt haben. Das ist sich jetzt da ein bisschen schwer. Da braucht es meistens nicht so viel, wenn man da wieder einen 1-2-Giote-Gang hat, ist man gerade wieder drin, weil Schwingen selber hat auch Erich nicht verloren. Und viel spielt das auch im Kopf mit, im Schwingen, eben der psychische Aspekt. Ja, es ist halt so, man kann nicht Sonntag für Sonntag top bereit sein, oder? Und jetzt, ja, jetzt einfach zehn Schwingen, wie man sagt, und das so fest kann es immer wieder geben, wo man nicht, das Top-Niveau erreicht, und die Schwingen kann man nicht ganz gleich, so über, obwohl man eingeändert hat, am Ganzen. Das ist einfach, manchmal ist es wie ein bisschen der Wurm dienen. Der Gang geht jetzt noch eine Minute, wenn es da keine Entscheidung gibt, dann geht es den Gang gestellt aus. und halt wirklich schlechte Gegner, das gibt es gar nicht mehr. Es sind alle, die trainieren, die auch nicht schwingen können. Das ist hier mit dem Brienz-Firsi. Und Resultat für den Rüeg, und er jubelt da, er legt den Fankhauser auf den Rücken, und mit dem Kranz und dem Erech Fankhauser wird das heute sehr schwer. Nein, er hat es da, Fiersi-Brienz, probiert, mag nicht klären, steht ab, und der Rüeg kommt und er überstösst ihn gerade. Dann kommt ein Zähne über und Erich Fankhauser nach einem Sieg und drei Niederlagen. Ja, ihm läuft es nicht, im Endli-Bucher, und wir machen uns bereit für die nächste Barri, die Glockner Philipp. Ihn haben wir heute auch schon gesehen bei uns im Live-Programm gegen Kropf Marcel, der Gast vom Nord-West-Schweizer Verband. Der Philipp, der ein bisschen zähig angefangen hat am Morgen, jetzt hier schier zum Resultat kommt, jetzt ist aber der Kropf gejagt in. Kropf Marcel, der er gerade kennt, den Schwung mitten von Philipp. Das probiert er da, am Boden nicht zu packen, sind sie aber gerade am Platzrand. der Kropf Marcel. Der Kropf Marcel hat jetzt in Bedrängnis, hat jetzt die erste verloren gegen Leipi Samy, dann gestellt gegen Zimmermann Martin und der dritte gegen Hauri Urs können grünnen. Der Kropf Marcel ist einer, der weiss, wie man Kranz hält auf der Rigi. Er hat das 2010 geschafft. Da sehen wir es wunderschön. Ich habe gerade den Schwung mit ihm kennengelernt. Das ist ein Blick, wie er Philipp hätte er da nicht können fixieren. Und der Kropf Marcel, der die beiden ersten Gänge verloren hat, gegen Steinauer Adrian und Städtling Stefan und dann vor dem Mittag sicher konnte er eine Szene schreiben lassen mit seinem Sieg gegen Lang Zven. Der Kropf Marcel hat jetzt wieder ins Kreuzrecht, der viel dertageiert, viel noch mit Gammen zu dieser Situation aus gearbeitet. Der Platz 1 hat sich jetzt gerade gehalten, Mainz der Stefan und der Batalier Ursul. Aber der Block, wo viele Platz sich dann nicht auf dem Spiel hängt, so müssen sie den Platzmitte wieder frisch greifen. Applaus Die 2. haben sich jetzt hier am ersten Zug gegangen, jetzt haben sie sich hier gegenseitig neutralisiert. Die wichtige grosse Chance ist jetzt von beiden rausgeblieben, abgesehen vom ersten Zug. Die Lackner Philipp, der hier sicher unter Zugzwang ist, mit einem kurzen und wunderschön. Ohne Kablecke, Ove Röcke und sie kann ein Zehne schreiben lassen. Die Lackner Philipp, die hier nach der Mittagspause seinen Gang gewinnen kann. Ja, wunderschön, wenn er jetzt hier anzieht, kurz leert und oben schön steuert. So können den Kropf Marcel Blattis auch mal warten. Hier sehen wir es, rot auf eis, eine Szene für den Glackner Philipp, ein Achterhalt für den Kropf Marcel. Und das ist die nächste Paarung, die wir zu sehen bekommen. Der Bricker Michi, der Urner gegen den Kuster Marcel, den Nord-Ost-Schweizer Gast. Der Bricker Michi hat ihn bezwingen können. Ja, das ist das Resultat, der Platzkampfrichter hat er wieder geschaut. An den Tisch, einen zu seinen Kollegen, die ihm angezeigt haben. Jawohl, das ist das Resultat. Wunderschön mit Stich. Michi hat das Gefühl, da kam er Platzrand und da wunderschön. Und da sieht man, wie beide Schultern im Sagmal drin sind jetzt. Ja, das ist jetzt schnell gegangen. Ja, er hat er gerade wunderbar verwitscht mit dem Stich. Der Bricker Michi, der noch diese Woche musste schwingfest abräumen, zu fliehen. Der Bricker Michi, der, der seinen ersten Verbandskranz geholt hat in der schweizerischen. Gleichzeitig auch im Oka gewesen ist, wo es noch ein Lebigpreis von ihm gekommen ist. Das war sicher eine 2-3 turbulente Woche. Das nächste Duell. Auch die Herren haben wir schon gesehen. Sicher der Schurtenberger Sven, der Mann aus Budisholz. Er, der hier im Rang 3b klassiert ist, gestartet ist mit einem gestellten Kindlimann Fabian. Und dann der Rot-Martin und der Hess Michael konnten bezwingen. Und zwei Gegner den Höfliger, der Andreas. Aus... ...Voisensberg. Voisensberg. Innerschweizer. Das ist sicher der Schurtenberger ist nach wie vor im Rennen. Er probiert es jetzt damit kurz. Ja, kommt zum Resultat. Ja, wunderbar. Auch er wäre ein kurzer Prozess gehabt hätte es im Gang. Wunderbar. Und kann sich da auch wieder eine Szene schreiben lassen. Er ist nach wie vor... ...Sergéad im Rennen für eine... ...Festzeuge. Jetzt sehen wir es. Es ist wunderschön, wenn er im Kurz... ...hinter zusammengerägt im Kreiz... ...und schön oben mit dem Kopf dran ist. Wunderschön. Das Zechne da. Und er bleibt nach wie vor. Der Spitze vorne. Der Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Elpenfest. Der Alpiger Nick an der Arbeit gegen Rohrer Ivan. Der Rohrer Ivan, der letztes Sonntag auch im Kranz war im Innerschweizer. Jetzt hier der Alpiger, der gerade die erste Zug. Ja, das war schon Resultat. Jetzt machen sie einen kurzen Prozess. Einen nach dem anderen. Unglaublich. Ja, wunderschön, wenn er da kurz und jetzt einfach in den Boden rein... ...und dann am Boden gar nicht mehr... ...und dann in den Boden gehen. Als 975 kommt er über den Alpiger Nick für diesen Sieg. Und ein 8.5 für den Rohrer Ivan. So, und jetzt kommt der Oldi... ...ins Sagnau. Der König. Nein, ich habe es gemeint. Mal, das ist er. Jawohl. Es ist der Vorher Arnald gegen Kurme Toni. Nöldi Vorher. Schwinger König 2001. Der junge Luzern aus dem Schwinkel- und Wigertal. Kurme Toni. Von Papieren eine einfache Aufgabe. Kurme Toni ist aber sehr ein unbequemer, technisch sehr versierter Gegner. Sicher nicht ganz eine so einfache Aufgabe für den Helden. Kurme Toni, der den ersten gewinnen konnte. Ja, gerade einmal Adrian. Im zweiten gestellten gegen Schmid Samweil. Und der dritte, der Mann, der Michael Sagnau. Und der dritte, der Mann, der Michael Sagnau. Der dritte. Einen 5. Rangliste mit dem 5. Rang voll bei der LeAD. Das ganze Zeichrad habe ich angehen gegen Nöldi. Ich habe es hier probiert mit einem Worten-Stich. Der Meldi, der zwei gestellte und einen Sieg auf dem Motorblatt hat, besitzt den Sieg gegen Arnold Stephan in einem zweiten Geist, als er ein 9-7-5 konnte. Ich habe es hier probiert mit Übersprung. Ich habe das Foto nicht gekennzeichnet. Hier sehen wir es. Der sechfache Eikenass und der König von Arnold gegen den Kranzschwingen. Kuhn, nicht da. Drei Grenzen bekommen. Einer in diesem Jahr am Luzerner Kantonale hat sich im Schlussrang 7 Jot klassiert. Aber jetzt ist der Meldi noch nicht ganz so angreifig gewesen. Sonst war es morgen sehr angreifig. Ich habe es gerade probiert. Aber der Kuhn ist nicht sehr beklemmend. Jetzt kommt wieder Gammel-Links-Rechts-Kombination von Aldi. Dann ist der 40-jährige Schwinger-König, der es hier wieder probiert hat. Und der Kuhn, Toni, fast 20 Jahre hin. 21 Jahre, also 19 Jahre Differenz zwischen den beiden. 25 Jahre Differenz. Ja, Toni macht das da eigentlich ganz gut. Für uns wäre es natürlich Erfolg, wenn er da gegen den Aldi stellen könnte. Ich bleibe mit dem Gestellten nach wie vor im Rennen um Kranz oder Möldi. Es war ein wunderschöner Kurzzug von Möldi. Ich habe gesehen, dass er mit den Beinen ist. Ich habe ihn aber den Moment weit fixiert. Er kann sich oben ausdrehen. Das ist der Platzrand hier. Der Kurmer Toni, der zum allerersten Mal in seinem Leben gegen den voren Möldi schwingt. Wie ist es für einen Schwingen? Wenn du gegen einen König in Sagnau steigst, ist das sicher auch noch speziell. Ich denke, für Toni ist das sicher motivierend. Er hat die Ausgangslage gegeben. Er kommt auch befreit dorthin. Er hat noch nie verloren. Nach diesem Gang kann er immer nur um Kranz schwingen. Von daher ist es für uns einfach die Situation ein bisschen fisch gegeben. Wir haben es auch wieder probiert mit dem Nöldi. Der Nöldi wird es nochmals mit einem Schluck probieren. Das ist das, was man in den letzten Jahren gesehen hat. Der Betreuer kommt. Der Nöldi ist auch im Verzweifeln. Der Nöldi führt nochmals an. Er hat nämlich noch etwas als eine Minute, um diesen Kampf noch für sich zu entscheiden. Jetzt hat der Platzkampfrichter angezeigt. Jetzt kommt er wieder. Übersprung. Der Cournoton ist hier sehr fair. Er greift bei den Orten normal an. Der greift nicht an. Er stellt sich im Kampf. Jetzt müsste da nochmals etwas kommen vom Nöldi. Er hat jetzt den Übersprung. Er mag er zu wenig fixieren oben. Er ist auch ein wunderschöner Übersprungversuch vom Nöldi. Aber er konnte er nicht fixieren oben. Er konnte sich da ausdrehen. Und jetzt läuft die Zeit ab. Das wird kaum mehr länger, um nochmals einen Angriff zu starten. Der Platzkampfrichter sagt jetzt. Die Zeit ist vorbei. Das heisst, dieser Kampf ist gestellt. Er hat ein 9 für den König und ein 8-7-5 für den Cournoton. Ich überrasse mich jetzt gerade, dass es hier differenziert hat. Der Nöldi war sicher mehr aktiver. Aber Toni hat sich hier am Kampf gestellt. Der Nöldi hatte zwar schon 2-3 Seige Chancen gehabt. Einfach zu wenig fixieren. Burghalter Stefan Vogel-Remo ist unser nächstes Duell. Und daher haben wir heute auch schon mehr als einmal gesehen. Der 45-Jährige, der dieses Jahr am Eidgenössischen will mit seinem Sohn Thomas. Der 16 wird als Erster. Vater und Sohn gemeinsam ins Sagmeld steigen am Eidgenössischen. Ich denke, das wird nie dieses Jahr mit dem Wildrehen. Sein Sohn Thomas hat bis jetzt noch keinen Kranz geholt. Ich denke, wir müssen es drei Jahre verschieben. Über dennoch schwingt man 48. Das ist dann die andere Frage. Wenn ich es auch traue, dann Burghalter. Jetzt ist es sicher so. Jetzt ändert ein bisschen die Situation. Der Burghalter hat bis jetzt die Gänge auf Abarten schwingen. Die anderen haben abgerissen. Da denke ich jetzt, der Vogel-Remo wird mit ins Messer laufen. Da muss er ein bisschen mehr machen für den Gang. Als er jetzt davor zum Beispiel bei der Etli-Stefan, den er hat gekannt. Ja. Der Vogel-Remo muss auch gebrauchen. Der ist ein bisschen ein defensiverer Nisch. Man sieht jetzt nur schon beim Greifen wieder viel Zeit, dass sie brauchen. Ja, mit dem Vogel-Remo läuft es bis jetzt gut. Das hat gestellte Mann Schwinger gegen Schmiedt Samuel. Und dann zweimal gründen können gegen das Binder-Marco und den reichen Brasche. Und sein Kontrahent, Burghalter Stefan, er hat gewonnen gegen Suppi-Grenne und gegen Etlin-Stefan mit einer Zähne und gegen Schuler-Christian verloren im zweiten Gang. Der Vogel-Remo, der hier im vierten Rang ist, im gleichen Rang wie der Burghalter. Die haben beide zwei gewonnene Gänge. Der, der Till jetzt gewinnen kann, der ist immer noch im Rennen viel um den Tagessieg. Ich muss uns das mal vorstellen. Der Burghalter Stefan, der es jetzt probiert am Baden, der vor 25 Jahren seine allererste Kranz gewonnen hat. Und jetzt noch nichts am Resultat. Nein, der Vogel-Remo hat sich da können über die Brücke retten. Da sehen wir den Fona Benji. Und auch auf den Eingang warten, wo er dann mit dem gegen Töbeli Andreas bestreiten wird. Ja, wo der Burghalter das erste Kranz gewonnen hat, wo ich noch nicht einmal ein Handy hatte. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es das gibt. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich habe gesehen, das ist auch eine Spezialität, wenn wir das etwas auf uns abbrechen. Ich habe gesehen, dass er nicht einmal ein Handy hatte. Und der Vogel-Remo ist noch nicht einmal auf der Welt gewesen. Ja, Ari. Ja, 1994 war das, als er dann erst die Kranz gewonnen hat. Und das erste Handy hatte ich 1996. Und dort ist auch der Vogel-Remo auf die Welt gekommen. 1994. Ja, der Remo hat sich das sehr gut eingestellt. Er lässt sich hier echt nicht drauf ein. Und der Burghalter hat es halt schon lieber, wenn sie auf uns loskommen. Sie sind nachher ableeren irgend auf der Seite. Hier ist er stark links-rechts. Und jetzt hier, der Remo lässt sich halt schon nicht auf das Spiel ein. Deshalb ist das eher so ein bisschen ein Fade-Gang. Ja, wir können über Handys reden. Und über Leute, die gar nicht auf der Welt sind. Dann kann nicht viel gehen im Sag-Meller-Ring. Aber sie haben ja noch etwas mehr als eine Minute Zeit. Ja, wir haben das Hit schon manchmal Entscheidungen. Erst in den letzten paar Sekunden gesetzt. Da ist der Vogel, der es versucht. Burkhalter, der gerade in Kreuzgriff ist. Jetzt läuft der Zeit gleich. Ohne Grosse. Das eine in Gefahr gewesen ist. Ich denke jetzt zwar nicht, dass da noch etwas gehen wird. So wie sie jetzt geschwungen haben, dass da noch ein Schlussfeierwerk oder noch eines werde ich sehen. Ja, das wird sich dann auch in den Noten nicht schlagen. Also das gibt kein gutes Resultat für den Gestellten. Wo es dann allenfalls gibt. Ich denke nicht, dass hier einer von beiden das Nini wird bekommen. Ja, und der Lutsch auf die Uhr. Der Platzkampfrichter wird da in wenigen Augenblicken den Kampf abbrechen. Das wird jetzt der Fall sein. Wahrscheinlich werden sie nicht einmal mit zusammengreifen. Und das ist auch so gestellt. Lautet das Duell zwischen Burkhalter, Stefan und Vogelrena. Und jetzt schauen wir jetzt auch, was für einen Noten der ASB kommt. Aber die Hoffnung stört zuletzt. Aber das ist eine Unige. Dann überrascht es mich jetzt doch. Jetzt sind sie wieder differenziert. Sie hat doch gesagt, der Burkhalter hat ein bisschen mehr gemacht. Ja, sie sind... Ja... Klar hat es der Burkhalter probiert wie vorhin. Der Neldi auch. Und... Ja, wenn man vorher differenziert, darf man... Darf man da auch. Aber... Vorher ist mehr... Ich nicht, aber... Die Meinungen gehen immer ein bisschen auseinander. Und das ist immer noch so schwierig. Ich denke, die zwei am Tischchen haben natürlich die Zeit vor der Kampf abläuft. Also ich kann nicht diskutieren, was machen wir was. Und da sehen wir das Nächste. Duell. Bieri, Christoph, Ulrich, Andreas. Die haben wir beide heute schon gesehen in unserer Live-Sendung. Ulrich, Andreas. Der zweifache Brigisige. Und der Bieri Christoph, der Gast. Der 33-Jährige aus dem Kanton Aargau. Der dreifache Eidgenosse. Mit seinem Markenzeichen weinroten Schwinger. Der Schmureberger Roman und Arnold Stefan. Er, der heute die Chance hat, der 100. Kranz zu machen, ist doch... immer noch voll im Rennen. Ist sogar noch so ein bisschen... im Rennen um den Tagessieg, je nachdem, was die anderen so ein bisschen machen. Aber für das Minister zu kennen, der Ulrich Andreas beziehen. Ulrich Andreas, der auf dem Zwischenrang 3 A liegt, stellt jetzt gegen Alpiger Nick im Anschwingen, dann gegen Niedlisbach Pascal hat gewinnen können, sich ein 9-7-5 hat schreiben lassen und dann ein 10 hat es gegeben auf das 0. Blatt vor dem Mittag im dritten Gang mit einem Sieg gegen Hermann Oliver. Jetzt, äh... der Frühstückversuch vom Biere Christoff. Der Ulrich Andreas, das geht zu viel etwas schwingen, aber so wie der Biere Christoff von euch. Ich denke, das wird relativ in einen ausgelichenen Gang. Wenn man hier die nächsten Paarungen sehen, Christian Strebel-Schuel, Döbeli Andreas von Apenschi, das ist die absoluten Spitzenpaarungen, am Ende ein bisschen diskutiert. Fona gegen Schueler, ob man mit dem auch einteilen konnte. Jetzt sind wir mal gespannt, wie jetzt der Gang ausgeht. Also wenn es dann gewinnt, dann werden das vielleicht die nächste Paarung im fünften Gang. Ja, es ist ja manchmal... Es ist immer ein bisschen der Vierunterbinder. Da ruht man es schon zusammen oder wartet man. Und meistens, wie es dann rauskommt, weiss man es im Nachhinein dann eh besser und alle auf der Tribüne auch in. Das ist immer so schwierig. Und wenn man direkt Paarung macht und noch Beide zum Rennen raus sind. Und ja, es ist schwierig. Aber es ist dann manchmal, wenn man ein bisschen wartet und den fünften Gang kommt man dann gleich nicht mehr rum. Ja, ist dann vielleicht gleich wieder nicht besser. Aber das ist... Aber das ist... Es ist da von unserem Platz so einfacher, zum... zum analysieren, als wenn man da in der Einteilung drinnen ist, noch unter Zeitdruck und ja ja, mit den verschiedenen Faktoren, die dafür sprechen. die oder eben dagegen. Und Fabiari Christoph, der sich da mit Ulrich Andreas abmüht, hat den ersten Gang gewinnen gegen Ampil Joel, dann gestellt gegen Fankhauser Marco und gegen Vellmann Roman, der ebenfalls hat gewinnen. Im Zwischenrang von Fünften ist der Gast. Das habe ich vorher mit einem Linkskurz probiert, jetzt ist schon mehr eine Ganghälfte durch. Jetzt ohne irgendeine kennenswerte Seigchancen von einem von den beiden. Mittlerweile scheint die Sonne so richtig schön wieder da auf die Plätze runter. Und wenn die Sonne scheint, dann ist es auch bei uns hier im Schatten, merkt man ein bisschen, es drückt ein bisschen von den Plätzen auch da rein, man merkt ein bisschen die Wärme. Also es ist gar nicht so schlecht. Nein, ich denke, für die Schwinger ist es nicht zu heiss, aber auch nicht gerade zu kalt und es ist trocken. Da macht es ja nie, wenn es gerade so kälter ist. Jetzt geht es nicht bis eine Minute, bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber da sind die beiden Schwinger in der Lage, zuletzt noch eine Neue zu packen. Bis jetzt haben sie noch keinen ausgepackt, aber gibt es noch das Schlossfeuerwerk in den letzten Minuten? Jetzt hat es die Bieri probiert, aber der andere wollte kontern. es wird jetzt noch peinisch zusammenrecken und da es ist keine Entscheidung, gerade ist die Spitzenpaare gestellt. Und da haben wir die Nummer gesehen von den beiden, das 28, der Bieri Christoph gegen seine Gegner Ulrich Andreas zu Nummer 88 hier auf der Schwingerliste. der Bieri probiert, mit dem linken Feuerstich, den er hier zum Boden bringt, den er nicht fixieren konnte. Und er versucht in den letzten Sekunden zum Resultat zu kommen. Der andere hat dort die Armklemmen damit Christoph nicht weiterarbeiten am Boden. was hat er sonst relativ gefährlich. Aber das war es. Der Platzkampfrichter läuft raus, der Gang ist gestört. hier Hier sehen wir die Noten. Für beide ein 8, 7, 5 wird er gestellt. Ja, die haben jetzt gegenseitig beide relativ neutralisiert. Ich kenne nicht aneinander. Schneider Dominic der Gast aus dem Thurgau gegen den supigen René den Luzerner. Es sind auch zwei Schwinger, die beide im Rennen sind um einen Tagessieg. eine sehr interessante Paarung. Beides offensiven Griffschwinger. der hat sich den saubigen Renni können schreiben lassen. Und jetzt muss sich auf den Rücken legen lassen. der Wunderschöne Kurzzug vom Schneider-Domenic. Da sehen wir wunderschön wie er raus schittelt, spaltet und plattes sagmal bettet. damit damit der Schneider-Domenic nach wie vor im Rennen nur Tagessieg. Er war pünktlich mit 28,50m mit dem saubigen René und den jetzt natürlich zurückgefunden. und da geht es weiter mit dem Schuler Christian im roten Turm gegen den Strebel Joel. Schuler Christian auf Platz 2 liegt. Ein Viertelpunkt hinter dem von Abengi in der Zwischenrangliste am Mittag. Der Strebel Joel im Reing 4D der schon in Rücklage geraten ist. Strebel lag gerade los wie die Feuerwehr, hat gerade mit Kurz probiert. Der Kriegl hat sich aber gehocken nur ins drehen und konnte keinen Greif nicht haben. Sie mussten frisch greifen. Strebel Joel gegen Schuler Philipp der Bruder des Schuler Christian verloren und zweimal gewonnen hat. Jetzt ein Kurzversuch von Christian geht gleich nach. Er kann eine Zeitlage bringen. Jetzt wird es ungemütlich für den Schuler Christian, aber er kann sich nach Rechten wehren. und kommt raus. Er hat zu wenig fixiert. Christian geht hoch auf den Arm. Jetzt kommt er wieder hoch. Jetzt hier sehen wir er zu wenig fixiert. So sieht er den Druck auf den Oberkerper kann sich alles drehen. das ist der Haken von Christian. Der Sieger vor neun Jahren auf der Rigi. Übersprung Versuchen können er schon in Zeitlage bringen. Christian links rechts probiert. Die Schule ist aufs Innerschweizer zu richtigen Zeit in Form gekommen. Der Hit hat sehr angreifig die Schwingen wieder ein Weiberhaken Versuch von Christian probiert er am Boden kann aber auch etwas fixieren oben zu wenig also ist wirklich wieder ein Gang wo etwas geht beide wollen gewinnen. das ist voll christian wir sehen es eingeblendet der vierfache Eidgenosse und den Strebel Joel der besitzt zwei Kränze hat an einem Bergfest als die beiden Sternchen die das bedeutet. er ist kantonalfest sieger er hat soloturn den kantonalen gewonnen jetzt der Schüller er schaut den Platzkampfrichter als Tisch die haben es nicht gut und das ist ganz knapp da kommt er ganz knapp um Niederlage wieder der Angriff kommt von Christian der Strebel zieht gerade nach jetzt hier am Boden riegelt hin und her in den Augen ist er nicht auf dem Rücken immer noch nicht die Schulter die eine Schulter ist immer oben sicher sehr eine brenzlige Situation war hier für Kregel jetzt wieder ein Kurzversorg von Christian wieder wieder Kurzversorg und jetzt dann die letzte Minute gibt es noch eine Entscheidung zwischen Riggisieger 2010 da sehen wir Benji von den führende nach drei Gängen oder kann Strebel Joel noch gewinnen der 22 jährige vom Schwingklub Freiamt der der bis jetzt noch keine Bergkranze hat zweiter Verbandskranze geht sicher darum dass er unsere erste Bergkranze holen dieses Jahr eine super Saison jetzt wieder ein Weiberhaken Versuch von Christian noch kurz von Joel also es geht hier auf und ab jetzt höchert die entscheidung das war ein zirklicher Gang wo immer etwas ging noch wenige Sekunden im Duell Schuller gegen Strebel Blitz Aktion oder geht der Gang gestellt aus das wissen wir in wenigen Augenblicken es kommt noch vom Platz Kampfrichter und jetzt ist passiert es gibt einen Gestellten und da muss kein Profit sein dass in dem Duell beide sich ein 9 lassen schreibe lassen zu überraschen sie waren die Zeit Chancen startet im Döbeli Andreas er Klub-Kollege vom Strebel-Joel ebenfalls vom Schling-Club-Freiand ist ein jungen Nachwuchstalent der Nordwest-Schweizer gewonnen 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 jetzt wieder Benji probiert mit Knalltatsch nicht nicht fixieren also sicher da Benji gerade wieder in Angriff probiert den Gang zu gewinnen ist er in komfortablen Ausgangslage für den Schlussgang er hat einen riesen Vorsprung wenn er ein Punkt Vorsprung auf Mark jetzt hier sehr aktiv hier am Boden geht er aber nicht fixieren hier ist 3-fache Eidgenasse gegen Andreas der noch darauf wartet Eidgenasse vielleicht klappt es ja dann zu wieder jawohl und das ist Tani ja sensationell und riesig jubel von 28000 zuschauern auf den Sitzplätze und nochmal 2000 auf den Stehplätze er kann nicht nur gut Schocke Pudding machen er schwingt auch heute sensationell er lockt Töbeli zur Reserven aus der Töbeli probiert anzugreifen blitzschnell wie er da Kreizgriff kamen zum Erfolg wunderschönes Zähne wo er sich anladen lassen schreiben also schon das dritte Zähne heute ein kleiner Talk 975 gegen Reichen Roger also kann damit 39 75 nach 4 Gänge beräugt auf die Zwischenrangliste schauen davon Benji ist sicher in einer Gildenausgangslage das er es jetzt hier konnte durchziehen jetzt noch Baruso kam im Rennen Schneider Domenico ist auch noch im Rennen nach Passau unter Zürcher Reoli Niedelsbach Pascal gegen Zürcher Reoli der Zürcher Reoli der diese Saison den ersten Kranz in den Murnerkantonalen nach dem Luzernerkantonalen gerade seine zweite hat kennenzulernen Mossack mit einem hinter der vielen sogar Tor und mit einem den Miedelsbach Pascal von Heineberg See der Züger im Duell mit dem Zürcher Ueli. Der Zürcher, der Luzerner ist. Aus Budisholz. Wie Sven Schurtenberger. Ja, da geht es darum, der, der hier gewinnt, hat noch eine Chance für einen Kranz. Wenn es stellen, ist es für beide. Übersetzlich gelaufen. Hier nur einen Kranz zu schwingen. Wenn du vorhin den Benji gesehen hast, als Aballner freut dich natürlich besonders, dass er gut unterwegs ist, richtig Schlussgang. Vor allem habe ich auch Freude für ihn, dass er jetzt ein bisschen zähig war. Ich weiss, wie sie ist, fast manchmal vergribbelt. Vor allem Freude für ihn, dass es so läuft. Schwinger ist, verliert man das nicht. Aber sie ist halt manchmal das Selbstvertrauen nicht. So ist es mit den Schwungkombinationen nicht. Und, ja, da sieht es ja, zum Zoologen, die, die denken mag, ja, aber jetzt, es hätte da ein bisschen mehr kommen. Es geht einfach nicht. Ja, das ist halt manchmal so ein bisschen. Darum ist es eigentlich schön, dass er wirklich den Schwung auch wieder mitnommen hat, wieder vom Innerschweizer. Und da hat wieder ganz einen guten Eindruck gemacht. Jetzt da hinten Haken versuchte, vom Zirchrioli. Jetzt probiere ich es hier aus der Flanke. Ich habe gerade in der Statistik nachgeschaut. Das Duell ist heute eine absolute Premiere. Das hätte es noch nie gegeben. Also, die haben noch nie zusammen geschwungen. Und ich könnte vielleicht aus eigener Erfahrung den Gegner ein bisschen einschätzen. Ja, ja, aber ich denke, wenn beide die Hausaufgaben gemacht haben, weiss man gleich, wie der andere schwingt. Sonst fragt man etwa einen Kollegen. Jetzt auch kurz vom Niedlisbach-Bascal. Und die Entscheidung für den Niedlisbach-Leitner Blatt ins Sagmell. Wunderschön, wenn er jetzt den Kurz gezogen hat, rund, ablehrt, hinten zusammenreckt und so kann Blatt ins Sagmell betten. Das gibt es maximal Note 10 für den Sieg. Da sehen wir es. Niedlisbach-Bascal für den Zürcher, Ueli. Für den Budi-Solzer gibt es ein 8. Halb da. Ja, und eben noch beste Bedingungen mit dieser wunderschönen Sicht auf Riggi. Cool. Ja, es macht richtig Freude, da den Gängen zuzuschauen. Und die Analyse von unseren Experten Ueli Bandt und Thomas Arnold zusammen mit Fabienne Bammert gibt es jetzt. Merci vielmals zum Thomas Erni und Peter Imfeld. Ja, wir sind natürlich schon fleissig am Diskutieren gewesen und wollen mit ihnen zusammen die vierten Gänge anschauen. Vorher gibt es aber eine ganz schöne, besonders spezielle Tradition hier beim Riggi-Schwingen. Es gibt nicht wie sonst eine Sonntagsstille oder ein Festakt, sondern einen Alpaufzug und das mitten durch das Arena-Torren. Die findet jetzt dann gerade statt, die Prozession mit Tieren und allem Möglichen, was da dazugehört. Vorher haben wir aber schon Cedrina Schaller mal losgeschickt und sie ist dort geschaut, wie man sich bereit macht für den Alpaufzug in Miniatürform und sie hat dort jemanden getroffen, der seit vielen, vielen Jahren schon dabei ist. Genau, schon zum 50. Mal ist der Josef Foriken dabei. Das ist ja Wahnsinn. Ist es überhaupt noch etwas Spezielles für dich? Nein, eigentlich nicht. Ja, auf den Kulmo haben wir angefangen, die Fee herumgeführt, dann war der Senderbob, dann hat man die Wiege gedreht, die Kessi gedreht und dann hat es noch die Ankerlehre. So speziell ist das nicht, aber es ist immer ein Erlebnis und es ist schön. Ja, beziehungsweise etwas darfst du ja nicht sagen, nach all diesen Jahren hat es auch Sachen, wo du sagst, auch hier schaue ich aber sehr gerne zurück, das ist auch toll gewesen, irgendwie eine spezielle Atmosphäre oder etwas, wo speziell war. es ist immer ein Erlebnis Mal, mal. Aber wenn du jetzt da durch die Leute läufst, was nachher wieder passiert, auf was freust du dich am meisten? Ja, auf was freut man sich am meisten? Das ist eine schwierige Frage. Dass man den Leuten Freude machen kann, das freut man doch am meisten. Rufen sie auch etwas zu? Wie? Rufen sie auch etwas zu? Ja, sicher. Was kommt da so? Ja, es wird jemand geklatscht oder heute gerufen, das sagt immer jemand, der gewöhnt. Und da schiesst sie nicht an, dass sie am Ende nicht schwingen können. Ja, das ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist alles dringendlich wichtiger. Wir wünschen dir ganz viel Spass und geniessen es ganz fest. Danke vielmals. Danke auch. Ja, wunderbare Tradition hier am Rigi-Schwingen. Thomas Arnold, das gehört ja schon auch an so ein Bergfest, dass es in einer anderen Form auch so Traditionen in der Arena gibt. Genau, und gerade der Alpaufzug ist natürlich speziell. Viele Leute kommen als Rigi-Schwingen wegen dem Alpaufzug. Und das sind natürlich schöne Traditionen, zu denen muss man auch Sorge haben und die muss man auch beibehalten. Aber Ueli, als Schwinger kommt man ja wahrscheinlich so etwas überhebender mit, oder? Nein, man kommt schon mit, dass es natürlich eine Pause ist für den Schwinger und sich wieder erholen kann. Aber das ist wirklich etwas touristisches und Rigi ist extrem touristisch. Man sieht auch eine Menge Leute, die natürlich den Alpaufzug kommen können mit der Familie, mit kleinen Kindern und er verdienst doch sicher etwas Spezielles. Ja, Swiss Wrestling und dann eben auch noch ein Alpaufzug. Wir freuen uns natürlich auf die Bilder, die zeigen wir Ihnen dann nachher selbstverständlich. Vorher bleibt uns aber noch ein bisschen Zeit, um mal auf den vierten Gang zurückzuschauen. Und Thomas, man muss schon sagen, der Fona Benji ist nach wie vor so ein bisschen die prägende Figur aus innerer Schweizer Sicht. Ja, vor allem die Überzeugung, die er an den Tag legt. Er geht ein und er weiss, was er will. Der Planer ist effizienter, er verkörpert Selbstvertrauen und das ist wirklich ein anderer Benji, als man im Frühling gesehen hat auf den Schwingplätzen. Und wir haben an der Mittagspause noch über Benji gesprochen. Wir haben gehört, er hat gut trainiert und keine Blessur in dem Sinn, die er beiträchtigt. Und das ist natürlich super, wenn du so schwingen kannst. Jetzt sehen wir einen Tag gerade im Einsatz im vierten Gang gegen den Döbeli Andreas. Das ist eigentlich auch kein leichten Gegner. Nein, überhaupt nicht. Ein junges Talent aus der Nordwestschweiz, aber Benji hat den ganzen abklärt geschwungen, hat ihm fast ein bisschen aufgetan, hat ihm eine Chance gegeben und hat eigentlich so einen super Konter machen mit dem Kreuzgreif und den Sack zumachen und sich die Zähne schreiben lassen. Also das dritte Zähne. Es ist verrückt, der Lauf, den er hat. Und Thomas spricht an, wir haben über seine Form gesprochen, wo er ja anscheinend so eine gute hat, wie schon lange nicht mehr. Jetzt kommt das Mentale vielleicht auch noch dazu. Und Ueli, ich weiss, man kann es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, aber wir sagen auch immer, er ist halt auch einfach ein Publikumsmagnet, ein Publikumsliebling. Kann man es einem noch umso mehr gönnen, wenn es dann so läuft wie heute? Ja, das ist ganz sicher so. Also er hat riesenviele Fans, man hört das auch, wenn er gewinnt, er jubelt wirklich alles, er ist sehr sympathisch, er ist ganz einfach, er mischt sich auch unter die Leute. Und ich denke, das dreht seine Sympathie raus und die Leute mögen es ihm natürlich jetzt umso mehr gönnen, dass es ihm wieder läuft. Er hat die Menge im Frühling mitgefiebert. Ich komme das so bald auch mit, wie die Leute natürlich dem noch einfeiern. Und umso schöner, dass er jetzt natürlich hier Triumph um Triumph einreihen kann. Und das gibt auch ein bisschen Stimmung zu fest nachher, die Leute jubeln ein bisschen und die Leute gehen ganz anders heim, wenn sie natürlich zu einem oder anderen Mal aufschreihen machen können. Und darum, ich mag es mal von meiner Seite sehr gönnen. Wobei das Fest ist noch nicht fertig. Es kann noch ganz viel passieren, er hat jetzt wirklich einen super Lauf da. Aber es muss nur ein Gang sein, den er verliert oder unter Umständen muss er Punkte abgeben. Und da ist das ganze Feld wieder aufgerucht. Du sprichst es an, das haben wir ja auch ein bisschen gesehen in dem vierten Gang beim Schüler Christian, der eigentlich auch ganz vorne dabei war. Dann ein Gestellter gegen Strebel Joel. Und wenn wir hier reinsehen, sehen wir gerade diese Szene noch, wo es richtig eng wurde. Thomas, da haben wir also schnell gezittert. Ja, das ist wirklich so. Das ist sehr eng geworden. Einsätze zu Verwurf und jetzt auch in dieser Situation, weil Christian sehr tief ist. Also ich glaube, er muss zufrieden sein mit dem Gestellten Gang. Joel hat hier sehr frech gezogen, vor allem er sehr frech nachgezogen mit seinem starken Kurz, wo der Kriegel nicht wirklich ein Rezept gefunden hat. Der Kriegel hat ein paar Mal probiert mit Weiberhaken, aber er hat ihn eigentlich in diesem Sinne nie in grosse Gefahr gebracht. Der Joel hat sich hier sehr gut verkauft, kann man sagen, und hat hier im Kriegel den Gestellten abgelausen. Ja, Ueli, vielleicht auch noch ein Wort zu dem Joel. Jetzt ist der Schüler Christian super unterwegs und dann kommt der Strebl Joel und holt hier einen Gestellten raus. Also auch ein Versprechen für das nächste Fest. Ich habe es am Morgen schon erwähnt den Strebl und ich bin eigentlich sehr gespannt auf ihn. Ich bin hier sehr überrascht, dass er gegen Schüler Philipp so schnell verloren im ersten Gang. Aber jetzt zeigt er wirklich, was er drauf hat. Wir sehen einen super starken Kurzen gegen den Schüler Christian sehr hoch gezogen. Ich habe ihn dieses Jahr schon ein paar Mann beobachtet und er ist mir an allen fest aufgefallen. Er hat nicht an jedem Glück gehabt, dass er am Schluss nicht top vorne einschwingen, aber er ist ein ganz starker Mann. Ich glaube, weiss er Thomas gesagt hat, dass er schwuler Kriegel wirklich verglückern kann, dass er mit dem Gestellten gekommen ist. Man sieht natürlich das im Fernsehen extrem gut, wie tief er ist. Für Kampfrichter ist das natürlich schwierig. Das braucht 11 Sekunden, als das passiert. Das ist manchmal auch sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber ich denke, der Kriegel muss wirklich zufrieden sein mit dem Gestellten. Trotzdem, was bedeutet der Gestellte für den Schuler Christian? Der Schuler Kriegel fällt ins Druck in das Verfolgerfeld ein. Er wird jetzt natürlich noch ein Schuss bekommen. Er schwingt sich hier ein. Die Ausgangslage ist optimal. Es ist spannend. Wir haben auf der Seite der Benshi vorab. Er hat einen Punkt Vorsprung. Nach Schurdenberger Frankhuser und hinten kommt Schneider Läubi Erb. die ich rausgeschrieben habe. Von der Konstellation her wäre es super. Drei Innerschweizer drei Gästenschwinger. Ideal von mir aus sehen, wenn wir die aufeinander verteilen. Dann hätten wir die besten werden einen Schlussgang erreichen. Ich sehe deine glänzigen Augen, wenn wir von diesen Paarungen sprechen. Schauen wir mal, ob es tatsächlich so kommt. Du hast den Schurdenberger Sven noch angesprochen. Auch in dem vierten Gang schauen wir natürlich schnell rein. Schurdenberger Sven alles gegeben und ist zum Resultat gekommen. Er lief gar nichts anbrennen, seine Stärke, seine Kraft walten und konnte mit seiner kräftigen Schwingart den Meister zeigen. Er lief sich das Zähne schreiben. Er hat dadurch wieder Anschluss bekommen. Bei Sven seiner Schwingarbeit kann er schon relativ viele Zähne schreiben. Auch wenn er einen Gestellten Gang hat, kann er relativ gut aufschliessen. Zislom Aution sieht für mich aus, dass er es am Schluss noch fallen. Ueli, was passiert, wenn Sven Schurdenberger auf einen fällt? Sven ist eine ehrsinnige Masse. Er hat ihn richtig gepuschelt, er hat ihn ins Kreuz genommen und er ist bekannt. Da kommt natürlich schon noch rechte Kraft auf einem Mühl. Es gibt auch kein Entrinnen mehr. Wir haben selbstverständlich wieder Schurdenberger Seng gesprochen. Nach dem vierten Gang ist das Interview. Sven Schurdenberger, guten Start im Nachmittag mit dem Sieg gegen Andreas. Wie warst du? Es ist sicher schnell gegangen. So kann ich Kraft sparen. Ich habe ihn super verwischt. Kreuz sinnen. So ist ein schöner Start im Nachmittag. Eingestellter. Es ist ein Sieg von dem er sehr gut drin. Da kommt noch mehr von dir. Ja, jetzt wird es im Fünft wahrscheinlich einen Eidgenoss geben. Aber jetzt müssen wir schauen, was wir vorn kommen. Und so können wir schauen, was am Abend noch drin liegt. Gute Erholung und bis zum nächsten Gang. Danke vielmals. Bevor Schurdenberger und kommen aber wieder in Zwilchhose steigen, gibt es wie versprochen eine von der ganz schönen und bekannten Traditionen Riggi Schwingen, der Alpaufzug mitten in der Arena. Viele Geräte, die die Älpler brauchen etc. werden hier präsentiert. Und darum würde ich sagen, wir schauen doch mal schnell rein in den spannenden, farbenfreuen, abwechslungsreichen Umzug mitten in der Naturarena und dann noch vom Riggi Schwingen. Wir werden noch noch ein 17. und auch ein 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 8. 8. 11. 12. Inzwischen der Preis vor uns mit der Schale Geisse, der Franz Reichli und der Franz Reicher Selyaud mit dem Geissbott. Hier haben wir auch die Essel, die Inge Witze Sepp und die Spanolita mit der Essel. Und der Einzahl auf dem Tass, der Franz Reicher Bruno, der Altverder Kling, der Strip von der Kassel, der Franz Reicher Selyaud, übrigens zum 50. Mal, heute am Regen-Schwingfest mit der Bühne in der Schale Geisse. Applaus Der erste Mal, der Franz Reicher, der Franz Reicher hat die Familie Matthias mit dem Radio. Ich bin der Helm der Bühne und ich rühre mit der Amy in der München, der ist in der Mitte der Wurzelnut und heute in der Mitte der Lühre der Gemeinde. Vielen Dank. 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 Oh Mann. Zeig mal deine Hände. Ich kann es dir mal zeigen. Yeah. Oh no. Schwingen. Das über... Ich bin die Profis. Das über... ... 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 Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlossgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabon lohnt sich. Jetzt bestellen unter 014310 7888 oder auf schlossgang.ch Und mit der kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an den Schwingfest dabei. Schlossgang, die Schwingerzeitung. Wir vom Hammerautenzenten wünschen ganz schönes Schwingfest. Mit dem Volvo XC40 nehmen wir es mit jedem Gegner auf. Schwingen, das überlasse ich den Profis. Bei Böden, dort gehe ich zum Profi. Natur Accord KG. Stefanie Heinzmann und der Seven an der Radio Pilatus Music Night im KKL Luzern. Am 18. und 19. September mit dem 21st Century Orchestra und dem Chor. Tickets gibt es auf radio-pilatus.ch oder im LZ-Karne Luzern, Stanz und Altdorf. Känzig Herren Mode, das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. Känzig Herren Mode.ch Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Das Schwing- und Älplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Rigi. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit Ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. Emma Tech Notwil Was für ein Tag und am Ende ein überglücklicher Festseiger, der Fona Benji aus Giswil erbt, weil es im Schlussgang keine Entscheidung gegeben hat. Ueli, heute Morgen hätten wir das vielleicht noch nicht gedacht und trotzdem, es war ein super solider Tag von Benji. Ja, der Benji hat sehr solid geschwungen, er hat das absolut auch verdient da. Man muss aber dann als Schwinger ein riesiges Kompliment machen, der Schlussgang bestritten hat. Es war absolut ein spektakulärer Schlussgang. Sie haben beide auf die Tute geschwungen, sie haben beide Siegerchancen gehabt. Ich denke sogar, dass der Schneider-Domenix sogar noch ein wenig mehr Siegerchancen gehabt. Und darum muss man auch die Leistung vom Krieg sehr hoch honorieren gegenüber dem Benji. Er hat das letztendlich nicht noch extrem viel Risiko genommen. Er hat nicht noch einen Schlunk angesetzt oder irgendwie noch einen Risikoschwung gebracht. Auch das sicher zeigt für die Teamleistung einen gewissen Aspekt, dass er das dem Benji auch mal gönnen kann. Und dass wir Innerschweizer heute an der Festung unsere Reihen behalten dürfen. Das ist sicher ein Highlight und trotzdem Freude und liegt so nahe beieinander aus Innerschweizer Sicht. Halt gerade mit der Geschichte vom Schwinger Christian. Vor einer Woche auch im Schlussgang gestanden und auch der Festseite nicht geholfen. Thomas, wie fest nackt das dann eben auch an einem. Wir haben vorhin geströstet worden vom Bruder. Schon auch bitter. Ja, der Moment ist sicher hart und vor allem auch der Kriegel sonst schon Schlussgang nicht hätte für sich entscheiden können. Und gerade an grossen Feste auch. Das tut ihm sicher ein wenig weh. Aber ich denke morgen, wenn er zurück schaut an heutigen Tag, darf er zufrieden sein mit dieser Leistung und er vollbracht hat. Er hat solid geschwungen heute. Er hat mir über Light geschwungen. Also mir hat er sehr gut gefallen, wie er heute geschwungen hat. Und das stimmt mich extrem zuversichtlich auch jetzt an die grossen Feste. Weil er ist ein Schwinger von der grossen Feste. Er kann auch im Brünig oben mitschwingen und in Sicht auch auf Zug nachher. Von daher ist das Schwingfest für ihn sicher auch positiv gewesen, aber der Moment ist sicher hart. Und trotzdem, ich rechne ihm es wirklich ganz hoch an, hat er sofort nach dem Schlussgang uns ein Interview gegeben, der Schuler Christian. Christian Schuler, ein Gewaltschlussgang haben wir gesehen gegen Dominik Schneider, ein Gestellter. Du hast Chancen gehabt, er hat Chancen gehabt. Kannst du dir etwas vorwerfen in diesem Schlussgang? Ja, dass ich im ersten Zug eigentlich... Dann müsste ich eigentlich fertig machen, sonst kann man nicht so viel vorwerfen. Ich habe mich einfach rechts nicht mehr so gut gehabt gehabt und das hat es wirklich sehr schwierig gemacht. Und ja... Ja, es ist sicher jetzt enttäuschend, dass ich das irgendwie da davontragen konnte. Aber es gehört jetzt leider. Oder leider, es gehört zu Sachen, gehöre ich auch zum Sporten. Aber es ist jetzt sicher hart nach der letzte Woche Niederlage zu heute Gestellten. Aber es ist jetzt einfach manchmal so, dass es nicht so ist, wenn man sich erhofft. Aber ja, es wird wieder mal kehren. Du sagst, dass letzte Woche schon Schlussgang zu Flüelen beim Isav verloren gegen ein kalbiger Ritzen gestellt hat. Wieder nicht der Sieg. Wie sehr ärgert das? Wie sehr ist das... Ja, einfach... In diesem Sinne... Schwierig, dass man nochmal so einen Schlussgang verliert. Ja, es ist jetzt halt einfach so. Ja, für mich ist es sicher jetzt gerade nicht so angenehm, dass ich diesen Gang nicht gewinnen konnte. Ich war eigentlich überzeugt, dass es heute klappen kann. Ich war auch näher dran, aber es sollte jetzt nicht sein. Es ist alles natürlich noch in der Enttäuschung drin, ist klar. Trotzdem, was kannst du vielleicht schon rausnehmen? Was sagst du, hey, das habe ich heute auch wieder saubern gemacht? Ja, eigentlich... Eigentlich mein angriffiger Schwingstil. Und dass ich gekämpfte habe, wenn es einmal brenzlig geworden ist, und mich gut drehen konnte. Aber... Ja, es ist... Es ist jetzt gerade schwierig, sonst zu sagen. Die Leistung war sicher gut gewesen. Ich meine... Ja, wäre sicher nicht ein unverdienter Sieger gewesen, aber... Ich mag es natürlich dem Benji auch von Herzen gönnen. Und ich habe immer auch herzliche Gratulation. Grosse Worte natürlich da. Zweimal, wo jetzt Wettkampfglück vielleicht auch nicht ganz so dabei war beim Schlussgang. Sparen wir das auf Sesaftzug? Ja... Das weiss niemand. Da bin ich gespannt. Also trotzdem natürlich noch einen guten Tag und gute Erholung, Christian Schuler. Merci. Danke vielmals. Ja, es bricht einem schon fast ein wenig das Herz. Aber Ueli, der Schuler Christian spricht die erste Szene von diesem Schlussgang an. Was würdest du sagen, ist dort wirklich so ein wenig der Knackpunkt gewesen? Oder warum hat es keine Entscheidung schlussendlich zwischen den beiden? Ja, sie wird sehr wendig. Also Domenico wie der Kregel. Es heisst, ich bin sehr gut ausgetragen. Die Aktion war sicher eine der besten, gerade der erste Zug. Aber auch dort, er hat es gesagt, er mag den Griff nicht haben. Und Domenico ist dann extrem gefährlich, dass er nachgedreht, wenn er auf die Seite fällt. Also ich denke, im Grossen und Ganzen muss er auch zufrieden sein mit der Leistung, die er heute gezeigt hat. Da hat er einen super Tag gehabt. Er hat gute Schwinger bezwungen. Also es ist der einzige Schlussgang, den er jetzt gestellt hat. Aber er muss das Positive mitnehmen. Und wenn er auf die Feste zurück schaut, die er an den Gauverwendungsfest, weil er dort die Leistungen abgeliefert hat, sind das Welten in der Schweiz und der Rigi. Und das stimmt auch bei mich zuversichtlich. Und ich glaube, der Kregel kommt da jetzt volle Fahrt. Und es ist jetzt natürlich enttäuschend, das begreift man auch. Es ist im Sport einfach alles nahe beieinander. Und die Enttäuschung ist immer auch anzumerken. Aber es geht wieder weiter, es kommen wieder andere Feste. Und irgendein schliegt das Glück in seiner Hand. Irgendein ist, wir haben uns darauf geeinigt, dass es beim Eshafen so ist. Da sind wir sicher alle einverstanden. Darum heisst jetzt heute eben der Fest, sei nicht die Schule Christian oder Schneider-Domenic. Sondern Fona Benji. Schauen wir doch die Schlossrangliste zusammen schnell an. Ueli, vielleicht kannst du hier die ersten paar Ränge rauspicken. Und innen darf ich auch noch etwas zu der Grenze kurz sagen. Ja, vorab eben. Benji, der Ehrt. Und dann haben die zwei Schlossgang-Teilnehmer Schulen Christian und Schneider-Domenic. Der Alpiger Nick. Eigentlich auch wieder da bei den Leuten. Und er hat sich da vorne eingereiht. Jetzt ist es fast ein bisschen schnell gegangen. Ja, jetzt ist es ein bisschen schnell gegangen. Die wollen uns da prüfen. Aber sagen wir doch in diesem Fall hinten raus noch etwas zu der Grenze. Du kannst zwei, drei rauspicken. Wo du sagst, das ist mega lässig. Dass die vielleicht beim einen oder anderen Jungen sogar den ersten Regie Kranz geholt haben. Ja, eben sicher. Vorab die bestandenen Schwinger. Der Alpiger Nick, Schurterberger Sven. Und dann kommen zwei Junge. Der Fankuser Marco. Werder Michi. Denen zwei, der mag ich es besonders gönnen. Vor allem, ich denke, der Gewerder Michi. Der hat es heute wirklich verdient. Nach dem letzten Sonntag ist ihm das vergönnt worden. Hat sehr eine harte Einteilung am letzten Gang. Wo hat mich niemand nachvollziehen können. Und darum besonders schön für ihn jetzt da, dass er heute den Kranz da voll hat. Fankuser Marco ebenso. Nach einer Verletzung zurückkam. Er konnte schon zwei Kränze machen und das ist wirklich super. Er läuft wie Samir auch wieder ein bestandener Schwinger aus der Ostschweiz. Der Alpiger Joël, auch ein junger. Was der Dominik sicher da auch zu erwähnen ist. Niedlisbach, Pascal Zimmermann, Martin. Das Schwinger, wo man vielleicht am Morgen damit gerechnet hat, dass sie in die Kranzer kommen können. Aber sie haben ganz viele Eidgenossen auch hinter sich gelassen, die jetzt da ohne Kranz eingehen. Der Kuster Marcel, wieder ein Eidgenoss. Reichmut Marco und Trebe Joël, auch die zwei super festgelegt heute. Ich denke gerade da, das ist Trebe Joël, der mit sehr guten Schwinger hat zusammenschwingen. Auch super geschwungen hat. Auch Gänge verloren hat, aber in diesen Gängen auch immer etwas gezeigt hat. Und dann kommen die geschlagenen Eidgenossen, was eigentlich ein Viertel nicht gelangt hat. Das ist eigentlich Andreas Klinglimo, Fabian, Vorar, Arno, Pieri, Christoph und auch der Dortmund Nurs in diesem Rang. Also man sieht, es gehen häufig auch ohne Kranz. Sehr gute Schwinger, klingende Namen. Und am gleichen Zug kommen Junge nach, die da nachstossen und gute Leistungen zeigen und mit dem Kranz belohnt werden. Was halt so ein Bergfest mit sich bringt, ums grösser natürlich die Freude, der bei den jungen Garten, die einen Kranz abholen dürfen. Aber der Festseig vom Regenschwingen 2019, der heisst Fona Benji. Am Schluss jubelt Benji Bona gleich noch. Der Giswiler profitiert vom gestellten Schlussgang zwischen Christian Schuler und dem Gast Dominik Schneider. Ich habe aber nicht so optimal in der Kranzsaison gestartet. Ich habe mit Verletzungskämpfen gehabt. Und jetzt ist natürlich so ein Sieg auf der Regie auf einem Bergfest. Umso schöner mein zweiter Bergfest-Sieg neben dem Stoss. Das ist natürlich genial. Der Benji Fona dominiert wie schon am Innerschweizerischen vor einer Woche. Er gewinnt im Anschwingen gegen Roger Eichel. Vor dem Mittag nimmt er auch noch Samir Leupi. Und Dominik Quaser. Nach seinem ersten Zähne im vierten Gang ist klar, mit dem Giswiler ist heute zu rechnen. Nach dem ersten Zähne im vierten Gang wird Benji Fona aber gestoppt. In einem attraktiven Kampf verliert er gegen Christian Schuler, muss seinen Verfolger punktemässig aufschliessen und verpasst den Schlussgang. In seinem sechsten Gang gegen Joel Strebel könnte sich Benji Fona mit einem Zähne vorzeitig den Fest-Sieg sichern. Er gewinnt aber erst mit Nachdrücken und muss so den Schlussgang noch abwarten. Es sind dann zwölf lange Minuten. Mit dem Gestellten ist aber klar, Benji Fona krönt seine grossartige Leistung heute mit nichts Geringerem als dem Fest-Sieg. Es könnte eigentlich nicht schöner enden. Thomas, da bleibt eigentlich keine Wünsche unerfüllt, wenn es ums Schwingerherz geht. Das ist so, ich habe das Gleiche erleben am Brünig-Schwingen, wo ich den Brünig-Sieg erben durfte. In diesem Moment würde man selber lieber einen Platz hinstehen, als ausserhalb zuzuschauen. Das vereisst einen fast. Da kann ich sehr gut mitfühlen mit Benji, als es bei ihm abgegangen ist. Aber umso schöner ist es nachher, wenn man den Sieg so erben kann und das ist natürlich auch schön. Und, Ueli, unser Wunsch ist auch erhört worden vom Inner-Schweizer-Fest-Sieg. Ich bin sicher, wir gehen auch noch anstossen auf Fona Benji, oder? Ja, ganz sicher. Jetzt im Benji ist es eine doppelte Freude, wenn ich denke, das ist auch im Sport wirklich so. Wenn man top ist, hat man viele Leute um sich herum, die einem nacheifern, Schulterklopfen und so weiter. Wenn es mal nicht so gut geht, sind die Leute plötzlich nie mehr. Der Benji musste hier die erste Saison hälftig den Teufelsgewässer durch. Er hatte eine harte Zeit hinter sich. Vor ein paar Wochen war er noch an den Verletzungen aus Kurieren. Jetzt kommt er so wieder top zurück. Und das ist doch umso schöner. Und für uns Inner-Schweizer natürlich auch super. Wir haben heute einen Inner-Schweizer-Sieger. Und darum ist eigentlich alles zusammen tip-top so, wie es jetzt hier steht. Alle können es glücklich. Ich lasse euch aber nicht nach Hause, ohne einmal richtig Danke zu sagen. Es war herrlich. Danke viel, vielmals Thomas Arnold und Ueli Banz, dass ihr mich heute im Studio unterstützt habt. Merci viel, vielmals. Und wir sehen und hören euch sicher sehr bald wieder. Danke. Ja, und auch Ihnen zu Hause. Merci vielmals fürs Zuschauen. Das war das Riggi-Schwingen 2019. Mehr gibt es aber schon morgen. Und zwar zum Festseiger und zu der Rangverkündigung hier auf der Riggi. Das alles liefern wir Ihnen in der Sendung «Sports». Jetzt wünsche ich einen ganz schönen, gemütlichen Sonntagabend. Und hoffentlich bis bald. Ade miteinander. Und zwar auf dem Leben. Musik Das Schwing- und Älplerfest auf der Regie wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Regie. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern, mit Ihrem Versprechen, aus der Region für die Region. EMA Tech Notwil Musik Ich habe keine Lust auf gar nichts gehabt und ich musste wieder lernen, richtig zu essen. Trittst du heute noch auf an Hochzeiten? Kann man dich noch buchen als Brautpaar quasi? Ja, kann ich schon noch buchen. Kann man dich überhaupt noch zahlen? Ja, das ist... Ja, das ist...